Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Videokurs, dem Videokurs Fotografieren für Anfänger. Ich freue mich, dass du dir diesen Videokurs gekauft hast, denn das bedeutet, dass du fotografieren lernen möchtest und zwar von Grund auf. In diesem Videokurs werde ich dir zeigen, was eine Blende ist, was eine Verschlusszeit ist und so weiter. Aber das sind ja wirklich die Themen, die man mit einmal googeln relativ schnell herausfindet. Es geht in diesem Videokurs natürlich noch ein bisschen weiter. Wie kann man eine vernünftige Komposition herstellen in deinem Bild? Was ist der Weißabgleich? Wie stelle ich ihn richtig ein? Wie kann ich einen Hintergrund unscharf bekommen? Wie kann ich immer dafür Sorge tragen, dass meine Fotos richtig scharf werden? Das sind alles Fragen, die wir in diesem Videokurs behandeln werden. Es geht auch um Belichtungsmessmethoden der Kameras. Es geht um verschiedene Kameramodi, die man einstellen kann und vieles, vieles mehr. Es wird auch ein bisschen technisch, aber ich habe probiert, alles so wirklich einfach wie möglich zu erklären. Insgesamt ist dieser Videokurs ein absolutes Mammutprojekt gewesen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert und wir hoffen natürlich, dass dir dieser Videokurs entsprechend auch gut gefällt. Und wir wollten nicht nur einen Videokurs erstellen, wo du dir einfach Videos herunterlädst und diese dir dann anschaust. Sondern es geht vielmehr darum, dass du dir diese Videos anschaust und nach jedem Video gibt es immer eine kleine Aufgabe. Das heißt, probieren geht über Studieren. Nimm also deine Kamera in die Hand nach jedem Video und probiere aus, was du dort gelernt hast. Das ist eigentlich der Kernpunkt, wie man am besten fotografieren lernt. So habe ich auch fotografieren gelernt. Ich habe mir Sachen angeguckt von anderen Leuten und habe dann probiert, es nachzumachen. Und genauso möchte ich, dass du das jetzt auch machst. Dieser Videokurs ist so konzipiert, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe, dass man perfekt lernen kann. Ich hoffe, dass es bei dir genauso ist. Ich denke, dass wir inhaltlich eine ganze Menge reingepackt haben und wirklich alles, was du brauchst, um das Fotografieren zu lernen, mit dabei ist. Ich denke, dass wir inhaltlich eine Menge reingepackt haben, mit dabei ist. Außerdem haben wir dir kleine PDF-Dateien mit angehangen, die du dir ausdrucken kannst und in den Fotorucksack packen kannst. Wenn du zum Beispiel mal vergisst, was die Blende macht, wenn sie kleiner wird zum Beispiel, dann kannst du ganz einfach auf diesem kleinen PDF dann mal nachschauen. Und dann hast du das auch immer in der Tasche mit dabei und musst dich den ganzen Videokurs wieder anschauen. All das haben wir zusammengebaut und wir hoffen natürlich, dass es dir besonders gut hilft, die Fotografie zu erlernen. Wir möchten, dass du rauskommst aus dem Automatikmodus der Kamera und rein in den manuellen Modus. Denn nur so kannst du das volle Potenzial deiner Kamera ausschöpfen und deiner Kreativität freien Raum lassen. Und genau das wollen wir erreichen. Ich hoffe, dass dir dieser Kurs gefällt und ich hoffe, dass du nach diesem Kurs sagst, hey, jetzt bin ich schon wesentlich weiter in der Fotografie und kann jetzt schon eine ganze Menge mehr. Das wünsche ich mir für dich. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du das Ganze dann auch immer umsetzt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesen ganzen Lektionen, die wir für dich hier aufgenommen haben. Und hoffe, wir sehen uns gleich in der ersten Lektion wieder. Mir ist bewusst, dass jede Kamera natürlich ein bisschen anders aussieht und nicht jede Kamera genau die gleichen Knöpfe hat. Aber so die meisten Knöpfe ähneln sich dann doch schon relativ und man kann zumindest für jede Kamera so diese Basic-Knöpfe mal genauer besprechen. Vielleicht hat deine Kamera ein paar mehr Knöpfe, vielleicht hat sie auch ein paar weniger Knöpfe. Und alle Knöpfe, die du jetzt nicht direkt selber an deiner Kamera hast, schau da einfach nochmal in deiner Bedienungsanleitung nach, wofür die dann genau da sind. Das Schöne ist aber auch, dass jeder Knopf irgendwo so eine kleine Bezeichnung mit dran hat. Und von daher kann man sich auch relativ gut ableiten, wofür diese Knöpfe da sind. Vielleicht heißen sie nicht genau gleich, aber vielleicht haben sie dieselbe Funktion. Und das kannst du dir dann alles ganz genau mal an deiner Kamera anschauen. Fangen wir doch einfach mal mit dem wichtigsten Knopf an und das ist dieser Knopf hier oben. Denn mit diesem Knopf kannst du deine Kamera auslösen. Das bedeutet, du kannst eine Belichtung starten, du machst also ein Foto. Wenn ich den zur Hälfte durchdrücke, dann fokussiert meine Kamera einmal. Das heißt, die Kamera stellt es scharf. Und wenn ich voll durchdrücke, dann mache ich ein Foto. Das heißt, ich belichte. Das ist dieser Knopf hier oben und der ist auch bei jeder Kamera da. Ohne dem funktioniert es halt gar nicht. Ich kann hier gleichzeitig noch mit diesem Ring drumherum einmal meine Kamera an- und ausstellen. Da steht also Off und On. Off, ausgeschaltet, On. Da stellt man die Kamera einmal ein. Und dann kann ich die Kamera überhaupt erst bedienen. Dann habe ich hier oben noch einen sogenannten ISO-Knopf. Wenn ich diesen ISO-Knopf drücke, dann kann ich mit einem Einstellrad hier hinten einmal den ISO-Wert verstellen. Manche Kameras haben diesen ISO-Knopf auch hier links von dem Display. Das ist also ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die Anordnung da ist. Aber mit diesem ISO-Knopf kannst du, wie gesagt, dann in Verbindung mit dem Einstellrad einstellen, wie der ISO-Wert in deiner Kamera ist. Dann habe ich hier links daneben noch einen Knopf mit einem roten Kreis drauf, also einen Rekord-Knopf. Wenn ich also im Videomodus meiner Kamera drin bin, dann kann ich damit das Video starten. Und genauso gut kann ich das Video damit auch wieder beenden. Dann habe ich auf der rechten Seite hier noch einen Knopf. Da ist so ein Plus und ein Minus drauf. Und mit diesem Knopf kann ich die Belichtungskorrektur einstellen. Wenn ich jetzt also in einer Halbautomatik der Kamera drin bin, kann ich der Kamera sagen, möchte ich das Bild eher noch ein bisschen dunkler oder eher ein bisschen heller haben. Die Kamera in der Halbautomatik stellt ja immer so ein paar Variablen selber ein. Ein paar Variablen kannst du für dich auch bestimmen. Dazu kommen wir noch in späteren Kapiteln. Und da gibt es dann eine sogenannte Belichtungsmessung noch mit dazu. Und die Kamera möchte ja immer so optimal wie möglich belichten. Und mit dieser Belichtungskorrektur kann ich jetzt quasi noch einstellen, soll das Ganze ein bisschen dunkler eingestellt werden. Also soll die Kamera eher ein bisschen zu dunkel belichten, soll sie eher ein bisschen heller belichten. All das werden wir auch noch in späteren Kapiteln genauer behandeln. Aber mit dieser Taste hier kann ich das Ganze einstellen. Und wenn ich diese Taste gedrückt halte und dann hier an meinem Einstellrad drehe, kann ich das Ganze dunkler oder heller machen. Was auch jede Kamera hat, ist eigentlich hier einmal die Taste, diese Play-Taste. Damit kann ich nämlich meine Bilder begutachten. Wenn ich Bilder gemacht habe, kann ich danach dann reingehen in das Menü und kann diese Bilder dann nochmal auf dem Display mir anzeigen lassen. Und kann dann da auch entsprechend durchscrollen. Was auch jede Kamera eigentlich hat, ist der Mülleimer. Damit kann ich nämlich meine Bilder dann entsprechend löschen. Wenn ich mir die anzeigen lasse, kann ich danach dann sagen, ich möchte die löschen und dann kann ich das auch einmal bestätigen. Was ich dann hier noch habe, ist einmal die Funktion zwischen Foto und Video. Da kann ich hin und her schalten, einmal mit diesem Einstellrad hier. Und dann habe ich hier noch einmal ein Display-Button, wo ich quasi dann auch nochmal einstellen kann, soll das Display hier aktiviert sein oder nicht. Was auch jede Kamera eigentlich noch mit dabei hat, sind diese beiden Tasten hier unten. Und zwar einmal das Lupensymbol Plus und das Lupensymbol Minus. Damit kann ich, wenn ich zum Beispiel hier gerade mein Live-View auf dem Bildschirm habe, damit kann ich dann zum Beispiel näher heranzoomen oder weiter rauszoomen. Oder auch wenn ich mir ein Bild anschaue, wenn ich einmal auf diesen Play-Button hier drücke, dann kann ich auch da reinzoomen oder rauszoomen. Dann habe ich hier noch eine Menü-Taste. Damit kann ich in das sogenannte Kameramenü reingehen. Das hat eigentlich auch jede Kamera mit dabei. Und hier oben drüber habe ich so eine Art Joystick. Also ich habe einmal einen Button nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Damit kann ich so ein bisschen in der Menüführung navigieren zum einen. Ich kann aber auch, wenn ich weiter reingezoomt habe, kann ich dann noch in dem Bild hin und her scrollen. Und ich habe in der Mitte einmal eine OK-Taste. Damit kann ich dann auch im Menü zum Beispiel sagen, ich möchte auf diesen einen Menüpunkt draufgehen, bestätige das Ganze einmal und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch eine Info-Taste. Wenn ich zum Beispiel im Live-View drin bin, dann kann ich mit dieser Info-Taste auch einmal mir so ein Kurzmenü aufrufen. Oder aber auch, wenn ich mir Bilder anschaue, kann ich mir damit bestimmte Informationen nochmal heraussuchen. Und ich habe hier unten einmal einen Knopf, den hat jetzt nicht jede Kamera. Da kann ich mir einmal die Serienbildfunktion aufrufen. Das heißt, möchte ich mehrere Bilder hintereinander machen, möchte ich nur ein einzelnes Bild machen, möchte ich den Timer einstellen. Das bedeutet, ich kann hier auch nochmal einen Selbstauslöser einstellen. All das geht über diesen Knopf. Aber den hat nicht jede Kamera. Da muss man vielleicht auch einfach über das Kameramenü mal gehen und kann das auch entsprechend dann einstellen. Hier oben habe ich jetzt noch zwei Einstellräder. Einmal hier hinten eins und einmal hier vorne eins. Das ist auch von Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich. Canon zum Beispiel hat dieses Einstellrad hier oben. Und da ist die Anordnung einfach ein bisschen verschieden. Aber jede Kamera hat eigentlich mindestens ein so ein Einstellrad. Und damit kann ich dann auch nochmal zum Beispiel die Verschlusszeit einstellen. Oder in dem Fall, wenn ich jetzt die ISO-Taste hier drücke, dann kann ich die ISO-Zahl damit einstellen. Und mit dem hier vorne kann ich die Blende einstellen. Aber wie gesagt, da hat jede Kamera für sich ein oder zwei Einstellräder. Musst du dann einfach entsprechend mal gucken. Was ich jetzt auf der linken Seite hier noch habe, ist einmal dieses Einstellrad. Und hier kann ich noch einstellen, in welchem Modus ich fotografiere. Aktuell bin ich im M-Modus zum Beispiel drin. Das heißt manueller Modus. Ich kann aber auch hier in den A-Modus, in den S-Modus oder in den P-Modus noch reingehen. Das sind alles noch Funktionen, die ich dir in den folgenden Kapiteln natürlich noch genauer beschreiben werde. Ich bin jetzt aktuell in dem manuellen Modus drin. Das bedeutet, ich kann alles komplett selber einstellen. Ich habe jetzt hier in meiner Kamera zum Beispiel noch U3, U2 und U1. Das heißt, da kann ich mir auch selber nochmal Programme drauflegen, die ich mir selber programmieren kann. Und ich habe einen sogenannten Auto-Modus. Also wo die Kamera wirklich alles komplett selber einstellt. Dann habe ich hier hinten natürlich noch groß mein Display. Ich kann mir über das Display alles anzeigen lassen. Ich kann aber auch durch den Sucher gucken. Das kann ich mir dann so ein bisschen aussuchen, was ich hier machen möchte. Möchte ich mir über das Display gucken oder möchte ich eher über den digitalen Sucher gucken. Hier oben drauf habe ich noch einen sogenannten Blitzschuh. Da kann ich zum Beispiel einen externen Blitz noch reinschieben. Ich kann aber auch andere Sachen damit befestigen. Also mit diesem Blitzschuh, da gibt es dann auch Adapter. Da könnte ich zum Beispiel, wenn ich filme, noch ein Mikrofon, eine Funkstrecke draufstellen. Also dieser Blitzschuh ist nicht nur für Blitze da, sondern da kann ich dann auch andere Sachen noch mit befestigen an der Kamera. Auf der Seite hier habe ich mein Speicherkartenfach. Da kann ich also meine Speicherkarten rein und raus packen. Unten drunter, da kann ich einmal mein Akkufach auf und zu machen. Da kann ich also meinen Akku wechseln, wenn der einmal leer ist. Ich habe hier oben auch nochmal ein kleines Display. Wenn ich jetzt die Kamera anmache, kann ich mir hier auch nochmal anzeigen lassen, welche Blende ich gerade eingestellt habe, welche Verschlusszeit ich habe, welchen ISO-Wert ich habe, wie viel Speicherplatz noch auf meiner Speicherkarte ist. Und auch die Akkuanzeige wird hier nochmal dargestellt. All das sehe ich aber theoretisch auch hier hinten in dem Display nochmal, wenn er an ist. Und hier auf der Seite, auf der linken Seite der Kamera, habe ich dann noch verschiedene Eingänge, zum Beispiel einen Kopfhörereingang, einen Mikrofoneingang, aber auch so Schnittstellen wie USB oder einen HDMI-Anschluss. Da kann ich dann also auch meine Kamera entsprechend noch anschließen oder ich kann zusätzliches Material nochmal anschließen und damit meine Kamera dann noch ein bisschen erweitern. Wenn jetzt deine Kamera nicht genauso aussieht oder genauso eine Aufteilung hat, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, viele Knöpfe sind relativ ähnlich von der Funktion. Die sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber von der Funktion sind sie eigentlich immer relativ ähnlich. Manche Kameras haben ein paar mehr Knöpfe dran, manche Kameras ein paar weniger Knöpfe. Und wenn deine Kamera ein paar weniger Knöpfe hat, dann kann man diese Funktion dann über das Menü, über das Kameramenü dann entsprechend nochmal einstellen. Also da musst du dann einfach mal so ein bisschen gucken, welche Funktionen wie erreichbar sind in deiner Kamera, aber grundsätzlich sind die von Hersteller zu Hersteller eigentlich relativ ähnlich, nur dass man sie manchmal vielleicht ein bisschen anders erreicht. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du, bevor du dir eine Kamera kaufst, guckst, wie gefällt dir die Kamera, wie liegt sie dir in der Hand und kann ich alle Knöpfe gut erreichen bzw. sind die Knöpfe, die da sind, auch für dich sinnvoll, sind die sinnvoll angereiht und kann ich damit also die Kamera schnell und gut bedienen. Soviel also erstmal dazu. Ich weiß, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend ist, aber je mehr du dich mit deiner Kamera beschäftigst, umso eher lernst du auch, wo deine Knöpfe angeordnet sind und kannst sie dann auch schnell und einfach entsprechend bedienen. Das kommt dann irgendwann einfach so, weil du es halt auswendig weißt. Stefan, welche Kamera soll ich mir eigentlich kaufen für den Anfang? Diese Frage kriege ich sehr, sehr häufig gestellt und deswegen dachte ich mir, ist es auch gut, dieses Thema mit in diesen Anfängerkurs mit reinzunehmen. Und gleich die Frage vorneweg, du wirst in diesem Video von mir keine bestimmte Kameramarke oder auch kein bestimmtes Kameramodell hören, was du dir unbedingt kaufen sollst, denn das gibt es gar nicht. Aber bevor du jetzt enttäuscht bist, möchte ich dir die Gründe sagen und ich möchte dir vor allem viele Tipps geben, die dir dabei helfen werden, für dich ganz persönlich die richtige Kamera auszufinden. Es ist ja nun mal so ähnlich, wie es verschiedene Sportarten gibt und für jede Sportart unterschiedliche Ausrüstung nötig ist, ist es auch bei der Fotografie. Dort gibt es auch verschiedene Sparten der Fotografie und entsprechend braucht man da manchmal unterschiedliche Ausrüstung. Ja, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen trifft er halt auch doch zu. Und genau deswegen kann ich halt keine bestimmte Kamera jetzt empfehlen, die für jeden immer optimal zugeschnitten ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Auswahl des Kamerasystems und der richtigen Kamera und so weiter natürlich noch mehr eine Rolle spielt, wenn du schon wirklich als Fotograf lange unterwegs bist, vielleicht sogar damit dein Geld verdienst. Dann guckt man da noch ein bisschen eher drauf. Gerade im Anfängerbereich spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, welches Kamerasystem, welche Kameramarke oder welches Kameramodell du dir da kaufst. Ja, also das ist völlig nebensächlich. Die Kamera muss ein paar Punkte beherrschen, die werde ich dir jetzt in diesem Video aufzeigen, aber ansonsten ist es halt am wichtigsten, dass du dich damit wohlfühlst. Und was ich an dieser Stelle auch immer wieder betonen möchte, eine teurere Kamera macht nicht automatisch bessere Bilder. Das solltest du dir von Anfang an auf jeden Fall immer wieder auf die Fahne schreiben. Die besseren Bilder, die machst du als Fotograf. Ich kann ganz teure Kochtöpfe haben, ich kann sehr teure Messer haben und trotzdem bin ich nicht der beste Koch dadurch, sondern ich lerne stetig, lerne neue Rezepte, lerne mit Speisen umzugehen, lerne damit gut zu kochen. Und dann kann ich das auch mit einem 20 Jahre alten Kochtopf machen, aber das Essen wird am Ende trotzdem gut werden. Das Werkzeug, was du dazu benutzt, vereinfacht gewisse Sachen, aber es macht nicht automatisch bessere Ergebnisse. Kommen wir jetzt aber mal dazu, was es alles auf dem Kameramarkt eigentlich gibt. Und da muss man ja sagen, gibt es schon eine ganz große Auswahl. Es gibt zum einen erstmal ganz viele verschiedene Kameramarken. Und davon rede ich jetzt erstmal von den sogenannten Bodies, also von den Kameragehäusen. Wir haben natürlich auch verschiedene Objektive hier noch mit dabei und auch das ist immer wichtig zu beachten. Aber grundsätzlich erstmal guckt man mal auf den Markt, welche Kamerahersteller es eigentlich gerade so gibt. Ich zum Beispiel fotografiere, seitdem ich fotografiere, mit Nikon. Meine Mutter hat schon mit Nikon fotografiert und ich habe damals meine erste Kamera quasi von ihr übernommen. Und deswegen war ich von Anfang an bei Nikon und war auch immer sehr zufrieden mit dem System und bin deswegen auch bei Nikon immer geblieben. Ich hatte zwischendurch auch mal eine Canon Kamera, muss aber sagen, dass mir das Nikon System einfach besser gelegen hat. Und deswegen habe ich die Canon Kamera irgendwann wieder verkauft. Wenn man jetzt den Markt mal so anguckt, dann war es früher so, dass es da Nikon und Canon gab. Das waren immer so die beiden großen Big Player. Inzwischen hat sich das Ganze sehr verschoben. Sony ist sehr, sehr groß geworden, hat sehr gute Kameras hergestellt und dann gibt es noch viele weitere Marken. Fujifilm zum Beispiel, Olympus, Leica, Phase One, um mal auch ein paar Hersteller zu nennen, die wirklich teure Kameras herstellen. Aber das sind alles Marken, die man sich mal anschauen kann. Und mein erster Tipp für dich wäre, dass du dir wirklich mal die verschiedenen Systeme anguckst und da auch wirklich mal in den Kameraladen gehst, die du jetzt nicht nur im Internet anschaust, sondern wirklich geh in den Laden rein, geh wirklich in ein Fotofachgeschäft rein und nimm mal verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern in die Hand. Zum Beispiel bei Nikon ist es so, die Anordnung in den Gehäusen ist eigentlich immer dasselbe. Und mir geht es jetzt im ersten Schritt mal darum, dass du dir so eine Kamera von verschiedenen Herstellern mal in die Hand nimmst und einfach mal guckst, wie so die Anordnung der Knöpfe ist, macht es für dich Sinn, kannst du damit gut umgehen. Als Beispiel, bei Nikon habe ich zum Beispiel hier vorne einmal ein Einstellrad und hier hinten ein Einstellrad. Ich komme damit sehr gut klar, weil ich sowohl mit dem Daumen als auch mit dem Zeigefinger hier an diesen Einstellrädern hin und her drehen kann. Canon zum Beispiel hatte schon lange das System immer, dass sie hier oben ein Einstellrad haben. Damit bin ich persönlich nicht so gut klargekommen. Andere finden es ganz gut, wenn das Einstellrad hier oben ist. Aber das ist wie gesagt persönlicher Geschmack und deswegen nimm dir verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern in die Hand und gucke einfach mal, wie du die Anordnung der Knöpfe findest, ob das für dich alles Sinn macht, wie dir die Kamera in der Hand liegt. Also das Haptische, das ist erstmal das Wichtigste, dass du dich wohlfühlst, wenn du eine Kamera in der Hand hast. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, spielt Gewicht und Größe der Kamera eine Rolle? Die aktuellen Kameras, da geht es ja eher wieder so ein bisschen in den Trend rein, alles ein bisschen kompakter zu machen. Viele Fotografen sagen inzwischen, sie tendieren eher wieder dazu, anders als früher, zu kleineren Kameras zu tendieren, alles ein bisschen leichter zu machen, es ist alles ein bisschen angenehmer. Früher war es so, da wollten alle möglichst große Kameras haben, die müssten schwer in der Hand liegen. Gerade Pressefotografen sagen das auch heute noch, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Also die wollen große Gehäuse haben, die gut in der Hand liegen. Ich zum Beispiel gehe relativ viel wandern, ich möchte was Kleines und Handliches haben. Ich möchte was haben, was gut funktioniert, aber ich möchte trotzdem was Kleines haben, was gut in den Rucksack passt und es sollte auch leicht sein, weil wenn ich viele Kilometer damit unterwegs bin, dann geht das irgendwann schon richtig auf den Rücken und da zählt am Ende tatsächlich jedes Gramm. Und jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Systeme. Es gibt ja einmal die sogenannten DSLR-Kameras, das ist hier zum Beispiel so eine, also eine mit Spiegel und es gibt inzwischen die spiegellosen Kameras. Das ist so die etwas neuere Generation. Ich habe mal mit einer DSLR-Kamera angefangen und bin inzwischen bei dem spiegellosen System von Nikon gelandet. Einfach weil die Gehäuse ein bisschen kleiner geworden sind und weil es auch einfach insgesamt ein bisschen leichter geworden ist, auch mit den Objektiven. Und das hat für mich die entscheidende Rolle gespielt. Ich bin zwar bei Nikon geblieben, habe aber theoretisch jetzt mal einen Systemwechsel vorgenommen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen geguckt hast, welche Kamera dir gut in der Hand liegt, dann kann man ja auch bei den Herstellern mal so ein bisschen gucken, ob es da Einsteigermodelle gibt oder ob man gleich mit etwas Fortgeschrittenem anfangen möchte. Ich würde dir empfehlen, such dir erstmal ein Einsteigermodell aus. Und vielleicht muss das auch nicht unbedingt eine komplett neue Kamera sein, sondern vielleicht findest du ja was auf dem Gebrauchtmarkt. Wenn du dir natürlich schon sicher bist, du möchtest unbedingt mit der Fotografie durchstarten, dann kannst du natürlich auch dir ein neues Kameramodell kaufen, wenn du das möchtest. Aber wenn du dir vielleicht noch unsicher bist und erstmal reinschnuppern möchtest in das ganze Thema, dann schau doch mal wirklich nach einer gebrauchten Kamera, ein Einsteigermodell, was wenig kostet am Anfang. Weil ganz klar ist, Fotografie ist teuer. Und Fotografie wird auch gefühlt immer teurer. Also die Kameras kosten viel Geld, die Objektive kosten viel Geld. Das hast du dir also so ausgesucht, dass du da auf jeden Fall ein teures Hobby hast. Und entsprechend sollte man immer so ein bisschen gucken, wo man vielleicht ein bisschen sparen könnte. Wichtig ist natürlich neben dem Kameragehäuse auch noch, dass du Objektive hast. Und da ist es auch ganz wichtig, wenn du jetzt dir einen Kamerahersteller aussuchst, dass du einfach mal guckst, was gibt es für das System für Objektive. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Wie viele Objektive sind von dem eigentlichen Hersteller vorhanden? Oder gibt es auch vielleicht Hersteller, Dritthersteller, die für das Kamerasystem Objektive herstellen? Weil nicht jedes Objektiv passt auf jede Kamera. Also ich könnte jetzt nicht einfach so ein Canon-Objektiv auf ein Nikon-Gehäuse packen. Da gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, mit verschiedenen Adaptern zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass du gucken solltest, dass dein eigener Hersteller von deinem Kameragehäuse, was du dir ausgesucht hast, auch entsprechend Objektive anbietet, die du für deinen Zweck brauchst. Bist du Landschaftsfotograf, dann fotografierst du vielleicht eher mit was Weitwinklingen. Da solltest du mal gucken, hat dein Kamerahersteller, den du dir ausgesucht hast, auch entsprechend ein schönes Weitwinkelobjektiv? Oder fotografierst du eher Sportler, Wildlife, dann brauchst du auf jeden Fall was mit langer Brennweite. Gibt es sowas in deinem Kamerasystem, was du dir ausgesucht hast? Oder aber gibt es Dritthersteller, wie zum Beispiel Sigma, die ja auch wirklich tolle Objektive herstellen für andere Kamerahersteller? Also auch dort informiere dich mal ein bisschen, was es da so gibt. Wenn du selber noch nicht so die Ahnung davon hast, dann geh wie gesagt in ein Kamerafachgeschäft. Die Leute dort können dich extrem gut beraten. Ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich als nächstes zu sprechen kommen möchte, ist die Kamera, die du dir aussuchst, sollte manuell einstellbar sein. Man sollte also einen manuellen Modus auswählen können, wo du selber die Blende und die Verschlusszeit und den ISO-Wert einstellen kannst. Darauf solltest du auf jeden Fall achten, damit du wirklich kreativ werden kannst. Wir werden in diesem ganzen Kurs sehr viel darüber sprechen, im manuellen Modus zu fotografieren oder zumindest in Halbautomatiken, wo die Kamera aber nicht alles macht, sondern wo du möglichst viel selbst von den Einstellungen bestimmst. Und diese Voraussetzung sollte dein Kamerabody auf jeden Fall haben, dass du in einem manuellen Modus fotografieren kannst. Außerdem würde ich dir empfehlen, auch ein Kamerabody zu nehmen, wo kein festes Objektiv dran ist, sondern wo du wechselbare Objektive dran schrauben kannst. Da gibt es auch Kameras natürlich, Kompaktkameras, die haben ein festes Objektiv dran. Kann man auch machen, aber ich bin da kein großer Freund von. Und wenn du dich wirklich ernsthaft mit der Fotografie auseinandersetzen möchtest, solltest du dir ein Kamerabody aussuchen, wo du deine Objektive wechseln kannst. Außerdem solltest du dich ein bisschen darüber informieren, ist dein Kamerahersteller wetterfest. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ich will nicht behaupten, dass die sehr groß sind, aber zum Beispiel Nikon ist sehr dafür bekannt, wetterfeste Kameras herzustellen. Da muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze für Nikon brechen. Ich habe schon oft zum Beispiel von vielen Leuten gehört, die Sony-Kameras benutzen, dass da öfter mal das Display kaputt geht, wenn die Kamera viel im Regen steht. Vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert, aber zumindest war es damals mal so ein kleines bisschen ein Problem. Bei Nikon zum Beispiel, die Kameras standen schon so viel im Regen, unter Wasserfällen und so weiter. Also da ist echt viel Wasser dran gekommen. Da ist noch nie was passiert. Das ist natürlich immer ein kleines Argument für mich auch gewesen, zu Nikon zu gehen, aber weil ich auch Landschaftsfotograf bin und die Kamera in extremen Wettersituationen nutze. Wenn du zum Beispiel im Studio fotografierst, dann ist das ja wieder was komplett anderes. Dann ist es völlig egal, ob so eine Kamera wetterfest ist oder nicht. Deswegen, das ist auch das, was ich meinte am Anfang des Videos, es ist schwierig für jeden die perfekte Kamera herauszufinden. Das musst du für dich selber so ein bisschen herausfinden, welche Kamera dann tatsächlich auf dich persönlich passt. Ich kann dir hier nur verschiedene Tipps und Fragen mit auf den Weg geben. Einen kleinen Fragenkatalog, den du dir dann auch selber so ein Stück weit beantworten musst und dir damit deine Kamera dann perfekt raussuchen kannst. Ein weiterer Punkt, den du dich fragen solltest, ist mein Kamerasystem, worauf ich mich einlasse, zukunftssicher? Also geht es der Firma gerade aktuell gut oder ist es absehbar, naja, die Firma könnte vielleicht auch in zwei Jahren pleite sein und dann gibt es da keinen Nachschub mehr. Dann kann ich da nicht ewig in dem Kamerasystem drinbleiben, wenn ich mal irgendein Upgrade machen möchte und so weiter. Auch da sollte man sich vorher so ein bisschen informieren. Zum Beispiel Sony ist gerade richtig am Abgehen. Also Sony hat ein Kamerasystem, das ist auf jeden Fall zukunftssicher. Bei Nikon sah es tatsächlich vor ein, zwei Jahren mal so ein bisschen kritisch aus. Inzwischen haben sie, glaube ich, einigermaßen die Kurve bekommen. Aber trotzdem war ich mir da auch so ein bisschen unsicher, naja, wie lange könnte Nikon noch am Markt sein? Da einfach auch mal so ein bisschen gucken. Da kann man sich auch verschiedene Quartalszahlen anschauen und einfach mal so ein bisschen googeln, wie es der Kameramarke gerade so ein bisschen geht, wenn man das langfristig machen möchte. Denn ich sage immer wieder, ein Systemwechsel, das heißt, wenn man wirklich mal dann sagt, man verkauft die Kamera und alle Objektive, die man dazu hat, um sich was Neues zu kaufen, ist immer relativ teuer. Gerade so eine Objektive sind, ja, was den Wert angeht, bleiben die relativ stabil, aber ein Kameragehäuse wird natürlich mit der Zeit, mit der Abnutzung dann halt auch nicht mehr so viel einbringen. Deswegen ist so ein Systemwechsel eigentlich immer relativ teuer und sollte man nicht unbedingt relativ häufig machen. Dann gibt es noch die Frage, APS-C oder Vollformat? APS-C hat einen etwas kleineren Sensor und Vollformat einen etwas größeren Sensor. Ich sage immer so, am Anfang reicht eine APS-C Kamera aus. Die sind immer erst mal ein bisschen günstiger, sie haben einen etwas kleineren Sensor. Bei einer Vollformat-Kamera ist der Sensor etwas größer, das Rauschverhalten ist ein bisschen besser. Aber grundsätzlich, wenn du mit der Fotografie anfängst, reicht eine APS-C Kamera, die etwas günstiger ist, erst mal komplett aus. Der Unterschied zwischen APS-C und Vollformat, das klären wir auch später nochmal in verschiedenen Videos. Grundsätzlich kann ich dir empfehlen, wenn du erst mal einsteigen möchtest in die Fotografie, reicht eine APS-C Kamera vollkommen aus. Wenn du weißt, okay, ich möchte das eh wirklich richtig betreiben als ambitionierter Hobbyfotograf oder vielleicht sogar mehr, dann durchaus auch eine Vollformat-Kamera. Und die letzte Frage, die du dir stellen musst, wie viel Budget hast du eigentlich? Das spielt gerade jetzt auch APS-C oder Vollformat voll in die Karten. Hast du genug Geld und plan das Ganze vor allem auch ein bisschen? Denn es ist, wie gesagt, nicht nur mit der Kamera, mit dem Kameragehäuse getan, sondern du brauchst auch Objektive dazu. Du brauchst auch vielleicht einen extra Akku, du musst Speicherkarten kaufen. Vielleicht musst du dir irgendwann mal einen Blitz dazu kaufen, wenn du das brauchst. Du musst dir ein Stativ vielleicht dazu kaufen, wenn du das brauchst und so weiter. Also es ist nicht nur mit der Kamera an sich getan, sondern du brauchst drumherum dann halt auch noch so ein bisschen Extra-Equipment. Und das sollte man alles in so eine Budgetfrage mit einplanen von Anfang an. Wie viele Objektive brauchst du? Brauchst du verschiedene Objektive oder reicht erst mal ein Objektiv am Anfang? Das sind alles so Fragen, die man sich mal stellen muss. Und dann solltest du ein bisschen recherchieren, solltest du dir mal eine Liste machen, was benötigst du? Gerade am Anfang reicht es wirklich eine Kamera, ein Objektiv erst mal anfangen, aber auch so für die Zukunft geplant. Nicht, dass du jetzt dein gesamtes Budget dafür ausgibst und dann am Ende gar nichts mehr hast und vielleicht aber noch ein zweites Objektiv bräuchtest irgendwann mal, dann ist das natürlich auch blöd. Also diese Budgetfrage ist natürlich eine ganz zentrale Frage und da solltest du dir auf jeden Fall dein Limit setzen und dann mal eine Liste machen, was brauche ich auf jeden Fall am Anfang, was könnte ich vielleicht noch brauchen und dementsprechend auch deine Entscheidung fällen. Du siehst also, es sind eine ganze Menge Fragen und diese ganzen Fragen, die solltest du für dich einfach selber erst mal beantworten und dann damit auch mal in ein Kamerafachgeschäft gehen, schau dir die verschiedenen Kameras an, sprech mit jemandem, der sich dort auskennt und zeig dem auch mal deinen Fragenkatalog und die Antworten dazu und dann kann der dir auf jeden Fall auch entsprechend weiterhelfen. Ich möchte heute mal so ein bisschen auf nützliches Zubehör eingehen. Ich habe ja schon ein Video gemacht zur Kaufempfehlung von Kameras und heute möchte ich dir mal zeigen, was du neben der eigentlichen Kamera mit einem Objektiv, das ist ja so das absolute Grundsetup, sage ich mal, was man braucht, um zu fotografieren, was man zusätzlich noch kaufen könnte. Das bedeutet nicht, dass du es kaufen musst. Es sind einfach nur so ein paar Ideen, wo ich sage, das sind nützliche Helfer, die man noch zusätzlich kaufen könnte, wenn man da ein weiteres Budget hat, wenn man sich mit der Fotografie ein bisschen vertiefen möchte. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, die braucht man auf keinen Fall. Aber das hier sind Sachen, die sich für mich über die Jahre hinweg eigentlich wirklich bewährt haben, wo ich gesagt habe, das sind nützliche Sachen, die man zusätzlich für die Fotografie noch brauchen könnte. Und da würde ich einfach ganz gerne mal starten. Und zwar mit dem größten hier, damit wir das danach vom Tisch packen können. Und zwar ein Stativ. Stative gibt es in ganz unterschiedlichen Formen, Größen und Gewicht. Ich habe jetzt hier das Manfrotto BeFree Stativ. Das gibt es inzwischen, ich glaube, in dreifacher neuer Ausführung. Ich habe eines der ersten damals gekauft. Und es ist ein sogenanntes Reisestativ. Reisestative sind besonders klein, kompakt, zusammenzufalten und sind auch relativ leicht. Also ich glaube, das Stativ wiegt jetzt hier so, ich weiß es nicht genau, anderthalb Kilo ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen. Und es ist relativ schmal und auch kompakt. Also ich kann das locker halt in einen Kamerarucksack packen oder in einen Koffer oder wie auch immer. Also man kann damit sehr gut reisen. Stative gibt es aber auch in anderer Form. Und zwar gibt es die auch in richtigen Klopper-Varianten. Also das ist jetzt hier mal ein relativ großes und schweres Stativ. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum gibt es da unterschiedliche Größen, warum unterschiedliches Material und so weiter. Man kann Stative für relativ günstiges Geld schon auch in diversen einschlägigen Elektronik-Fachmärkten kaufen. Die sind dann wirklich, da geht es ab 15 Euro los, sage ich mal. Die sind dann aber auch relativ instabil. Also das ist dann kein gutes Material und das wackelt relativ schnell. Und gerade wenn du unterwegs bist, zum Beispiel dort fotografierst, wo es relativ windig ist, dann kann so ein ganz günstiges Stativ schon mal schnell anfangen zu wackeln. Und das ist ja dann auch nicht das Wahre. Deswegen die meisten Stative sind entweder aus Carbon oder aus Aluminium gefertigt. Ich habe jetzt hier unten das größere Stativ. Das war zum Beispiel eine Carbon-Variante. Carbon ist halt ein bisschen leichter. Relativ leicht, auch relativ stabil, aber dafür relativ teuer. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie viel Geld möchte man für ein Stativ ausgeben. Je mehr man für ein Stativ ausgibt, normalerweise, dann wird es auch ein bisschen stabiler, vielleicht sogar ein bisschen leichter. Und es hält natürlich auch länger. Also das Stativ, was ich hier unten habe, da habe ich richtig Geld für bezahlt. Aber ich weiß halt auch, das kann ich halt eigentlich auch mein Leben lang benutzen. Also außer, ich schmeiße es mal eine Klippe runter. Aber ansonsten ist das eigentlich eine einmalige Investition gewesen. Gehe ich jetzt mal zumindest stark davon aus. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Jahre und es funktioniert genauso wie am ersten Tag noch. Ich habe mich mal beraten lassen, so ein bisschen bei Stativen. Und da wurde ich gefragt, was ich denn damit machen möchte. Und ich habe halt gesagt, ich fotografiere gerne Landschaften und so weiter. Und da wurde mir empfohlen, dass ich ein Stativ nehme, was ich so weit ausfahren kann, dass ich durch den Kamerasucher gucken kann, wenn ich normal dastehe. Also das sollte so ungefähr die Größe sein. Kleiner kann man es immer machen. Größer braucht man es nicht unbedingt, denke ich mal. Also ich bin ungefähr 1,80 groß. Und da habe ich mir dann halt entsprechend von der Größe des Statives das so ausgesucht. Solche Reisestative sind immer ein bisschen kleiner. Also die kann ich jetzt nicht so weit ausfahren, dass ich da auf Augenhöhe bin. Aber in den meisten Fällen brauche ich das auch gar nicht. Ich fotografiere Landschaften sowieso eigentlich lieber aus einer Perspektive von etwas weiter unten. Weil die Perspektive so aus der Augenhöhe, das ist halt so diese ganz normale Perspektive, die man halt kennt. Und ja, ich glaube, dass die immer vielleicht nicht ganz so spannend ist. Von daher reichen halt auch kleinere Stative locker aus. Aber grundsätzlich möchte ich dir sagen, ein Stativ ist auf jeden Fall was, worüber du nachdenken solltest, wenn du jetzt nicht nur Hochzeiten fotografierst oder nur Porträts. Aber selbst wenn du Familienporträts machst und mal deine eigene Familie fotografieren willst, dann ist ein Stativ schon gut, weil wo will man die Kamera draufstellen, wenn man selber auf dem Bild sein möchte. Also ein Stativ, sage ich mal, ist immer etwas, was sich auf jeden Fall lohnt. Und da möchte ich dir jetzt keine bestimmte Marke empfehlen. Da hat ja jeder auch so seine Vorlieben. Aber lass dich da auf jeden Fall mal ein bisschen beraten in einem Fotofachgeschäft. Was auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig ist, sind Akkus. Und zwar zusätzliche Akkus. Du kriegst ja, wenn du deine Kamera kaufst, mal einen Akku mit dazu. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall einen zusätzlichen Akku noch zu kaufen. Denn so ein Akku kann immer mal leer gehen. Und dann ist es immer super, wenn man nicht das ganze Fotoshooting abbrechen muss und erst wieder nach Hause, um aufzuladen, sondern wenn man da halt einfach dann ganz ruhig weiter fotografieren kann. Also ein zweiter Akku sollte auf jeden Fall sein. Ich habe, glaube ich, inzwischen fünf oder sechs Akkus, weil ich ja auch immer zwei Kameras eigentlich mit habe. Eine zum Fotografieren, eine zum Filmen. Und dementsprechend brauche ich da schon ein paar mehr Akkus, gerade wenn man filmt, geht der Akku auch schneller alle. Aber da hat man einfach immer so ein gewisses Backup und man ist beruhigt. Man muss nicht darauf achten, dass man die Kamera immer direkt wieder ausschaltet, wenn man fotografiert hat und dann fertig ist. Sondern man kann es einfach so ein bisschen laufen lassen und da macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr drum. Also so ein Ersatzakku kostet jetzt auch nicht die Welt, sage ich mal. Aber würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. und ich bin der Meinung, beim Ersatzakku sollte man vielleicht auch wirklich den originalen Ersatzakku nehmen und nicht irgendwelche Drittware. Ja, aber die sind eigentlich auch nicht so teuer. Wenn ich beim Akku bin, dann können wir auch gleich weitermachen und zwar mit Speicherkarten. Und nicht nur Speicherkarten selber, sondern auch etwas, wo man sie aufbewahren kann. Ich habe mir jetzt hier von Think Tank, heißt die Firma, habe ich mir hier so eine Tasche, das ist so eine Tasche, die so beweglich ist. Die kann ich jetzt aufmachen. Und hier habe ich ganz viele Fächer, wo ich meine Speicherkarten reinpacken kann. Also das ist jetzt hier eine Tasche für SD-Karten. Ich habe jetzt ja auch ein paar CF-Karten und so noch. Da gibt es so extra Taschen noch hier hinten. Da kann man die auch reinpacken. Aber grundsätzlich sind das jetzt hier erstmal die Taschen für die SD-Karten. Ich habe hier sogar noch Platz für meine Visitenkarten und so weiter. Das ist eine sehr schöne Tasche. Und man hat hier auch immer gleich so den Überblick, welche Karten da drin sind, weil hier das Ganze durchsichtig ist. Kann man immer sehr schön gucken. Und so habe ich meine Speicherkarten noch direkt aufbewahrt. Ich habe auch ein paar mehr Speicherkarten. Eine Speicherkarte kann immer mal kaputt gehen. Ist mir persönlich zum Glück noch nie passiert in meinen ganzen Jahren, wo ich fotografiert habe. Aber man hört es immer mal wieder, dass auch meine Speicherkarte kaputt geht. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen Ersatz dabei hat. Und gerade wenn du auf Reisen gehst, da mache ich es zum Beispiel auch so, dass ich mehrere Speicherkarten mitnehme und jeden Abend alle Daten von der Speicherkarte auch runterziehe auf meine Festplatte, damit ich die doppelt gesichert habe. Ich lasse sie aber trotzdem auf der Speicherkarte drauf. Und dann nutze ich einfach über die Reise hinweg mehrere Speicherkarten, macht die alle voll, habe das aber doppelt gesichert auf meiner Festplatte. Aber selbst wenn mir jetzt eine Speicherkarte oder aber die Festplatte kaputt geht, habe ich es immer noch mal doppelt gesichert, habe also die Dateien an zwei Orten quasi. Und so bin ich ganz sicher, dass ich dann auch wirklich mit allen Fotos, die ich gemacht habe, nach Hause komme. Ja, und so ein Ding hier kostet, ich weiß nicht, 10 Euro bei Amazon oder so. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht ist es auch ein bisschen teurer. Aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ein paar mehr Speicherkarten und auch ein entsprechendes Etui dazu, dass man die gut verstauen kann. Dann, was auch ganz wichtig ist, Mikrofasertücher. Und die sind wirklich ganz, ganz günstig. Da muss man jetzt auch nicht in ein Fotofachgeschäft gehen für. Die kann man auch einfach online kaufen. Einfache Mikrofasertücher, um zum Beispiel das Objektiv zu putzen. Gerade wenn du viel draußen unterwegs bist, da kommt mal ein bisschen Staub drauf. Wenn du am Wasserfall fotografierst, kommen vielleicht auch mal ein paar Wasserspritzer drauf. Und mit so Mikrofasertüchern kann man das dann immer sehr schön wieder alles abwischen und hat damit dann auch wirklich immer ein sauberes Objektiv und damit auch wirklich die beste Bildqualität. Weil wenn hier viele Wasserspritzer drauf sind und gerade wenn man dann mit einer geschlossenen Blende fotografiert, alles scharf ist, dann sieht man das halt auch relativ schnell auf dem Foto. Und dann wird das Foto dadurch natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Deswegen habe ich sowas hier immer mit dabei. Habe ich mir damals mal in so einem 10er- oder 20er-Pack gekauft. Ja, und die kann man ja dann auch immer wieder sauber machen. Ist auf jeden Fall was, was immer bei mir in der Kameratasche mit dabei ist, falls mal was irgendwas dreckig wird. Dann habe ich einen Funkauslöser, beziehungsweise ist das ein Kabelauslöser, kein Funkauslöser. Der kommt immer dann zum Tragen, wenn die Kamera zum Beispiel auch auf dem Stativ steht und ich aber trotzdem nicht den Auslöser drücken möchte, weil ich ja damit die Kamera immer noch mal so ein bisschen bewege. Sondern wenn ich wirklich eine längere Belichtung zum Beispiel machen möchte und dann trotzdem mit dem Stativ arbeite und dem Auslöser mit dazu, dann bewege ich die Kamera wirklich gar nicht und das Bild wird wirklich knackscharf am Ende. Es gibt die auch in besserer Ausführung. Das ist jetzt hier wirklich ein ganz einfacher, wo wirklich nur einfach ein Auslöseknopf drauf ist. Die gibt es natürlich auch in mehreren Varianten, wo man dann zum Beispiel noch einstellen kann, wie lange man belichten möchte und so weiter. Es wird später ein Kapitel geben, Langzeitbelichtung und da wirst du feststellen, dass eine Kamera maximal 30 Sekunden belichten kann von Hause aus. Wenn du länger belichten möchtest, dann gibt es den sogenannten Balbmodus und dann kann ich mit so einem Auslöser hier, mit so einem externen Auslöser dann zum Beispiel einstellen, ich möchte 5 Minuten belichten. Ja, aber dafür bräuchte man dann auch wie gesagt so einen Auslöser. Sowas ist auch immer bei mir mit in der Tasche mit dabei. Bei mir wie gesagt in ganz einfacher Form, die gibt es auch in teurer Form. Ich nutze da dann tatsächlich immer doch eher die interne Kamerafunktion, da haben wir auch einen Selbstauslöser drin, da kann ich das auch auf 10 Sekunden stellen, dann passt das auch. Aber wenn du länger als 30 Sekunden belichten möchtest, dann ist sowas auf jeden Fall notwendig. Zwei Sachen habe ich noch und zwar habe ich hier einmal einen Mini-Multi-Stuhl und zwar, gucken wir uns das mal an, das ist hier so, ja wie so ein Schweizer Taschenmesser im Prinzip. Das ist hier tatsächlich auch von Manfrotto. Ja und da habe ich so ein paar Kleinigkeiten drin, so ein Messer, ich habe hier so ein Schraubenzieher ist da mit dabei und so Kleinigkeiten, womit man zum Beispiel, wenn du am Stativ eine Schraube locker hast, dann kann ich damit einfach die Schraube wieder festziehen. Hier ist eine Zange mit dabei, also einfach so ein kleines Multitool habe ich immer im Rucksack mit dabei, falls ich irgendwo was reparieren muss, falls ich mal irgendwo was aufschneiden muss, wie auch immer, das Ding ist mit dabei, kostet auch echt nicht viel Geld, ist super klein zusammenzufalten und du hast alles Werkzeug, was du brauchst an einer Kamera hier eigentlich mit dran. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, so ein Ding immer mit im Kamerarucksack dabei zu haben. Hat mir schon wirklich viele gute Dienste erwiesen und da sind auch echt viele Sachen mit dabei. Teilweise auch wirklich Sachen, die ich noch nie benutzt habe, aber grundsätzlich, wie gesagt, man ärgert sich, wenn man unterwegs ist und dann zum Beispiel eine Schraube locker ist und man hat einfach keine Möglichkeit, die festzuziehen und dann ist vielleicht das ganze Fotoshooting umsonst, weil das Stativ zum Beispiel wackelt und da ist dann sowas wirklich immer toll, wenn man das dann noch hat. Und was ich jetzt hier noch habe, ist einmal ein ND-Filter. Hier in der Form ist es ein variabler ND-Filter. Den kann ich so jetzt vorne auf die Kamera draufpacken. Filter, dazu werden wir auch später noch kommen, wird es auch ein Video zugeben, auch in den Langzeitbelichtungen. Da kann ich im Prinzip das Bild noch mal so ein bisschen abdunkeln und damit eine längere Verschlusszeit für die Kamera einstellen. Wenn ich das Bild abdunkele, dann kann ich länger belichten, damit ich wieder auf die gleiche Belichtung komme. Das wirst du alles in dem Video dann noch erfahren. Aber sowas ist auch mal ganz schön, wenn man ein paar schöne Effekte erzielen möchte. Wie gesagt, dazu gibt es ja noch mal ein extra Video. Kann ich aber nur empfehlen, auch gerade so eine Variablen ND-Filter hier sind super, weil ich dann auch ein wirklich großes Spektrum habe, was ich damit abdecke und nicht ganz so viele Filter brauche. Also das ist hier ein von zwei Variablen ND-Filtern, die ich immer mit dabei habe und damit dann auch zum Beispiel filme oder auch fotografiere. Das sind so die Sachen, die ich dir für den Anfang empfehlen würde. Wie gesagt, es ist kein Muss, dass du irgendwas davon kaufst, aber vielleicht mit der Zeit, wenn du merkst, die Fotografie macht dir Spaß, das eine oder andere im Fotorucksack dann noch zu ergänzen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt und das sind ja vor allem auch alles Sachen, die dem Geldbeutel jetzt noch nicht ganz so sehr wehtun. Wenn ich schon von Fotorucksack spreche, das ist natürlich auch eine gute Investition, ein Fotorucksack. Auch da gibt es natürlich von bis, was das Budget angeht, aber auch von der Größe her und so weiter. Da kannst du auch einfach mal gucken, was es auf dem Kameramarkt so gibt. Möchtest du damit zum Beispiel mehr wandern gehen, dann ist so ein Wander-Tracking-Rucksack mit Fotofunktion super oder aber brauchst du nur eine kleine Umhängetasche, weil du damit viel in der Stadt unterwegs bist, weil du Porträts machst. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie dein Setup da noch aussieht, wie viel du immer mitnehmen möchtest. Da kann ich dir jetzt keine generelle Empfehlung geben. Worauf du halt achten solltest, gerade wenn du wandern gehst zum Beispiel, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Gurte des Rucksacks wirklich gut sind, dass das bequem ist, auch wenn da viel Gewicht drauf ist. Aber ansonsten gibt es da die unterschiedlichsten Ausführungen. Es gibt nicht nur Rucksäcke, du kannst auch so eine Trollys zum Hinterherziehen mit dazu nehmen, Umhängetaschen in jeglicher Form. Da gibt es so viel auf dem Markt und ich glaube, das ist auch so eins der größten Herausforderungen eines Fotografen, seinen richtigen Kamerauksack zu finden. Ich kenne so viele Kollegen, die bis heute sagen, sie haben ihn noch nicht gefunden und man testet immer wieder aus. Ich habe auch immer wieder mal alle zwei Jahre mir einen neuen Rucksack gekauft, weil es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Kamerauksack, vor allem nicht für alles, wenn man mehrere Sachen macht. Wenn man nur wandern geht, okay, dann hat man vielleicht einen, aber wenn man mehrere Sachen macht, wie zum Beispiel Hochzeiten, Sport und Landschaft fotografieren, dann brauchst du ja für alle Gebiete der Fotografie immer ein anderes Setup und eigentlich auch eine andere Tasche. Und von daher ist das echt eine Wissenschaft für sich, aber eine Tasche könnte ich dir tatsächlich auch noch empfehlen, wäre auch noch was, was man sich anschaffen könnte, damit das Equipment entsprechend auch gut transportiert wird. Also, soviel erstmal dazu, nützliches Zubehör. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was rausziehen und wenn du Lust hast, dann schau einfach mal ein bisschen rum, was du dir davon besorgen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Heute geht es um die Blende. Die Blende ist einer von drei Säulen der Fotografie, also ein ganz, ganz wichtiges Element und die schauen wir uns heute genauer an, denn sie beeinflusst auf der einen Seite die Belichtung des Bildes und auf der anderen Seite die Schärfentiefe. Was ist die Schärfentiefe? Was ist die Belichtung? All das werden wir jetzt in diesem Video klären und danach weißt du hoffentlich Bescheid über die Blende und kannst sie richtig schön kreativ einsetzen. Wir sind hier in den Dolomiten unterwegs und ich bin gerade an den drei Zinnen. Wir gucken gerade auf die Rückseite von den drei Türmen und das möchte ich jetzt aber gar nicht so unbedingt fotografieren. Ich habe hier nämlich auch noch einen ganz coolen Fotospot gefunden, wo wir einen schönen Hintergrund haben, Bergketten, einen schönen Vordergrund, hier so ein bisschen Gestein, ein bisschen Blumen und ich fotografiere also Landschaften und möchte dabei die Blende erklären und wie man damit wirklich kreativ umgehen kann. Los geht's! Ich habe hier schon wieder mal einen Spot rausgesucht und werde jetzt hier die Kamera einfach mal aufs Stativ packen, damit wir immer die gleiche Position haben. Ist auch ganz wichtig jetzt in diesem Video, dass wir hier immer die gleiche Position haben, damit du die entsprechenden Fotos dann auch gut vergleichen kannst. Und jetzt haben wir hier ein richtig schönes Motiv. Hier im Vordergrund die Steine, im Hintergrund die Bergkette und ich denke mal, das wird am Ende ein richtig schönes Foto. Insgesamt gibt es drei Säulen der Fotografie, wie ich sie immer so schön nenne, nämlich die Blende, die Verschlusszeit und die ISO-Zahl. Und wir beschäftigen uns wie gesagt heute in diesem Video mit der Blende. Die Blende ist für mich eigentlich das wichtigste Instrument, denn sie lässt dich am kreativsten werden in der Fotografie. Die Blende, was ist das eigentlich? Die Blende sitzt vorne im Objektiv drin und du kannst es dir vorstellen wie eine kleine, runde Öffnung, die man größer oder kleiner machen kann. Und diese Öffnung lässt dann entweder mehr Licht, wenn du sie weiter öffnest, dann und dieses Licht fällt dann auf den Sensor oder aber, wenn du sie weiter schließt, fällt logischerweise weniger Licht auf den Sensor und das Bild wird damit dunkler. Die Blende kann ich bei mir an der Kamera hier vorne an diesem Einstellrad einstellen. Manche Kameras, die ein bisschen kleiner sind, die wirkliche Einsteigerkameras sind, die haben meistens nur ein Einstellrädchen und dann muss man noch eine spezielle Taste mit dazu drücken. Das kannst du dir einfach mal in deinem Bedienmenü anschauen, wo diese Taste genau liegt, aber es ist eigentlich immer relativ einfach, die Blende einzustellen. Wenn ich hier vorne an diesem Rädchen drehe, kann ich sie in die Richtung weiter öffnen oder aber auch weiter schließen. Du siehst jetzt auch sehr schön, wenn ich an diesem Einstellrad drehe und die Blende weiter öffne, dass die Lamellen, die da drum sind, sich bewegen und damit die Blende halt größer wird. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung drehe, dann wird die Blende entsprechend kleiner. Also die Lamellen ziehen sich weiter zusammen und dadurch wird das Loch, also die Öffnung, kleiner. Die Blende funktioniert eigentlich wie das menschliche Auge. Denn wenn es sehr, sehr hell ist, dann schließen sich meine Pupillen automatisch etwas, damit nicht zu viel Licht in meine Augen kommt. Und genauso machst du es mit der Blende auch. Wenn es sehr, sehr hell ist, dann musst du die Blende weiter schließen, damit das Bild etwas dunkler wird, damit wir eine normale Belichtung bekommen. Und andersherum, wenn du jetzt in einen dunklen Raum kommst, dann wirst du feststellen, dass deine Pupillen sich weiter öffnen, damit genug Licht noch auf deine Augen fallen und du am Ende auch noch genug siehst. Damit wir in der Fotografie jetzt wissen, um welche Blende es sich handelt, mit welcher Blende wir überhaupt fotografieren, gibt es sogenannte Blenden-Nummern. Und die geben quasi an, wie weit geöffnet oder wie weit geschlossen diese Blende ist. Man nennt sie auch F-Nummern oder F-Stops in Englisch. Und da gibt es zum Beispiel jetzt hier bei mir die Möglichkeit, meine Blende auf 2.8, also auf F2.8 zu stellen. Das ist die größtmögliche Öffnung meiner Blende hier bei diesem Objektiv. Und das kann ich dann hochdrehen und damit also die Blende quasi schließen auf Blende 22. Das ist die maximal geschlossene Blende bei diesem Objektiv. Jedes Objektiv hat also unterschiedliche Blendenwerte, die du einstellen kannst. Ja, also gerade Festbrennweiten, dazu kommen wir noch in einem späteren Video, was Festbrennweiten genau sind. Aber die haben zum Beispiel meistens eine weiter geöffnete Blende als Maximalöffnung und Zoom-Objektive haben da eher eine weiter geschlossene. Jetzt ist es so, dass eine weit geöffnete Blende mit einer kleinen Blendenzahl einhergeht. Das ist am Anfang vielleicht etwas verwirrend, aber eine weit geöffnete Blende hat zum Beispiel F2.8 und eine weit geschlossene Blende hat eine sehr hohe Blendenzahl, also zum Beispiel F16. Und das muss man sich am Anfang merken, es ist etwas verwirrend, weil es eigentlich irgendwie konträr wirkt, aber es gibt dafür eine ganz plausible Erklärung, denn F11 oder F8 ist eigentlich nur eine verkürzte Form der Blendenzahl. Denn wenn man sie richtig ausspricht, würde da eigentlich stehen F1 zu 11 oder F1 zu 8. Also im Endeffekt ist das Ganze eine Bruchzahl und wenn dann die Zahl unter dem Bruchstrich immer größer wird, wird die Zahl logischerweise kleiner. Also ein kleines bisschen Mathematikunterricht an dieser Stelle auch noch, aber so ist quasi das Verhältnis. Es ist eine Verhältniszahl und deswegen macht das Ganze am Ende wieder Sinn, wenn man sie komplett aussprechen würde. Es hat sich aber inzwischen eingebürgert, dass man halt einfach nur noch F11, F8, F2.8 sagt und nicht mehr F1 zu 2.8. Einfach, weil es viel zu lang wäre. Wie gesagt, mit der Blende können wir also zum einen beeinflussen, wie hell das Bild wird. Denn je größer ich die Blende aufmache, desto mehr Licht fällt auf den Sensor, desto heller wird am Ende unser Foto. Und das möchte ich dir jetzt als erstes mal hier in der Praxis zeigen. Deswegen packe ich die Kamera jetzt hier einfach mal auf das Stativ. Ihr könnt natürlich auch aus der Hand fotografieren und dann schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal konkret hier an einem Beispiel an. So, ich habe jetzt hier mal meine Kamera einfach aufgebaut und habe hier ein schönes Motiv im Vordergrund und ich habe jetzt meine Blende mal so weit geöffnet wie möglich. In meinem Fall ist das Blende 2.8. Ich mache jetzt mal ein Foto und du siehst, das Bild ist sehr, sehr hell. Es ist eigentlich komplett weiß. Es ist also überbelichtet. Das heißt, es kommt zu viel Licht auf den Kamerasensor und damit wird dieses Bild so hell. Wir müssen also das Ganze ein bisschen dunkler machen. Das heißt, wir müssen die Blende weiter schließen, damit weniger Licht auf den Kamerasensor fällt und damit das Bild dunkler wird. Jetzt drehe ich mal hier an dem Rad einfach weiter. Ich habe jetzt mal drei Schritte gemacht. Jetzt sind wir bei Blende F4. Ich mache wieder ein Foto und du siehst, es wird ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt noch weiter dran drehe, wieder drei Schritte, dann sind wir bei Blende 5.6 und jetzt mache ich wieder ein Foto und man sieht, okay, es wird immer dunkler und so langsam kommen wir in einen Bereich, wo das Bild noch nicht richtig belichtet ist, aber zumindest kann man schon mal viele Details sehen. Gehen wir wieder drei Schritte hoch. Jetzt sind wir bei Blende 8. Ich mache wieder ein Bild und wir sehen, okay, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Also es ist fast schon perfekt belichtet. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. So, jetzt bin ich bei Blende F11. Oder einfach nur Blende 11, kann man auch sagen. Und jetzt haben wir unser perfekt belichtetes Foto. Das ist also jetzt ein Foto, wo alles stimmt, wo die hellen Bildbereiche hell, aber auch nicht zu dunkel sind und die dunklen Bildbereiche auch entsprechend gut belichtet sind. Von daher ist es hier ein super ausbelichtetes Foto. Gehen wir mal weiter. Ich gehe wieder drei Schritte nach oben. Wir sind jetzt bei Blende 16. Ich mache wieder ein Foto. Und jetzt sieht man schon, okay, jetzt wird das Bild zu dunkel. Weil jetzt ist die Blende schon so klein, dass zu wenig Licht auf den Sensor fällt. Und einmal kann ich das Ganze noch erhöhen auf Blende 22. Noch mal ein Bild. Und jetzt sieht man, das Bild ist wirklich richtig dunkel, fast schon schwarz. Ja, und so kann man sich dann immer seine Blende entsprechend aussuchen, damit das Bild richtig belichtet wird. Ganz wichtig an dieser Stelle aber noch, es ist nur eine von drei großen Säulen in der Fotografie, womit man die Helligkeit des Bildes beeinflussen kann. Deswegen ganz, ganz wichtig, guck dir die nächsten Videos auch an. Es gibt ja noch ISO und Verschlusszeit. Auch damit kann man die Helligkeit des Bildes beeinflussen und alle drei wirken dann am Ende zusammen. Das bauen wir uns dann alles zusammen, wenn wir alle drei Parameter einmal durchgesprochen haben. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil wir hier natürlich auch viel mit Fachbegriffen um uns werfen, beziehungsweise ich probiere es auch gerade noch ein bisschen zu vermeiden. Der korrekte Begriff in der Fotografie ist eigentlich, dass man sagt, entweder ist ein Bild überbelichtet, ein Bild ist unterbelichtet, also überbelichtet ist zu hell, unterbelichtet ist dann zu dunkel in dem Fall oder ein korrekt belichtetes Bild. Das war in dem Fall jetzt hier bei Blende 11. Nur dass du da Bescheid weißt, wir werden das in dem Kurs immer wieder verwenden, diese Begriffe, aber ich möchte es natürlich am Anfang so einfach wie möglich halten, damit du als Fotografie Anfänger auch genau Bescheid weißt. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, welchen die Blende beeinflusst. Neben der Belichtung des Bildes ist es nämlich auch noch die Schärfentiefe. Schärfentiefe bedeutet in dem Fall, dass es immer eine Ebene im Bild gibt, die scharf ist und eine die unscharf ist. Ich lege ja irgendwo einen Punkt fest, worauf ich fokussiere und dieser Fokuspunkt wie man ihn nennt, der ist in dem Fall scharf und drumherum gibt es dann eine Schärfentiefe oder auch eine Schärfeebene und die kann ich mit der Blende entsprechend verändern. Wenn ich eine sehr weit geöffnete Blende habe, dann ist diese Schärfeebene sehr sehr klein und alles was dahinter oder davor ist wird entsprechend sehr sehr unscharf und wenn ich die Blende sehr weit schließe dann erreiche ich genau das Gegenteil dann wird alles im Bild scharf dann wird auch der Hintergrund scharf und auch der Vordergrund das möchte ich mir jetzt mit dir gemeinsam mal kurz anschauen wir sind immer noch hier in dem Motiv was wir gerade eben hatten jetzt ist es natürlich so dass wenn ich die Blende verändere und damit jetzt auch die Schärfentiefe beeinflussen möchte dann würde ich auch die Belichtung des Bildes verändern und genau da kann dich nicht wunder warum jetzt das Bild nicht heller oder dunkler wird ich werde jetzt die Verschlusszeit immer entsprechend mit verstellen damit die Belichtung des Bildes immer gleich bleibt für dich ist jetzt aber nur wichtig dass du mal darauf achtest wie sich die Schärfeverhältnisse in dem Bild ändern wie viel Schärfentiefe wir also in das Foto bekommen und wir fangen mal wieder ganz unten an bei Blende 2.8 ja also ich öffne die Blende jetzt ganz weit und wir haben ja gesagt bei einer weit geöffneten Blende dass dort wir eine sehr sehr geringe Schärfeebene haben das bedeutet dass sehr sehr wenig im Bild wirklich scharf ist und alles andere relativ unscharf wird und ich habe jetzt hier mal hinten auf die Berge fokussiert das heißt der Hintergrund wird scharf sein und jetzt wahrscheinlich bei Blende 2.8 relativ unscharf sein so schauen wir uns das ganze mal an die Verschlusszeit ist entsprechend eingestellt so dass das Bild korrekt belichtet ist und wir drücken einfach mal ab so und jetzt können wir mal hier näher heranzoomen und da sieht man dass der Berg hinten richtig schön scharf ist und wenn ich jetzt mal weiter nach vorne gehe dann siehst du dass die Steine hier im Vordergrund richtig unscharf sind und das können wir jetzt ändern indem wir die Blende weiter schließen wenn wir als alles im Bild scharf haben wollen müssen wir die Blende weiter schließen auch da machen wir jetzt einfach mal wieder ein paar Schritte ich Lichtungszeit entsprechend anpassen Foto jetzt zoomen wir wieder rein Berge im Hintergrund sind immer noch scharf und die Steine hier im Vordergrund sind wieder ein Stück schärfer geworden gehen wir weiter auf Blende 8 Verschlusszeit entsprechend einstellen gleich Belichtung wieder und jetzt haben wir hier das nächste Bild und das sollte schon relativ scharf sein du siehst jetzt hier schon den Unterschied im Vordergrund natürlich die schon wesentlich schärfer geworden als bei Blende 2.8 gehen wir auf Blende 11 machen wir wieder ein Foto und Blende 11 da gucken wir jetzt mal wieder rein die Steine im Vordergrund ja jetzt ist schon fast scharf gehen mal noch einen Schritt weiter auf Blende 16 zack machen wir wieder ein Foto und jetzt siehst du schon dass die Steine fast komplett scharf sind wir können es mal machen wir wieder ein Foto gucken mal rein und jetzt sind die Steine wirklich scharf sehr schön also du siehst wenn du die Blende veränderst wenn du sie weiter schließt dann kriegst du mehr Schärfentiefe in deinem Foto das heißt die ganze 3D Optik in deinem Bild ist auf einmal überall scharf und wenn du halt den Vordergrund oder auch den Hintergrund unscharf haben möchtest dann öffnest du Fotografie zum Beispiel ist das auch ein super Thema wenn man mit einer geöffneten Blende fotografiert dann kann man die Person sehr schön vom Hintergrund freistellen so heißt es in der Fotografie und damit hebt sie sich von dem Hintergrund ab weil der Hintergrund dann eine schöne gleichmäßige Masse ist und die Person im Vordergrund richtig schön scharf und dadurch lenkt nichts im Hintergrund ab und das wirkt dann immer sehr harmonisch auf einem Foto jetzt gibt es noch so ein paar technische Feinheiten auf die wir achten müssen so ein Objektiv hat immer einen sogenannten Sweet Spot das bedeutet es gibt immer eine Blende wo das Objektiv am schärfsten ist meistens bewegt sich das zwischen Blende 5.6 und Blende 8 bis Blende 9 dieses Objektiv hier zum Beispiel ist super knack scharf bei Blende 8 wenn man die Blende sehr weit öffnet verliert es gerade in den Randbereichen so ein bisschen an Schärfe im Bild Mittelpunkt ist es aber immer noch knack scharf wo es aber wirklich problematisch wird ist wenn du die Blende richtig weit schließt so wie wir es gerade gemacht haben mit Blende 22 dann entsteht eine sogenannte Beugungs Unschärfe und die führt dazu dass das ganze Bild einfach wieder ein bisschen matschiger wird das wirst du vielleicht am Anfang noch gar nicht so sehr merken aber je weiter du fotografierst umso mehr kriegst du einen Blick dafür dann auch wirklich in der Bildbearbeitung mal zu 100% in dein Bild rein zu zoomen und wenn du das dann mal vergleichst diese Bilder dann wirst du das wirklich feststellen dass eine Blende 22 nicht immer optimal ist um damit zu fotografieren das nur als kleiner Hinweis noch damit du da auch Bescheid weißt auch wenn du dir ein neues Objektiv kaufst dann ist es eigentlich immer wichtiger darauf zu achten wie groß die maximale Blendenöffnung ist also nicht die minimale Blendenöffnung also Bereich und dann steht dahinter 1 zu 2 Punkt 8 also das ist genau das was ich vorhin gesagt habe dass wir also die komplette Beschreibung der Blende dann in einem Verhältnis angeben wie es hier steht 1 zu 2 Punkt 8 also eine Blende 2 Punkt 8 ist die maximale Öffnung die dieses Objektiv leisten kann jetzt wird dir manchmal vielleicht auch der schnelles Objektiv um die Blende hat warum das so ist das erfährst du dann noch in den späteren Kapiteln da geht es dann auch wieder um die Verschluss Zeit da geht es dann um Schnelligkeit aber das werde ich jetzt noch nicht so krass vorgreifen sondern da schauen wir uns die nächsten Kapitel genauer zu an schnelles Objektiv heißt dass du eine Blende sehr weit öffnen kannst maximal in deinem Objektiv jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Objektiven ich habe ja gerade eben schon gesagt dass vorne auf den Objektiven auch immer die Blenden Zahl drauf steht also die maximale Blenden Öffnung und das ist dann auch bei den Objektiven immer ein bisschen unterschiedlich ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Zoom Objektiv drauf das heißt ich 24 Millimeter auf 70 Millimeter dann kann es durchaus vorkommen dass die maximale Blenden Öffnung auch etwas kleiner wird das ist gerade bei so Objektiven die es zu den Kameras immer mit dazu gibt zum Beispiel der Fall die nennt man sogenannte Kit Objektive die sind immer etwas günstiger zu haben eben weil sie so eine variable maximale Blenden Öffnung haben das hier ist jetzt ein Objektiv zum Beispiel das war schon etwas teurer und das hat eine durchgängige maximale Blenden Öffnung von 2.8 obwohl es ein Zoom Objektiv ist also es gibt auch Zoom Objektive die eine durchgängige maximale Blenden Öffnung haben je nachdem welches Objektiv haben die auch unterschiedliche Blenden Öffnung aber die sind dann meistens etwas teurer wo du aber Geld sparen kannst sind sogenannte Festbrennweiten die kannst du dann nicht in der Brennweite verändern das heißt du kannst hier nicht Zoom aber dafür haben die immer eine sehr weit geöffnete maximale Blenden Öffnung das bedeutet da kann es auch schon mal vorkommen dass du eine maximale Blenden Öffnung von 1.8 oder sogar 1.4 oder 1.2 hast gerade so ein 50 Millimeter Objektiv mit Blende 1.8 als maximale Blenden Öffnung ist super erschwinglich kostet so um die 100 bis 150 Euro also wenn du mal direkt am Anfang ausprobieren möchtest wie man mit einer sehr weit geöffneten Blende fotografieren kann und welche Effekte man damit erzeugen kann kann ich dir nur empfehlen dir eine günstige Festbrennweite zu kaufen denn damit kann man dann wirklich richtig tolle Sachen schon erreichen jetzt stellt sich dir wahrscheinlich die Frage naja Stefan ist ja alles schön und gut was du mir hier erzählt hast aber welche Blende soll ich denn jetzt eigentlich bei welchem Foto verwenden tja wenn das so einfach wäre aber natürlich kann man so ein paar Richtlinien vorgehen wir haben schon gesagt du veränderst auf der einen seite die belichtung deines bildes damit das heißt wenn du jetzt mitten am tag unterwegs knalligen sonne mit einer sehr offenen Blende fotografieren möchtest musst du entsprechend mit dem ISO oder deiner Verschlusszeit gegensteuern damit die belichtung noch richtig ist bei der Portrait Fotografie zum Beispiel fotografiere ich sehr sehr gerne mit einer sehr weit geöffneten Blende zum Beispiel Blende 2.8 weil wir dann einfach unser Motiv also unsere Person die wir da fotografieren sehr sehr schön freistellen können dem Bild scharf sein soll sowohl der Hintergrund also die Berge und auch hier der Stein im Vordergrund also wirklich alles scharf sein deswegen dort eine geschlossene Blende dann gibt es ja noch andere Bereiche der Fotografie wie zum Beispiel Stern Fotografie also wenn du abends raus gehst und die Milchstraße fotografieren möchtest da geht es gar nicht so sehr darum dass das alles scharf sein soll natürlich soll das Foto auch scharf sein aber das kann man in dem Fall dann anders erreichen da geht es eher darum dass du möglichst viel Licht auf deinen Kamerasensor fallen lassen musst weil es ja schon sehr dunkel ist draußen das heißt es gibt wenig Umgebungs Licht und deswegen muss die Blende sehr sehr weit offen sein damit der Sensor überhaupt noch genug Licht bekommt damit du auf bekommst weil die Tiere sich sehr schnell bewegen können und so weiter das besprechen wir gleich in dem nächsten Kapitel aber auch da ist es dann wieder wichtig dass du mit der Blende entsprechend gegensteuerst und so gibt es für jeden Teil der Fotografie eigentlich immer so bestimmte Richtwerte aber ich sage auch immer ganz klar die Fotografie ist nicht dafür darum Regeln zu befolgen die Fotografie nur sagen probiere dich in den verschiedenen Sparten der Fotografie aus und vor allem jetzt probiere mal aus mit der Blende zu spielen und was die Blende bewirkt damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst mit deiner Kamera was die Blende am Ende mit deinen Bildern macht ein ganz wichtiger Punkt auch noch bevor du jetzt anfängst zu fotografieren du musst deine Kamera in einen entsprechenden Modus umstellen damit du die Blende überhaupt verändern kannst wir werden auch über die verschiedenen Modi noch sprechen in einem extra kapitel das kommt auch noch nur so viel vorweg gegriffen es gibt insgesamt vier Kamera Modi die man einstellen kann den manuellen Modus zum Beispiel wo ich jetzt gerade drin bin und da kannst du alles einfach einstellen wie du möchtest es gibt im Endeffekt zwei Modi die du jetzt und die Kamera macht den Rest das sind die beiden Modi die du einstellen kannst das kannst du hier oben entsprechend verändern über die Knöpfe an der Kamera haben wir schon gesprochen du weißt also wo du deinen Modus einstellen kannst das Video zu den verschiedenen Kameramodi das gibt es natürlich dann auch noch später entsprechend in diesem Videokurs das waren jetzt schon relativ viele Informationen in diesem Video das weiß richtige Stichwort ausprobieren ich möchte dir jetzt eine entsprechende Aufgabe geben nach diesem Video dass du raus gehst mit deiner Kamera oder auch drin in der Wohnung was fotografiert wenn schlechtes Wetter ist aber dass du ausprobierst mit der Blende zu arbeiten dass du dir bewusst machst was die Blende macht mit der Belichtung des Bildes und auch mit der Schärfentiefe spiele mit der Schärfentiefe wie eingesetzt werden könnte und vor allem brich auch mal eine Regel mach doch auch mal ein Portrait mit einem scharfen Hintergrund oder geh mal raus in die Landschaft und mach auch mal ein Bild mit einer offenen Blende wo der Hintergrund oder der Vordergrund unscharf sind auch das ist möglich auch das wird schon gemacht in der Fotografie und werd da einfach kreativ das möchte dass du mit der Verschlusszeit kannst du zwei Dinge in deinem Foto beeinflussen zum einen die Belichtung also mehr oder weniger die Helligkeit und zum anderen die Bewegungsunschärfe der Verschluss sitzt direkt in der Kamera drin und zwar vor dem Sensor wenn ich jetzt das Objektiv abmachen würde dann würdest du ihn sehen und wenn ich dann auf den Auslöser drücke dann kannst du dir vorstellen wie ein kann ich jetzt einstellen wie lange dieser Vorhang aufbleibt bevor er wieder zu wird je länger dieser Verschluss offen ist desto mehr Licht fällt auf den Kamerasensor was wiederum bedeutet das Bild wird heller es wird länger belichtet andersherum wenn ich den Verschluss verkürze dann kannst du dir wie gesagt vorstellen kommt weniger Licht auf den Sensor und entsprechend wird das Bild auch dunkler denn es wird kürzer belichtet die Verschlusszeit wird logischerweise in Sekunden angegeben und wenn wir sehr kurz belichten dann sind wir natürlich auch nicht mehr im Sekunden Bereich sondern im Millisekunden Bereich also zum Beispiel kann man sagen man belichtet mit einer zweihundertstel Sekunde und das ist noch nicht mal wirklich schnell moderne Kameras können bis zu einer viertausendstel Sekunde manche sogar bis zu einer Achttausendstel wie gesagt je kürzer dieser Verschluss offen ist desto dunkler wird das Bild in die andere Richtung haben die meisten Kameras eine Begrenzung von 30 Sekunden das ist also das längste was die Kameras an sich erst mal belichten können es gibt dann noch einen sogenannten Balbmodus den man einstellen kann dann kannst du solange belichten wie du möchtest dann musst du entweder den Finger auf dann auch entsprechend sich die Verschlusszeit ändert hier steht jetzt zum Beispiel ein Fünftel ein Achtel ein Zehntel und so weiter und damit kann ich entweder wenn ich nach links drehe die Verschlusszeit verlängern oder wenn ich nach rechts drehe die Verschlusszeit verkürzen ich würde sagen wir fotografieren einfach mal eine kurze Teststrecke durch wo ich dir mal zeige wie das Ganze aussieht wenn wir mit kurzen Verschlusszeiten fotografieren und wie dunkel die Bilder dann im Endeffekt werden und gleichzeitig aber auch wenn wir mit längeren Verschlusszeiten fotografieren wie man das Bild damit dann im Endeffekt auffällt so wir sind jetzt hier gerade an der Friedrichstraße direkt am Bahnhof und du siehst jetzt auch gerade wie hier eine Straße lang fährt der Ton ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut aber ich hoffe du verstehst nicht kurz ich möchte dir jetzt als erstes mal zeigen wie die Verschlusszeit wirkt und wir damit das Bild heller oder dunkel machen können wir werden jetzt hier einfach mal anfangen du siehst jetzt hier unten die Verschlusszeit also wir ein Bild was ungefähr richtig belichtet ist du siehst jetzt hier auf der rechten Seite diese Anzeige mit plus null minus dass da der Strich genau in der Mitte ist das heißt die Kamera sagt mir es ist genau richtig belichtet wenn ich jetzt hier ein Foto mache haben jetzt hier ein Foto gemacht mit einer 40 Sekunde Verschlusszeit jetzt werde ich einfach mal als nächstes die Verschlusszeit verlängern ich werde drehen und zwar drei Schritte und dann bin ich bei einer 20 Sekunde und du siehst jetzt wie das ganze Bild heller geworden ist ich mache jetzt wieder ein Foto und du siehst automatisch okay das Bild ist heller geworden der Himmel hat keine Zeichnung mehr das ganze Bild ist jetzt einfach schon eine Blende überbelichtet andersherum wenn ich die Verschlusszeit jetzt mal drehe jetzt hier drei Schritte nach dass das ganze Bild jetzt eine Blenden Stufe zu dunkel ist es insgesamt unterbelichtet also zu dunkel geworden sieht man jetzt hier auch wieder sehr schön an der Anzeige wir sind jetzt hier im Minus Bereich und zwar genau bei dem ersten größeren Strich das heißt eine Blenden Stufe zu dunkel das kann ich jetzt noch weitermachen ich könnte jetzt auf eine 160 Sekunde zum Beispiel gehen da bin nicht bei Minus 2 von der Belichtung her also es zwei Blendenstufen zu dunkel der Himmel ist jetzt sehr schön belichtet aber der ganze Vordergrund ist natürlich viel zu dunkel und andersherum kann ich genauso gut auch wieder in die andere Richtung gehen und auf eine zehntel Sekunde zum Beispiel gehen dann ist das ganze Bild zwei Blendenstufen zu hell jetzt fährt hier die Straßenbahn durch und du siehst also je nachdem wie ich die Verschlusszeit einstelle wird das Bild dadurch heller oder dunkler und ich denke mal jetzt hast du ganz gut gesehen diesen Unterschied in der Verschlusszeit je länger ich belichte desto heller wird das Bild je kürzer ich belichte desto dunkler wird das Bild und damit kannst du die Belichtung die Helligkeit in deinem Foto sehr gut beeinflussen wie dir vielleicht eben beim Fotografieren schon aufgefallen ist gibt es auch bei der Verschlusszeit sogenannte Drittelschritte ähnlich auch wie bei der Blende und wenn ich die Verschlusszeit zum Beispiel halbieren möchte dann drehe ich an dem Einstellrad hier dreimal nach rechts und mache das Bild damit quasi um einen Blendenschritt dunkler dazwischen haben wir wie gesagt noch die Drittelschritte Einfaches Beispiel ich bin jetzt bei einer Verschlusszeit von einer Zehntel Sekunde wenn ich jetzt dreimal dran drehe dann bin ich bei einer Zwanzigstel Sekunde damit habe ich das Bild um einen kompletten Blendenschritt abgedunkelt Genauso kann ich in die Anrichtung gehen von einer Zehntel Sekunde kann ich das Ganze von der Verschlusszeit verdoppeln indem ich dreimal nach links drehe und dann bin ich bei einer Fünftel Sekunde damit habe ich das Bild um einen Blenden Schritt weiter aufgehellt jetzt haben wir eben gesehen dass die Verschlusszeit die Belichtung beziehungsweise die Helligkeit des Bildes beeinflusst aber wie auch bei der Blende gibt es bei der Verschlusszeit eine weitere Komponente die beeinflusst wird wenn ich nämlich sehr sehr kurz belichter und ich gehe Sekunde aufgenommen klingt ziemlich schnell oder und alles was in dieser 500 Sekunde passiert wird quasi auf dieses Foto gebrannt jetzt kannst du dir vorstellen eine 500 Sekunde ist super schnell und da kann eigentlich nicht viel passieren selbst wenn sich ein Motiv sehr schnell bewegt dann kann es eigentlich trotzdem nur scharf abgebildet werden andersherum wenn ich mit einer Sekunde fotografiere dann wird dieses Foto über die gesamte Sekunde aufgenommen und alles was in dieser Sekunde passiert wirst du auf dem Foto auch sehen das bedeutet wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mensch lang läuft dann wird er für eine Sekunde aufgenommen und dieser 1 Sekunde bewegt er sich ja vielleicht sogar einen ganzen Meter zwei Meter weiter und das wirst du auf dem Foto sehen und dementsprechend wird bei einer Sekunde Verschlusszeit dieser Mensch Bewegung von meinem Hauptmotiv erzeugen sondern ich kann das Ganze auch mit der Kamera selber machen das heißt ich fotografiere zum Beispiel ein Gebäude bewegt sich nicht aber wenn ich in dieser einen Sekunde die Kamera dabei bewege wirst du trotzdem Bewegungsunschärfe in deinem Foto haben und deswegen ist es ja auch so wichtig dass wenn du keine Bewegungsunschärfe in deinem Bild haben möchtest wenn alles scharf sein soll du aber mit längeren Verschlusszeiten arbeitest dass du deine Kamera stabilisierst zum Beispiel mit einem Stativ wo meine Kamera jetzt gerade drauf steht also die bewegt sich dann auf keinen Fall jetzt kann ich mit einer Sekunde lang hier dieses Gebäude belichten ist überhaupt kein Problem wird genauso scharf sein wie vorher auch weil sich sowohl das Gebäude nicht bewegt als auch die Kamera nicht wenn jetzt und genau mit diesen Tricks kann man dann so ein bisschen spielen da kann man schöne Effekte erzeugen in seinen Fotos ich könnte zum Beispiel fließendes Wasser fotografieren fließendes Wasser wenn man es länger belichtet kriegt so ein Eiseffekt quasi oder wenn ich fahrende Autos fotografiere dann verwischen die ganz ganz langsam du kennst vielleicht so einen Effekt von Motorsport zum Beispiel hast du vielleicht schon mal gesehen so ein Foto wo auch Fotografen die Kamera mitziehen so dass quasi die ganze Zeit das Motiv in der Mitte des Fotos bleibt dadurch wird der Effekt erzeugt dass das Rennauto noch scharf ist aber das komplette drumherum ist verwischt weil die Kamera sich mit bewegt und zwar genau in der gleichen Geschwindigkeit wie das Auto deswegen ist das Auto scharf und alles drumherum dann unscharf wir können auch nach Herwahl hier auf die Straße gehen und mal so eine Straßenbahn fotografieren und du wirst sehen wenn ich jetzt mit einer langen Verschlusszeit fotografiere dann wird diese Straßenbahn wenn sie durch mein Foto durchfährt verwischt sein auch ein sehr schöner Effekt können wir gleich mal ausprobieren wenn ich mit einer kurzen Verschlusszeit fotografiere dann wirst du feststellen dass diese Straßenbahn obwohl sie fährt trotzdem scharf abgebildet wird weil dieser ganz kurze moment wo dieses Foto gelichtet wird ist einfach so kurz dass die Bewegung trotzdem eingefroren wird ich würde sagen das ganze probieren wir jetzt noch mal in der Praxis aus deswegen werde ich jetzt noch mal nach vorne gehen vor den Bahnhof und da mal probieren so eine Straßenbahn einzufangen einmal scharf und einmal in Bewegung Unschärfe hier zeigen wir werden jetzt hier gleich mal anfangen mit einer etwas kürzeren Verschlusszeit also ich bin jetzt hier im Moment bei Blende 8 und die optimalen Einstellungen wären jetzt bei ISO 64 dass ich eine 30 Sekunde belichte dann haben wir ein korrekt belichtetes Bild ich werde jetzt hier mal den ISO Wert ein bisschen höher drehen damit wir kürzer belichten können dann kann ich das Ganze mit der Verschlusszeit wieder ausgleichen und könnte jetzt zum Beispiel hier auf eine 160 Sekunde gehen und jetzt warten wir mal gleich auf die ersten Straßenbahn und wenn ihr durchfährt dann sollte die obwohl sie sich bewegt komplett scharf sein ich werde das Ganze mal noch ein bisschen höher drehen ISO 800 dann sind wir bei 320 Sekunde und dann kann ich garantieren dass das Ganze scharf wird wir seht obwohl die Autos hier gefahren sind werden sie wirklich scharf abgebildet das sieht gut aus so das heißt wenn wir also kurz belichten dann haben wir auch keine Bewegungs Unschärfe im Foto drin andersherum werde ich jetzt mal die ISO zahl wieder runter drehen auf einer ISO 64 oder vielleicht gehe ich sogar mal noch tiefer hier auf low 1.0 das ist das tiefste womit gehen kann mit dem ISO wert damit ich so lange wie möglich belichten kann und ich werde mal auch noch mit der Blende ein bisschen hier weiter höher gehen das heißt ich werde die Blende noch weiter schließen auf Blende 22 das ist das maximale wo ich die Blende schließen kann und dementsprechend kann ich jetzt länger belichten hier ich drehe jetzt mal hoch jetzt bin ich bei einer halben Sekunde Verschlusszeit und ich habe ein perfekt belichtetes Bild und in dieser halben Sekunde Verschlusszeit kann ich jetzt eine richtig schöne Bewegungsunschärfe in mein Foto rein bringen jetzt warten wir mal auf eine schöne Straßenbahn dann werde ich mit einer halben Sekunde das ganze mal belichten und dann wirst du sehen wir diese Straßenbahn richtig schön verwischt und wir dadurch einen richtig schönen Effekt erzeugen dadurch erzeugen wir Dynamik im Foto und das sieht am Ende richtig klasse aus so jetzt kommt sowohl von der Seite als von der Seite eine Straßenbahn ich glaube die hält jetzt hier noch mal kurz an ein ein paar Leute einsteigen ich bin bereit habe jetzt hier soweit alles eingestellt ich gehe mal sogar noch auf eine ich mache mal sogar die Verschlusszeit noch ein bisschen länger so dass wir jetzt wieder in der richtigen belichtung sind wir haben hier einen sehr hohen kontrast umfang das und wir haben sogar noch hier oben die regional Bahn die auch noch mit durch fährt perfekt und jetzt warten wir noch bis die andere Bahn auch gleich einmal kommt aber du siehst schon diesen coolen Effekt den wir damit erzeugen jetzt gucken wir mal dass die andere Bahn auch durch fährt dann haben wir noch ein zweites Bild zur Sicherheit Achtung es geht los die Bahn gleich los zack besser weil die Bahn jetzt hier so ein bisschen zu sehr im Vordergrund drin ist schauen wir uns die beiden Bilder nochmal an also das ist das eine Bild das war das andere das gefällt mir deutlich besser also das Bild hier gefällt mir richtig gut da haben wir sowohl Straßenbahn im Vordergrund als auch da oben noch mal den Regionalexpress und das ist genau der Effekt von dem ich gesprochen habe mit einer halben Sekunde oder sogar ein bisschen mehr kann man super belichten und damit einen richtig schönen Zier Effekt erzeugen ich bin glücklich das kann man zum Beispiel mit einer Verschlusszeit mit einer längeren Verschlusszeit machen ziemlich cool was man mit der Verschlusszeit alles für Effekte erzählen kann oder und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen welche Verschlusszeit sollst du denn verwenden und ich verschiedenen Sparten der Fotografie ist in der Sportfotografie zum Beispiel wenn du bei einem Fußballspiel bist Fußballer wollen eigentlich immer scharf abgebildet werden die wollen keine bewegungs unschärf bedeutet da musst du mit kurzen Verschlusszeiten arbeiten und ich würde mal so behaupten eine fünfundetste vielleicht sogar eine tausendste manchmal eine zweitausendste Sekunde sollten da ausreichen damit tatsächlich alles komplett scharf wird wenn du Landschaften fotografierst wenn du auf einem Stativ fotografierst ist es eigentlich relativ egal du kannst in der Landschaft mit sehr langen Verschlusszeiten arbeiten du könntest zum Beispiel wenn sich schnell bewegende Wolken am Himmel sind damit einen Effekt erzielen wenn du sehr lange Verschlusszeiten verwendest und diese Wolken zu Wolken zieren machen und genauso kannst du mit kurzen Verschlusszeiten arbeiten dadurch dass du die Kamera auf eher wieder mit kurzen Verschlusszeiten weil du natürlich auch die Menschen komplett scharf abgebildet haben möchtest es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf dein Umgebungslicht an wenn du viel Umgebungslicht hast dann arbeitest du wahrscheinlich sowieso eher mit kurzen Verschlusszeiten wenn es Richtung Abend geht blaue Stunde und so weiter dann musst du die Verschlusszeit immer erzeugen kann wenn du die Kamera also bewegst dann kannst du nicht nur durch das Motiv sondern auch durch die Kamera selber Bewegungsunschärfe erzeugen da gibt es so eine Faustregel die du anwenden kannst wo ich sage deine Fotos werden auch scharf wenn du aus der Hand fotografierst und zwar kannst du eins durch deine Verschlusszeit quasi rechnen das ist immer so die Formel die im Internet steht das heißt wenn du bei 20 Millimetern zum Beispiel bist dann könntest du theoretisch aus der Hand mit einer 20 Sekunde belichten ich sage dir ganz ehrlich aus der Praxiserfahrung funktioniert das nicht ich würde das Ganze von der Verschlusszeit noch mal halbieren das heißt wenn du mit 20 Millimeter fotografierst nicht mit einer 20 Sekunde und dann bekommt man gute Ergebnisse viele Kameras haben ja inzwischen auch Stabilisierung mit in ihrem Body mit drin das hilft natürlich auch nochmal so ein bisschen aber grundsätzlich solltest du dich so an die Regel halten um wirklich scharfe Bilder hinzubekommen bei 20 Millimetern eine 40 Sekunde bei 100 Millimetern dementsprechend eine 200 Sekunde und so weiter und so fort also mit dieser Regel solltest du dann tatsächlich arbeiten du siehst also mit der Verschlusszeit kannst du genauso tolle Effekte erzielen und kreativ werden wie auch mit der Blende für meinen Teil denke ich persönlich dass die Blende noch so ein bisschen das kreativere Werkzeug ist aber auch mit der Verschlusszeit kann man wenn man längere Verschlusszeiten auswählt kann man sehr sehr schöne Effekte erzielen überleg dir mal im Endeffekt kannst du alles mit der Verschlusszeit beeinflussen was sich irgendwie bewegt also alle beweglichen Motive kannst du mit einer längeren Verschlusszeit irgendwie anders darstellen als normal als das menschliche Auge sie normalerweise sieht und das ist doch ziemlich cool oder also ich könnte zum Beispiel eine Straßenbahn als einen Mitzieher machen ich könnte Autos verschwinden lassen dass man nur noch die Lichter davon sieht wenn ich lange belichte ich längere Verschlusszeiten da ist einiges möglich ich möchte dass du jetzt raus gehst und das ganze ausprobierst also nimm deine Kamera in die Hand und experimentiere mal mit den Verschlusszeiten experimentiere mal damit wie du aus der Hand fotografieren kannst welche Verschlusszeiten du brauchst bei welcher Brennweite und dann arbeite auch mal mit einem Stativ und versuch mal mit längeren Verschlusszeiten bestimmte Effekte zu erzählen da kannst du eine ganze Menge machen viel spaß die blende und die verschlusszeit beeinträchtigen die belichtung deines fotos beim iso wert ist es ein bisschen anders früher zu analogen zeiten der fotografie hat der iso wert die empfindlichkeit des films angegeben jetzt in den digitalen zeiten ist das ein bisschen anders hier kann man quasi die empfindlichkeit des sensors verstellen wobei das nicht ganz richtig ist wenn man es technisch genau sieht es geht eigentlich nur darum dass du digital dein bild mit dem iso wert aufhellen kannst mit der belichtung des bildes hat das allerdings physikalisch gesehen zumindest nichts zu tun es ist ein digitales werkzeug womit du deine helligkeit im bild verstärken kannst aber ganz wichtig an dieser stelle nicht die belichtung sondern die helligkeit das ist wie gesagt an dieser stelle ganz wichtig diesen unterschied zu kennen so erhöht man also den iso wert wird das bild heller wenn du den iso wert verdoppelt dann kannst du die verschluss zeit zum beispiel dahingehend halbieren das hat ja einen großen vorteil denn wie du jetzt vielleicht schon mitbekommen hast vielleicht auch an der video qualität wir mussten auch jetzt an der kamera an der videokamera den iso wert nach oben drehen weil gerade eben sonnenuntergang war jetzt fängt die blaue stunde bald an und es wird dunkler wir haben weniger umgebungslicht und das bedeutet dass wir irgendwann die blende weiter öffnen müssen die verschluss zeit weiter verlängern müssen und irgendwann ist es natürlich auch wieder so dass man wenn man die verschluss zeit zu lang macht und ich aus der hand jetzt ein foto machen möchte dass die dann einfach zu lang wird und dann würde das Bild unscharf werden wegen der bewegungsunschärfe allein schon was ich hier mit der Kamera machen deswegen kommt irgendwann der iso wert zum tragen und macht das bild heller und jetzt fragst du dich vielleicht naja wenn der iso wert wenn der das bild heller macht dann kann man den einfach immer richtig schön weit nach oben drehen dem ist aber nicht ganz so denn auch der iso hat noch einen zweiten Parameter den das Foto beeinflusst und das ist das Bild rauschen und wird das Bild irgendwo ein körniger es bringt aber auch noch andere Nachteile mit sich denn der sogenannte Dynamikumfang wird kleiner die Bildqualität wird schlechter und auch die Farbwiedergabe ist nicht mehr ganz so original getreu dementsprechend insgesamt haben wir dadurch weniger Möglichkeiten in der Bildbearbeitung weil halt wie gesagt zum Beispiel die Farbwiedergabe nicht mehr wirklich treu ist das wiederum ist also ein großer Nachteil und deswegen sollte man den ISO Wert sagt man wenn man ein perfektes Bild technisch hinbekommen möchte immer so gering wie möglich halten der ISO Wert ist also etwas was man zum Schluss also nachdem man Blende und Verschlusszeit eingestellt hat dann noch einsetzen sollte wenn man es dann muss so wie jetzt in diesem Fall wenn das Umgebungs Licht also einfach ein bisschen weniger vorhanden ist ich vergleiche den ISO Wert immer so ein bisschen auch mit einem Mikrofon denn auch ein Mikrofon kann man ja digital verstärken wenn du zum Beispiel einfach nur in ein Mikrofon flüstert dann muss man entsprechend den Pegel vom Mikrofon höher drehen und genauso ist es eigentlich beim ISO Wert auch wenn also das Umgebungs Licht sehr sehr wenig ist dann muss man das Signal quasi verstärken mehr oder weniger und dementsprechend den ISO Wert nach oben drehen das Problem ist dabei wenn ich jetzt diesen Pegel am Mikrofon sehr sehr hoch drehen würde dann würde man entsprechend halt auch keine gute Qualität im Audio mehr haben du würdest ganz viele Umgebungs Geräusche noch mithören wie man normalerweise ausblenden würde und genauso ist es dann halt auch beim Bildrauschen man bekommt Übrigens mal nebenbei gesagt das Bildrauschen wovon ich schon gesprochen habe siehst du immer zuerst in den dunklen Stellen deines Fotos und gerade wenn du die dann vielleicht in der Bildbearbeitung noch etwas auffällen möchtest dann fängt das Bild dort als erstes an zu rauschen während in den hellen Bildbereichen dort siehst du Bildrauschen eigentlich relativ wenig beziehungsweise wirklich erst wenn du das richtig stark einsetzt diesen ISO Wert aber die dunklen Bildbereiche sind davon immer als erstes betroffen jede Kamera hat einen sogenannten nativen ISO Wert das ist also der Basis ISO Wert quasi der geringste ISO Wert den man in der Kamera einstellen kann und da bekommst du dann entsprechend auch das beste Bild Ergebnis beziehungsweise die beste Bild Qualität in meinem Fall jetzt hier ist zum Beispiel der native ISO was der niedrigste ISO Wert ist andersherum kannst du den ISO Wert entweder manuell einstellen du kannst aber auch der Kamera sagen sie soll das automatisch tun und dann bestimmt die Kamera immer automatisch je nachdem wie die Lichtsituation ist welchen ISO Wert sie dann quasi benutzt da kannst du das Ganze auch quasi nach oben hin deckeln du kannst also in deinem Kameramenü einstellen dass dieser ISO Wert zum Beispiel nicht ISO 3200 überschreiten soll weil sonst das Bildrauschen einfach zu stark wird übrigens hat jede Kamera auch ein eigenes Rausch Profil bedeutet manche Kameras rauschen bei ISO 3200 schon sehr viel mehr als andere Kameras die aktuellen Kameras die werden natürlich immer besser in dem Rausch Verhalten dementsprechend sind die dann meistens etwas besser und wenn du die ältere Kameras anguckst da ist ISO 3200 schon absolutes No-Go also da solltest du einfach mal immer gucken wie deine Kamera vom Rausch Verhalten her ist und schau dir einfach mal an wie weit du mit deiner Kamera gehen kannst mit dem ISO Wert bevor es für dich selber stören wird in der Bildbearbeitung oder im Endergebnis deines Fotos dann am Ende jetzt fragst du dich vielleicht noch welchen ISO Wert sollst du denn in welcher Situation überhaupt verwenden naja wenn du sehr viel Umgebungslicht hast wie zum Beispiel bei Sonnenlicht dann kannst du den ISO Wert wirklich sehr gering halten genauso wenn du mit einem Stativ fotografierst und quasi die Belichtungszeit egal ist dann kannst du natürlich auch immer die Belichtungszeit verlängern und kannst den ISO Wert immer so gering wie möglich halten das könnte ich jetzt hier wenn ich ein Stativ benutze auch sehr gut machen da kann ich immer noch mit einem ganz geringen ISO Wert fotografieren und gleichzeitig aber die Verschlusszeit einfach verlängern wenn du aber in dunklen Räumen bist wenig Umgebungslicht hast so wie jetzt hier und ich habe kein Stativ dabei dann musst du mit dem ISO Wert höher gehen genauso könnte das auch bei der Sport da brauchst du eine sehr kurze Verschlusszeit und da muss man wahrscheinlich dann auch mit den ISO Werten immer ein bisschen höher gehen also das kommt immer sehr auf die Licht Situation an die quasi vorherrscht und ob du mit einem Stativ arbeiten kannst oder die Kamera irgendwie anders noch stabilisieren kannst wenn du wirklich aus der Hand fotografierst dann muss man wahrscheinlich den ISO Wert immer ein bisschen höher drehen und da gilt es jetzt einfach die Balance zu finden wie hoch muss ich den ISO Wert wirklich drehen und wie viel kann ich auch durch Blende und Verschlusszeit machen und da ist jetzt für dich deine Aufgabe als nächstes nach diesem Video raus zu gehen mit der Kamera und auszuprobieren erstes mal wie hoch kannst du den ISO drehen ohne dass es störend wird gerade tagsüber wenn du viel Umgehungs Licht hast kannst du den ISO Wert auch mal höher drehen ohne dass man das gleich sieht weil wie gesagt nur in den dunklen Stellen des Bildes sieht man das Bildrauschen sehr schnell und gleichzeitig probiere es aber auch mal bei solchen Situationen aus in der blauen Stunde wie schnell wird da deine Kamera anfangen zu rauschen und wie weit kannst du den ISO nach oben drehen In der Fotografie gibt es ja die drei Grundsäulen die wir schon besprochen haben nämlich die Verschlusszeit die also angibt wie lange der Verschluss der Kamera offen ist wenn das Bild belichtet wird und dann auch ja quasi bestimmt wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt dann haben wir öffnen oder auch weiter schließen kann und auch bestimmt wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt und wir haben den ISO Wert und den ISO Wert den kann man auch erhöhen oder heruntersetzen und damit das Bild nochmal heller oder dunkler machen das Belichtungs Dreieck ist jetzt quasi eine Grafik und wie der Name schon sagt Dreieck haben wir drei Seiten also auf jeder Seite eine dieser drei Säule und mithilfe dieser Grafik mithilfe dieses Belichtungs Dreiecks können wir quasi immer wieder auf die gleiche Belichtung kommen wenn ich jetzt also zum Beispiel die Verschlusszeit halbiere dann muss ich auf der anderen Seite zum Beispiel die Blende um ein gewisses Maß öffnen damit das Ganze von der Belichtung her immer gleich bleibt an dieser Stelle möchte ich den Begriff des Blenden Schritt Einführen was ist ein Blendenschritt im Endeffekt kannst du zum Beispiel die ISO zahl verdoppeln und immer wenn ich diese ISO zahl wirklich verdoppelt also von 100 auf 200 zum Beispiel dann spricht man von einem sogenannten blendenschritt dann hat man quasi um eine Blende aufgehellt genauso gut könnte ich auch die Verschlusszeit verdoppeln und könnte damit auch eine Blendenstufe aufhellen wenn ich am Ende eine 30 Sekunde du wirst jetzt vielleicht feststellen dass dazwischen ja noch immer Zwischenschritte liegen das heißt ich kann zum Beispiel auch eine 40 und eine 50 Sekunde einstellen das liegt daran dass man die sogenannten Drittelschritte noch hat das heißt zwischen jedem blendenschritt gibt es immer noch die sogenannten Drittelschritte das quasi dass wenn du zum Beispiel die ISO zahl verdoppelt dann hältst du das Bild ja um eine Blendenstufe quasi auf dann müsstest du um die gleiche Belichtung zu bekommen zum Beispiel die Verschlusszeit halbieren also zum Beispiel von einer 30 Sekunde auf eine 60 Sekunde damit du dann am Ende auch wieder die gleiche Belichtung hast und wenn du den ISO von 100 auf 125 zum Beispiel du stellst dann müsstest du halt die Verschlusszeit von einer 30 Sekunde nur auf eine 40 Sekunde quasi verkürzen damit du dann am Ende wieder die gleiche Belichtung bekommst und genauso geht es natürlich auch mit der Blende wenn ich zum Beispiel die Verschlusszeit von einer 60 Sekunde auf eine 30 Sekunde verlängere dann mache ich das Bild ja damit heller und dann müsste ich die gleiche Belichtung zu bekommen und das verdeutlicht quasi dieses Belichtungs Dreieck wir haben in der Kamera eine sehr schöne Anzeige also die sogenannte Belichtungs Anzeige und die misst quasi immer je nachdem welche Belichtungs Messung eingestellt ist dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Kapitel ob das Bild quasi richtig belichtet ist und da gibt es eine Anzeige die ist in der Mitte mit einer sie zeigt dir an ob du unterbelichtet oder überbelichtet bist oder korrekt belichtet und so kannst du dann sehr einfach herausfinden ob du zum Beispiel beim überbelichteten Bild die Blende nochmal schließen müsstest die Verschlusszeit verkürzen müsstest oder den ISO Wert runter drehst und gleichzeitig beim unterbelichteten Bild genau andersrum dann müsstest du den ISO hochdrehen die Verschlusszeit verlängern oder die Blende weiter öffnen wir machen jetzt hier mal ein paar Fotos am Passo Giao in Italien und da werde ich dir einfach mal direkt in der Kamera zeigen wie ich die Einstellung verändere und dann entsprechend mit den anderen Einstellungen wieder gegensteuere los geht's so wir haben uns jetzt hier platziert mit der Kamera und ich finde das ist erstmal ein sehr schönes Motiv vielleicht warten wir macht aber nichts ich möchte mit dir jetzt mal durch sprechen was ich jetzt hier machen kann um die Belichtung gleich zu behalten und trotzdem die Einstellung zu verstellen ich habe ja jetzt wie du siehst die Blende 8 das sieht man unten in den Einstellungen da steht F8 links daneben steht eine 200 Sekunde Verschlusszeit und ISO ist bei mir 64 und jetzt hier auf der rechten Seite siehst sehr schön dass wir hier diese Anzeige haben diese Belichtungsanzeige plus 0 und minus steht da und der Strich steht genau bei 0 das bedeutet die Kamera sagt mir das Bild ist jetzt korrekt belichtet wenn ich du auch dass diese Belichtungsanzeige immer genau in Drittelschritten unterteilt ist jeder Strich der jetzt dazugekommen ist quasi mein Drittelschritt wenn ich jetzt einmal die Verschlusszeit von einer 400 Sekunde einen Schritt zurück mache auf eine 320 Sekunde dann ist genau einer von diesen Strichen weg gegangen so und wenn ich jetzt eine 400 Sekunde haben möchte und damit fotografieren möchte dann müsste entweder den ISO Wert anheben oder ich müsste die Blende weiter aufmachen und zwar genau drei Drittelschritte also eine Blendestufe quasi dann müsste ich jetzt von Blende 8 auf Blende 5.6 gehen und dann ist das Bild wieder richtig belichtet war jetzt einfach mal eins zwei drei Schritte und jetzt sind wir bei Blende 5.6 und das Bild wird wieder richtig belichtet wir sind jetzt also wieder genau bei 0 andersherum wenn ich jetzt die Blende wieder auf 8 stelle dann könnte ich genauso gut auch den ISO Wert anheben und zwar um drei Drittelschritte 1 2 3 jetzt bin ich bei ISO 125 und wir haben wieder genau die gleiche Belichtung und so kann ich jetzt mit den Einstellungen hin und her spielen sage ich jetzt auch ich möchte mehr Schärfentiefe noch drin haben deswegen wähle ich lieber Blende 11 so und jetzt muss ich dich wieder gegensteuern zum Beispiel mit der Verdopplung der Verschlusszeit jetzt bin ich wieder bei einer 200 Sekunde und dann habe ich wieder die richtige Belichtung das ist jetzt also dieses Zusammenspiel aus diesen drei verschiedenen Variablen und das ist ganz wichtig dass man das verstanden hat dass man quasi immer in drittelschritten nach oben oder nach unten gehen kann und dass man mit diesen drei Variablen quasi spielen kann und damit das Bild sowohl in der Helligkeit in der Belichtung als aber auch mit anderen Effekten wie zum Beispiel der Schärfentiefe beeinflussen kann Eine Kleinigkeit möchte ich zu dem Begriff Belichtungsdreieck noch erwähnen denn eigentlich ist der Begriff Belichtungsdreieck nicht wirklich fachlich richtig Warum ist das so die Blende und die ist ja quasi nur digital dass das Bild aufgehellt wird das ganz wichtig dass die Belichtung und die Helligkeit dass das zwei unterschiedliche Begriffe sind also der ISO Wert verstärkt quasi nur die Helligkeit des Bildes und das auch nur digital deswegen ist der Begriff Belichtungsdreieck an dieser Stelle eigentlich nicht wirklich richtig weil ISO nicht die Belichtung beeinflusst aber das nur so am Rande für die meisten Fotografen bleibt es halt einfach das Belichtungsdreieck an dieser Stelle jetzt stellst dir wahrscheinlich die Frage welche Variable du überhaupt als erstes einstellen sollst und wie überhaupt ich kann dir mal meine Vorgehensweise erklären als erstes stelle ich immer die Blende ein denn mit der Blende habe ich das kreativste Werkzeug in der Kamera und kann also mit der Schärfentiefe arbeiten und das ist für mich immer so der wichtigste Punkt wie viel Schärfentiefe möchte ich im Bild haben das kommt immer ganz darauf an was ich gerade fotografiere zum Beispiel jetzt hier in der Landschaft bin ich gerade unterwegs in den Bergen da fotografiere ich immer mit einer sehr großen Schärfentiefe mache die Blende also relativ weit zu Blende 8 Blende 11 in die Richtung wenn ich Portraits fotografiere dann fotografiere ich sehr gerne mit offener Blende einfach um diesen schönen Effekt zu haben dass ich das Motiv also die Person von dem Hintergrund schön freistellen kann also mache ich dort die Blende ein bisschen weiter auf das ist immer so der erste Schritt oder die erste Gedanke den ich habe muss ich die Blende weiter schließen oder weiter öffnen auch zum Beispiel wenn ich mitten in der auch um das Umgebungslicht was du noch besitzt dann stelle ich als nächstes die Verschlusszeit ein und auch da muss ich mir wieder überlegen möchte ich Bewegungsunschärfe oder nur Bewegungsschärfe quasi haben das heißt soll wirklich alles komplett scharf sein auch wenn wir bewegende Objekte mit im Foto drin haben in der Sportfotografie zum Beispiel ist das ganz klar da muss ich dann halt auch eine sehr kurze Verschlusszeit einstellen damit das Motiv dann wirklich auch am Ende komplett scharf ist und auch wenn ich aus der Hand fotografiere brauche ich eine gewisse Verschlusszeit damit ich nicht selber mit der Kamera zu sehr wacke und damit eine Bewegungsunschärfe hereinbringe das ist also Nummer zwei und wenn ich diese beiden Komponenten eingestellt habe dann kommt für mich zum Schluss der ISO Wert und der ISO Wert den versuche ich immer so gering wie möglich zu halten einfach weil ich die bestmögliche Bildqualität in der Kamera haben möchte und da geht es nicht nur darum dass weniger rauschen vorhanden ist da geht es auch darum dass die Farbtreuheit quasi noch vorhanden ist da geht es darum dass ich genug Dynamikum Umfang habe weil all das verschlechtert sich wenn du den ISO höher drehst und auch insgesamt die schärfe des Bildes lässt natürlich dadurch ein bisschen nach deswegen probiere ich den ISO Wert immer so gering wie möglich zu halten wir hatten ja schon darüber gesprochen in dem Video über ISO dass sowieso jede Kamera ein bisschen anderes Rauschverhalten hat dementsprechend lerne da deine Kamera einfach so ein bisschen kennen wie weit du mit den ISO gehen kannst kleiner Push sein soll wenn mir da noch ein bisschen Helligkeit im Bild fehlt dann drehe ich den ISO höher ansonsten probiere ich alles mit der Blende und der Verschlusszeit zu regeln das war es mit dem Kapitel zum Thema Belichtungs Dreieck für dich heißt es jetzt wieder die Kamera nehmen und raus gehen und probieren mal die verschiedenen Einstellungen zu ändern also zum Beispiel die Verschlusszeit zu verändern und dann entsprechend mit der Blende oder der ISO zahl gegen zu steuern so dass du immer wieder auf die gleiche Belichtung heraus kommst und dann schau einfach auch auf die Belichtungsanzeige in deiner Kamera ob sie dir anzeigt dass du richtig belichtest und das ist dann im Endeffekt der Schlüssel dazu dass du immer ein korrekt belichtetes Bild hast und gleichzeitig auch bestimmen mit der Blende zu beeinflussen also all das spielt jetzt quasi miteinander zusammen und für dich heißt es jetzt mit diesen drei variablen immer das perfekte Bild zu machen und die perfekten Einstellung für deine Kamera zu treffen das erfordert eine ganze Menge Übung deswegen ist es auch so wichtig dass du sehr viel mit übst und ich empfehle dir jetzt direkt mit der Kamera raus zu und und das Ganze aus zu probieren wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim fotografieren heute bin ich hier wieder in den Neolomiten unterwegs und zwar bin ich hinter den drei Zinnen auf der anderen Seite und wir haben hier ein wunderschönes Motiv allerdings und das sieht man jetzt ganz gut wenn man sich immer ein bisschen mit dreht wir fotografieren quasi ein bisschen ins Gegenlicht die Sonne steht noch ein bisschen hoch ich möchte jetzt hier trotzdem ein Foto machen und wir haben also das große Problem dass wir hier wahrscheinlich erstens auf dem Kameradisplay gar nicht so gut erkennen können wegen dieser ganzen Sonneneinstrahlung und so weiter wie wir das Bild korrekt belichten müssen und das andere Problem ist wahrscheinlich auch dass wir sowohl so ein paar ausgefressene helle Bildstellen haben als auch ein paar schwarze Bildstellen einfach weil der Kontrast so extrem hoch ist und genau deswegen gibt es ein Hilfsmittel in der Kamera und auch in der Bildbearbeitung und das ist das Histogramm und dieses Histogramm schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an los geht's so wir haben die Kamera jetzt hier aufgebaut und ich werde als erstes einfach mal ein Foto machen damit du überhaupt siehst was ich meine denn wenn ich jetzt hier das Ganze mal entsprechend von der Belichtung richtig einstelle ich stelle jetzt hier meine Blende 8 ein ISO ist bei 64 und ich habe eine 125 Sekunde dann sagt mir mein Belichtungsmesser dass genau sehen ja ich könnte jetzt hier durch meine elektronischen Sucher noch ein bisschen gucken aber auch hier kann ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig beurteilen ob ich nicht zu helle Stellen oder zu dunkle Stellen im Bild habe das geht natürlich in dunklen Räumen einfach immer besser und deswegen gibt es ein Hilfsmittel sowohl in der Kamera als auch in Bildbearbeitungsprogramm und das heißt Histogramm das ein bisschen anders in meiner Kamera ist es einfach so dass ich hier oben den Display Button ein paar Mal drücken muss und dann bekomme ich jetzt hier das Histogramm angezeigt in Lightroom zum Beispiel findest du das Histogramm rechts oben da siehst du diese Grafik das ist wie so ein Diagramm mit mehreren Ausschlägen und ich werde dir als erstes mal zeigen wie das Histogramm eigentlich aufgebaut ist das Histogramm wie gesagt ist eine Grafik ein Diagramm und geht von links nach rechts links sind die dunkelsten Bildbereiche also die Schwarzwerte dann kommen so die Schatten Bereiche dann kommen in der Mitte die Mittelwerte auf der rechten Seite kommen dann die hellen Bildbereiche also die Lichter nennt man sie auch und ganz rechts sind dann die Weißtöne das ist also das wo es wirklich in dem Fall jetzt hier hat mein Histogramm zum Beispiel einen relativ hohen Ausschlag auf der linken Seite das heißt wir haben relativ viele dunkle Bildbereiche wir haben aber auch einen sehr großen Ausschlag auf der rechten Seite das heißt wir haben auch sehr viele helle Bildbereiche und dadurch dass das Histogramm jetzt gerade auf der rechten Seite an dem rechten Rand angrenzt bedeutet dass dass wir Bildbereiche haben in der Bildbearbeitung nichts mehr retten und das zeigt mir dieses Histogramm quasi an es ist ein Werkzeug mit dem ich meine Belichtung besser einstellen kann bzw. besser beurteilen kann der Ausschlag in dem Histogramm zeigt dir an wie viele Bildbereiche davon betroffen sind es zeigt dir nicht an welche Bildbereiche also wo die genau lokalisiert sind in dem Foto es zeigt dir nur an wie viele dunkle Stellen im Bild haben aber es sagt mir quasi nicht wo diese dunklen Stellen im Bild sind das kann ich ja selber visuell mit meinen Augen dann überprüfen jetzt ist auch noch ganz wichtig wie kann ich das Histogramm beeinflussen in der Kamera kann ich das tun mit ISO Blende und Verschluss Zeit ich kann also die Blende wenn ich das Histogramm weiter nach links schieben weil es ich könnte die Verschluss Zeit verkürzen oder ich könnte auch den ISO Wert weiter runter drehen andersherum wenn ich das weiter nach rechts schieben möchte genau anders Blende weiter öffnen Verschluss Zeit länger machen oder den ISO Wert weiter nach oben drehen in der Bildbearbeitung habe ich dazu auch einige Möglichkeiten da können wir jetzt mal Lightroom reingucken da habe ich nämlich insgesamt fünf Regler die ich bedienen das kann ich mit dem Belichtungs Regler auch simulieren dann habe ich aber noch weitere Möglichkeiten und das ist der große Vorteil dass ich dieses Histogramm in der Bildbearbeitung tatsächlich sogar noch ein bisschen besser beeinflussen kann als in der Fotografie an sich weil ich nämlich jetzt die Möglichkeit habe die Lichter die Schatten die Weißtöne und auch die Schwarztöne einzeln zu bewegen und damit das Histogramm in bestimmten Bereichen nur zu verändern das heißt ich könnte jetzt nur die Schwarztöne anheben ich könnte nur die Schatten anheben oder auch dunkler machen und genauso könnte ich das auch mit den Lichtern machen die kann ich entweder dunkler oder heller machen ohne dass ich dann aber die Schatten dabei bearbeite das ist in der Kamera ein bisschen schwieriger hier kann ich also wirklich nur an der Belichtung feilen wie ich schon gesagt habe es ist von kamera zu kamera sehr unterschiedlich wie du das histogramm dann anzeigen lassen kannst da schau einfach mal in der bedienungsanleitung deiner kamera nach beziehungsweise einfach mal bei youtube googeln dein kameramodell eingeben und histogramm dazu und es gibt eigentlich zu jedem kameramodell inzwischen genug videos wo dir genau gezeigt wird visuell wie du dann menschaftsfotografie ist es für mich immer sinnvoll dass ich ein histogramm am ende in dem bild habe wo nichts entweder links oder rechts anschlägt das bedeutet ich habe keine ausgebrannten hellen stellen die ich nicht mehr retten kann und ich habe auch keine abgesoffenen tiefen die komplett schwarz sind ich möchte also überall im bild details haben ich möchte überall helligkeits werte haben wo ich details sehen im bild und ich habe ja vorhin schon hier ein foto gemacht und wenn man sich jetzt hier das histogramm anguckt das schlägt sehr stark rechts an ich könnte das jetzt hier noch ein bisschen dunkler machen aber dann siehst du schlägt es auch auf der linken seite an wir werden also niemals ein Foto hinbekommen wo wir alle helligkeits werte des bildes mit details versehen können relativ das ganze einsetzen kann dass bestimmte bildbereiche komplett schwarz sind oder komplett weiß also davon nicht leiten lassen jetzt dass ich jetzt sage ich möchte in meinem fall jetzt hier in der landschaftsfotografie so ein histogramm haben das kann bei dir natürlich auch völlig anders aussehen ich so wie ich jetzt hier habe das heißt die kamera bewegt sich kein bisschen und jetzt mache ich mehrere bilder ich mache ein zu dunkles bild also ich werde jetzt hier mal die verschlusszeit auf eine 400 ungefähr einstellen und dann sehe ich in der Vorschau vom histogramm okay das schlägt jetzt nur noch links an aber nicht mehr rechts das heißt ich habe jetzt alle bildbereiche die zu hell sind gerettet jetzt mache ich ein Foto so dieses Foto habe ich im Kasten jetzt habe ich natürlich das problem wir haben noch zu dunkle stellen ein bild jetzt machen wir genau das gleiche bild nochmal die kamera hat sich ja nicht bewegt steht auf einem stativ jetzt mache ich das ganze von der verschlusszeit mal ein bisschen heller und zwar so hell dass links nichts mehr am histogramm anschlägt jetzt mache ich wieder ein bild jetzt habe ich zwei bilder die kann ich mal nebeneinander legen die sind pixelgenau übereinander das eine ist hell das andere dunkel wenn ich diese beiden bilder jetzt in der bildbearbeitung kombinieren kann und daraus ein bild quasi machen kann wo alle helligkeits werte mit details versehen sind dann habe ich genau das erreicht dann habe ich am end ein dass man darauf achtet dass man keine ausgebrannten stellen in den hellen bildbereichen hat denn die kann man auf gar keinen fall mehr retten bei dunklen bildbereichen bei zu dunklen bildbereichen ist das einfacher da kann man in lightroom zum beispiel oder auch in anderen bildbearbeitungsprogrammen relativ einfach die schatten wieder hoch ziehen und man kriegt meistens noch sehr viele details heraus obwohl man sich so denkt eigentlich muss das doch komplett schwarz sein also merke dir einfach lieber das bild ein bisschen unter belichten wenn du noch alle details haben möchtest sobald du aber ein bild über belicht ist dann ist das eigentlich verloren zumindest die hellen stellen im bild von daher da immer merken lieber ein bisschen zu dunkel belichten eine sache ist noch ganz wichtig worauf du achten solltest wenn du in der kamera die das histogram anzeigen lässt dann ist das das histogram der jpeg vorschau warum ist das jetzt ein unterschied es ist einfach so bei einem jpeg bearbeitet die kamera ja quasi das bild schon vor also da wird noch mal kontrast drüber gelegt da wird auch entsprechend an den farben noch bisschen gedreht und so weiter und so fort dementsprechend gucken wir uns also das histogram eines bearbeiteten Fotos denn es kann natürlich sein dass das histogram jetzt hier schon sagt wir sind schon hier am anschlag aber die raw datei hat eigentlich noch ein paar mehr möglichkeiten das solltest du einfach bedenken dass du in der kamera ein histogram der jpeg vorschau anschaust und nicht von der raw datei das histogram der datei siehst du dann wenn du in lightroom importierst und dir dann anzeigen lässt schauen wir uns das ganze foto jetzt nochmal am computer an ich bin jetzt in lightroom drin habe dort das foto reingezogen und du siehst jetzt hier oben rechts wieder das histogram das sieht doch relativ ähnlich aus wie das histogram auch in der kamera nur dieses mal wie gesagt ist es nicht das histogram der jpeg datei der jpeg vorschau datei die man auf dem display der kamera sieht sondern diesmal ist es das histogram von der raw datei und die raw datei habe ich ja schon gesagt ja da gibt es ein bisschen mehr spielraum und deswegen sieht das histogram hier so ein kleines bisschen anders aus man sieht aber auch hier auf der rechten Seite stößt das histogram an und deswegen haben wir auch hier diese Dreiecke die aufleuchten auch in der linken seite im schwarz bereich stößt das ganze so ein bisschen an wenn ich jetzt einmal die taste j drücke dann wird mir auch automatisch angezeigt hier mit diesen roten und blauen pixeln wo ausgebrannte stellen sind oder wo auch schatten bereiche sind wo auch keine details mehr vorhanden sind wo es also komplett schwarz ist das haben wir einmal hier oben in den wolken drin und einmal hier unten so ein kleines bisschen in den felsen wenn ich jetzt nochmal j drücke dann ist das ganze wieder weg und man kann sich dieses histogramm jetzt hier sehr schön veranschaulichen zum einen finde ich das histogramm hier ein bisschen schöner weil es größer dargestellt wird und zum anderen kann man das histogramm in der Bildbearbeitung auch noch mal ein bisschen präziser manipulieren denn wir haben hier nicht nur die Möglichkeit die Belichtung durch die Verschlusszeit oder durch Öffnen und Schließen der Blende zu verstellen sondern wir haben auch noch weitere Regler die man hier verstellen kann wenn ich mir jetzt hier mal in den Grundeinstellungen anschaue ich habe hier einmal den Belichtungsregler also das ist quasi das was wir auch in der Kamera einstellen können ich kann also die Belichtung entweder heller machen oder dunkler aber gleichzeitig kann ich auch noch einzeln die Lichter ansprechen die Tiefen die Weißwerte und die Schwarzwerte und wenn ich jetzt hier oben in das Histogramm reingehe dann siehst du je nachdem wo ich den Mauszeiger hin bewege dass die Fläche hier so ein bisschen gehighlighted wird ich bin jetzt hier in der Mitte drin und hier unten steht immer was wir hier gerade uns angucken wenn wir jetzt hier mal gucken Belichtung also das ist quasi dieser Regler hier wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter nach rechts gehe dann steht da auf einmal Lichter und das ist der Regler hier das heißt ich kann mit diesem Regler diese rechte Seite hier so ein bisschen mehr bestimmen und wenn ich ganz nach rechts gehe dann steht auf einmal weiß dann bin in weiß einzelnen Teil dieses Histogramms mit einem einzelnen Regler ansprechen und kann den entweder weiter nach links oder weiter nach rechts schieben also heller oder dunkler machen das kann ich in der Kamera nicht dort habe ich wie gesagt nur die Möglichkeit die Belichtung zu verändern und hier der Bildbearbeitung kann ich das Histogramm also wesentlich besser noch einstellen das sollte man einfach im Hinterkopf haben wenn man fotografiert wenn man vor allem im RAW fotografiert im RAW Modus weil man dann halt später nachträglich noch das Histogramm so ein bisschen verändern kann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an ich kann jetzt hier zum Beispiel die Lichter mal ein bisschen weiter runter ziehen und jetzt sieht man auch wie der rechte Teil des histogramms sich weiter Richtung Mitte also weiter Richtung links bewegt ich ziehe den Regler weiter nach links also bewegt sich auch dieser Teil des histogramms weiter nach links es wird also dunkler gemacht man sieht es jetzt auch sehr schön im Foto nicht nur auf dem histogramm dass die hellen bildbereiche hier abgedunkelt werden das sieht man sehr schön im Himmel und da wo die Wolken sind also wenn ich jetzt das Ganze mal runter ziehe dann dunkel ich die hellen Stellen im Bild also weiter ab genauso könnte ich auch die weiß Töne noch so ein kleines bisschen weiter nach unten ziehen und jetzt sieht man auch dass das histogramm nicht mehr anstößt was jetzt ganz wichtig ist für jemand der das das erste mal macht der denkt jetzt stößt das histogramm nicht mehr an jetzt habe ich alle Details drin dem ist nicht ganz so wenn ich jetzt nämlich das hier wirklich mal richtig weit runter ziehe und auch die lichter dann wirst du feststellen dass wir bestimmte bereiche haben die trotzdem hier komplett weiß sind und jetzt nur komplett grau werden also da kriegen wir trotzdem keine Zeichnung mehr rein gerade hier oben so ein bisschen oder auch hier in dem Bereich da sieht man trotzdem das ist einfach nur eine Fläche quasi ohne dass da irgendwelche Zeichnung drin ist man kann es abdunkeln aber man kriegt deswegen nicht mehr Zeichnung und mehr Details hinein das ist ganz wichtig zu verstehen also das Histogramm stößt jetzt hier nicht mehr wirklich an in dem Fall aber trotzdem haben wir da keine Zeichnung mehr drin so jetzt machen wir das Ganze Tiefen hier noch so ein bisschen auf hellen und vielleicht sogar auch die Schwarzwerte so ein bisschen mit rüber ziehen und jetzt haben wir schon wesentlich mehr Details im Bild drin also jetzt schieben wir das ganze Histogramm so ein bisschen in der Mitte zusammen und dadurch können wir noch so ein paar mehr Details gewinnen also die Lichter die packe ich jetzt hier mal ein bisschen weiter runter noch und jetzt ist dieser Kontrast Umfang nicht mehr ganz so groß und dann die Maus drücke und gedrückt halte und dann nach rechts oder links ziehe kann ich auch das hier verschieben ich bin jetzt gerade in der Belichtung und du siehst dass ich jetzt der Belichtungsregler hier auch verschiebt wenn ich mit der Maus nach rechts oder nach links gehe also du kannst auch das Histogramm hier so bearbeiten dass du direkt in Histogramm quasi deine Maus hinziehst wo du das gerade brauchst das ist vielleicht für manche noch ein bisschen angenehmer als mit den Reglern hier zu arbeiten so viel also zum Thema Histogramm ganz ganz wichtig an dieser Stelle sei noch mal gesagt es ist ein Hilfsmittel du kannst es verwenden du musst es nicht verwenden du kannst entweder darauf achten dass du ein technisch sauberes Bild machst indem du nichts anschlagen rechts oder links du kannst aber auch kreativ werden indem du sagst du machst das genau mit Absicht für mich wäre jetzt wichtig dass du deine kamera in die hand nimmst und das ganze ausprobierst probiere vor allem auch mal aus den Unterschied zu sehen von dem Histogramm in der JPEG Vorschau auf der Kamera und dann vergleichst du das Ganze mal mit dem Histogramm von der Bildbearbeitung dass du dafür ein Gefühl bekommst wie das Ganze funktioniert mach auch mal eine Belichtungsreihe so wie ich es gemacht habe mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen und füge die später mal in der Bildbearbeitung zusammen all das hast du ja in diesem Video gesehen so kannst du also dein Histogramm auch selber noch gut beeinflussen natürlich auch mit einer Einzelbelichtung möchte ich alles selber bestimmen und die Kamera komplett selbstständig einstellen oder soll die Kamera für mich doch vielleicht ein bisschen was übernehmen weil ich mich doch unsicher fühle oder weil es die Situation so hergibt all das werden wir in diesem Video klären ich werde dir alle vier Kameramodi die Skipp vorstellen und auch die Vor und Nachteile besprechen viel Spaß die verschiedenen Kameramodi kann ich bei mir hier an diesem Einstellrad einstellen hier hat man zum Beispiel M A S und P ich habe dann jetzt hier noch U 1 2 und 3 da kann ich mir also verschiedene Profile selber drauf legen aber wichtig ist erstmal dass man diese vier Kameramodi also M A S und P versteht was die eigentlich machen die hat eigentlich jede Kamera Fangen wir mal mit der Programm Automatik an also P das ist quasi der Automatik Modus der Kamera da übernimmt die Kamera alles für dich sowohl die Einstellung für die Verschlusszeit als auch die Einstellung für die Blende dieser Modus ist natürlich insofern ganz gut dass die Kamera einfach selber analysiert welche Verschlusszeit welche Blende sie braucht und du musst im Prinzip nicht mehr viel machen als auf den Auslöser zu drücken Klingt erstmal ganz spannend ist aber eigentlich relativ kontraproduktiv denn natürlich beschneidet es dich irgendwo in deiner eigenen Kreativität das Problem auch ist dass es natürlich eine ganze Menge verschiedener Varianten gibt wie ich die Blende und die Verschlusszeit zueinander einstellen kann und dabei immer die korrekte Belichtung bekommen ich könnte zum Beispiel die Blende ganz weit aufmachen und dafür die Verschlusszeit sehr kurz halten ich kann auch die Blende schließen und die Verschlusszeit länger machen beides ergibt das gleich korrekt belichtete Bild aber vielleicht möchte ich eher mit einer offenen Blende oder eher mit einer geschlossenen Blende fotografieren ich möchte mehr oder weniger Schärfentiefe im Bild haben das kann ich alles mit der Programm Automatik nicht beeinflussen das übernimmt alles automatisch die Kamera für mich und da habe ich lichtet sein und zum anderen das Bild muss scharf sein alles andere überlässt du quasi der Kamera und es gibt außerdem neben der Programmautomatik bei vielen Kameras sogenannte Motivauswahlen zum Beispiel gibt es bei solchen Motivprogrammen gerne einen Nachtmodus bei diesem Nachtmodus achtet die Kamera darauf dass es möglichst eine lange Verschlusszeit gibt damit man eine Langzeitbelichtung machen kann und man somit in der Nacht noch genug von der Umgebung sieht dann gibt es bei vielen auch einen sogenannten Sportmodus da wird die Verschlusszeit zum Beispiel ganz kurz gehalten damit eben die schnell bewegenden Motive auch wirklich knackscharf eingefangen werden im Portrait Modus zum Beispiel da fotografiert man eher mit einer offenen Blende also da achtet die Kamera darauf dass man mit offen Blende fotografiert und in Landschaft Motiv Modus zum Beispiel fotografiert die Kamera mit einer geschlossenen Blende damit man alles im Bild wirklich scharf hat das hat nicht jede Kamera meistens ist es eher bei den Einsteiger Kameras dass man solche Motivauswahlen noch hat ich habe sie jetzt hier zum Beispiel nicht drin aber du kannst ja einfach mal bei deiner Kamera gucken wenn sie sowas hat kannst du theoretisch auch diese Programm Automatik nutzen das sind auch alles voll Automatik der wo du und wir gucken jetzt hier einfach mal in der Umgebung wie das Ganze sich verhält wenn wir mit einem vollautomatischen Modus fotografieren los geht's so ich bin jetzt in der Programm Automatik und wenn ich jetzt hier das Ganze so mal festhalte dann bin ich bei Blende 5 oder einer 100 Sekunde wenn ich jetzt die Kamera weiter schwenge dann siehst du schon wie sich sowohl Verschlusszeit als oben in den Himmel jetzt die Kamera halte und jetzt siehst du schon jetzt schließt sich die Blende noch weiter wenn ich jetzt hier weiter rüber gehe also die Kamera misst quasi immer was die optimale Belichtung ist und sowohl Blende als auch Verschlusszeit verändern sich dann automatisch ich mache jetzt hier einfach mal ein Foto und du siehst jetzt auch schon dass sich das Foto gut aussieht nur ist korrekt belichtet ich habe jetzt halt wie gesagt nur keinen Einfluss darauf ob das Bild eher ein bisschen schärfer sein soll in der schärfen Tiefe oder die Verschlusszeit kürzer schau uns als nächstes die Halbautomatiken an da gibt es zwei Programme nämlich einmal A und einmal S wir kümmern uns als erstes um A A steht für im Englischen Arbitur Priority also die Blenden Priorität bedeutet ich stelle die Blende selber ein und die Kamera übernimmt für mich dann die Einstellung für die Verschlusszeit das ist eigentlich schon richtig cool und diesen Modus verwende ich selber auch relativ häufig weil zum Beispiel wenn ich bei einer Hochzeit unterwegs bin dann möchte ich selber die Blende einstellen ich möchte selber die Kontrolle darüber haben wie viel Schärfentiefe ich in der Kirche dann brauche ich längere Verschlusszeiten weil es dunkler ist weil weniger Umgebungslicht da ist und bin ich dann draußen brauche ich kürzere Verschlusszeiten und wenn ich das komplett im manuellen Modus machen würde dann würde ich quasi immer ganz viel hin und her stellen müssen und so kann ich mich einfach darauf konzentrieren die Motive richtig auszusuchen zu fotografieren und die Kamera übernimmt für mich einen gerne Zeitautomatik genannt im Endeffekt ist das genau dasselbe ob ich nun Blendenpriorität sage und die Blende quasi selber einstelle oder Zeitautomatik dass die Kamera automatisch die Verschlusszeit einstellt im Endeffekt ist es dasselbe wichtig ist wie gesagt dass du bei dieser Halbautomatik die Blende selber bestimmen kannst und damit mit der Schärfentiefe spielen kannst also immer die Situation wo du wirklich kreativ werden möchtest weil für mich ist die Schärfentiefe eigentlich das kreativste Mittel in der Fotografie womit ich mein Bildstil gestalten kann und immer wenn das die Möglichkeit ist dass du quasi die Verschlusszeit automatisch wählen lassen kannst ohne dass du Angst haben musst dass das Bild unscharf wird durch Bewegungs Unschärfe dann solltest du im A-Modus fotografieren ich würde sagen wir gehen auch jetzt wieder los mit dem A-Modus und machen mal ein paar Beispielbilder und dann kannst du auch direkt sehen wie die Verschlusszeit sich immer automatisch einstellt während du selber die Blende wählst so dann wechsle ich jetzt mal in den A-Modus rein jetzt kann ich mir quasi selber eine Blende aussuchen und die Verschlusszeit ändert sich nur noch man sieht es jetzt auch schon sehr schön ich bin jetzt bei der Blende 8 und du siehst wie sich die Verschlusszeit hier unten stetig verändert je nachdem wie ich quasi gerade die Kamera einstelle jetzt gehe ich mal bleibe ich einfach mal so und jetzt gehe ich mal mit der Blende weiter nach unten und dann wirst du sehen dass die Verschlusszeit immer kürzer wird also ich öffne jetzt mal die Blende und zack auf einmal haben wir jetzt eine 60 Sekunde Verschlusszeit während wenn ich jetzt auf Blende 8 zurück gehe sind wir nur noch bei einer 40 die belichtung bleibt dabei immer komplett gleich aber eben ich kann jetzt einstellen ob ich Blende 8 oder was auch immer haben möchte und in der Landschaftsfotografie sage ich jetzt einfach mal ich möchte Blende 8 haben ich könnte jetzt natürlich nebenbei auch noch den ISO Wert hochstellen also den kann ich natürlich immer noch weiter nach oben drehen wenn ich jetzt ISO 200 habe dann habe ich eine 125 Verschlusszeit und wenn ich jetzt hier aus der hand fotografiere dann habe ich auf jeden Fall noch ein scharfes Bild dann ziehe ich mal weiter runter in den dunklen Bereich dann siehst du schon wie sich die Verschlusszeit gleich komplett automatisch wieder weiter nach unten dreht einfach weil das Umgebungslicht jetzt ein mal wieder bei 125 Sekunde die nächste Halbautomatik über die ich sprechen möchte ist der Modus S S steht hierbei für Shutter Priority also die Zeiten Priorität bedeutet so viel wie dass du deine Verschlusszeit selber einstellst und die Kamera übernimmt für dich die Blenden Auswahl im Endeffekt ist das genau konträr zu dem letzten Programm und auch dafür gibt es natürlich verschiedene Anwendungsmethoden bei manchen Kameras steht hier übrigens nicht S sondern vielleicht auch T das steht dann einfach für Time da musst du dann einfach mal gucken aber normalerweise bei den meisten Kameras ist es eigentlich der S Modus genauso wie bei dem A Modus kann man das Ganze natürlich auch umgedreht sehen man kann auch sagen dass es die Blendenautomatik ist bedeutet einfach dass die Kamera die Blende automatisch einstellt jetzt kann es natürlich verschiedene Situationen geben wo die Kamera für die korrekte Belichtung an die Grenzen der Blende kommt zum Beispiel könnte es sein dass es schon von Umgebungslicht so dunkel ist dass deine Kamera die Blende am weit möglichsten öffnet und trotzdem ist die Belichtung an der Stelle dann noch zu dunkel und genau dann wendet die Kamera quasi den nächst möglichst gelegenen Blendenwert an also die am weit geöffneten Blende stelle ich zum Beispiel die Belichtungszeit also dermaßen kurz ein dass ich eigentlich eine Blende von 1 4 bräuchte um das Bild korrekt zu belichten und jetzt aber ein Objektiv wie ich hier habe mit meiner maximalen Blendenöffnung von 2.8 dann würde die Kamera automatisch Blende 2.8 übernehmen und das Bild wäre in dem Fall etwas unter belichtet jetzt fragst du dich vielleicht wo du diese Halbautomatik verwenden könntest im Endeffekt überall dort wo du deine Verschlusszeit zum Beispiel sehr kurz halten musst wo du also der Kamera wirklich sagen musst hey ich brauche hier eine tausendstel Sekunde zum Beispiel dann ist dieser S Modus genau der richtige dann weiß die Kamera nämlich okay ich muss jetzt gucken dass ich die Blende dazu noch einstelle zum Beispiel im Sport in der Sportfotografie wenn du mit einer tausendstel Sekunde arbeiten musst oder mehr um das Bild wirklich scharf zu bekommen dann weiß die Kamera okay ich muss jetzt die Blende wahrscheinlich relativ weit öffnen damit ich hier ein korrekt belichtetes Foto bekomme genauso auch zum Beispiel in der Wildlife Fotografie auch da ist es ja so dass wenn du zum Beispiel einen Gepard fotografieren möchtest der gerade sehr schnell rennt dann brauchst auf jeden Fall eine sehr kurze Verschlusszeit um diesen Geparden noch scharf zu bekommen und entsprechend wählt dann die Kamera eine Blende um das Bild korrekt zu belichten genauso entgegengesetzt wenn ich mit sehr langen Verschlusszeiten arbeiten möchte dann kann ich natürlich auch das in diesem Modus tun also wenn ich gezielt Bewegungsunschärfe einsetzen möchte wenn du zum Beispiel mit Zia fotografieren möchtest auch dafür ist dieses Programm natürlich exzellent weil auch dort die Blende wieder automatisch eingestellt wird und du die Zeit selber vorgeben kannst ich würde sagen wir probieren das ganze auch jetzt mal wieder aus wir gehen mal wieder fotografieren und du siehst gleich in dem Display die Einstellung dass sich quasi die Blende immer selbstständig von der Kamera automatisch ändert je nachdem wo ich die Kamera hinschwenke und wie sich die Licht Situation dann auch entsprechend verändert jetzt gehe ich als nächstes mal in den S Modus rein bedeutet ich stelle jetzt die Verschlusszeit ein und meine Kamera wählt dann automatisch die Blende und man sieht jetzt schon ich drehe jetzt mal die Verschlusszeit hier weiter zu dass die Blende dabei jetzt sich immer weiter öffnet und jetzt kommt auch das Phänomen gleich zustande jetzt sie nämlich das Phänomen was ich gerade eben schon gesagt habe wenn wir jetzt ein Bild haben wo ich die Verschlusszeit so weit zudrehe oder so weit minimiere dass die Blende quasi nicht weiter geöffnet werden kann von der Kamera dann wird das Bild halt zu dunkel und jetzt sieht man auch hier in dieser Belichtungsmessung auf der rechten Seite dass ich unter belichte das geht also in Minus Bereich rein und die Blende blinkt hier unten in dem Menü das bedeutet dass die Kamera eigentlich weiter die Blende aufmachen möchte aber gar nicht kann deswegen muss ich jetzt die Verschlusszeit hier mal wieder ein bisschen länger machen und je länger ich jetzt mache genau jetzt sind wir schon wieder bei der Blende 5.6 jetzt kann ich wieder fotografieren und jetzt habe ich auch ein korrekt belichtetes Bild wieder kommen wir zum aufregendsten und spannendsten Modus wo ich auch der Meinung bin dass du am meisten lernen willst und das ist der manuelle Modus also denn im manuellen Modus hast du die volle Kontrolle dort stellst du sowohl die Verschlusszeit als auch die Blende ein und die Kamera macht im Endeffekt gar nichts mehr die Kamera macht mit der Belichtungsmessung quasi die Vorgabe wie du jetzt einstellen müsstest um entsprechend ein korrekt belichtetes Bild zu haben aber sie macht es nicht selber sondern du musst es machen in diesem Modus kannst du wirklich am kreativsten werden denn du hast die volle Kontrolle über alles was die Kamera macht dieser Modus ist natürlich am Anfang gerade der Modus den Anfänger am meisten meiden aber ich sage dir ganz ehrlich stell diesen Modus dann wenn du auch Fehler machen darfst also wenn du jetzt auf einer Hochzeit bist und vielleicht die erste Hochzeit fotografierst dann würde ich dir nicht empfehlen den manuellen Modus zu fotografieren weil da einfach die Bilder sitzen müssen die kann man nicht wiederholen aber wenn du einfach raus gehst in den Garten und verschiedene Motive fotografierst einfach für dich selber dann geh ruhig in den manuellen also du kannst nicht einfach rausgehen und auf den Ausflug klicken sondern du musst dich damit befassen vorher mit dem Motiv was muss ich einstellen welche Blende muss ich einstellen und welche Verschlusszeit passt dazu oder auch anders herum aber das ist wirklich der Modus wo du am meisten gefordert bist aber auch am meisten lernst deswegen stellen wir jetzt einfach das Ganze hier mal auf den manuellen Modus und werden kreativ mit der Kamera und immer wenn du die Möglichkeit dazu hast stell es auf manuell und lerne denn in diesem Modus lernst du wirklich am meisten es ist natürlich auf der anderen seite so wenn du falsche werte einstellst also wenn du sinnlose werte einstellst dann ist der Ausschuss natürlich auch relativ hoch und dann kannst du diese unterbelichtest dann kann man das Bild halt auch nicht mehr wirklich retten genauso wenn du komplett überbelichtest von daher ist da natürlich auch immer eine gewisse gefahr da aber die kamera hilft dir wie gesagt trotzdem mit der Anzeige mit der Belichtungsanzeige ob du korrekt belichtest oder nicht also im Endeffekt geht es einfach nur darum dass du einen etwas größeren Zeitaufwand hast aber kreativer da gibt es ja dann auch diese Anzeige quasi ob das Bild korrekt belichtet ist oder nicht und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an jetzt gehe ich mal in den manuellen Modus rein jetzt habe ich die Kontrolle sowohl über die Blende als auch über die Verschlusszeit ich mag das Motiv hier sehr sehr gerne und jetzt wähle ich das wirklich mal genauso aus wie ich brauche also bei einer 60 Verschlusszeit ein korrekt belichtetes Bild jetzt könnte ich zum Beispiel sagen ja okay ich möchte aber lieber Blende 11 haben weil ich noch ein bisschen mehr schärfentiefe haben möchte dann müsste ich gleichzeitig die Verschlusszeit hier manuell selber dann noch verlängern so auf eine 30 Sekunde dann hätte ich wieder die korrekte Belichtung aber egal wo ich hingehe diese Einstellung bleiben immer gleich egal ob ich jetzt hier in den dunklen Bereich die Kamera halte dann ist es viel zu dunkel hier aber die Kamera verändert nichts sondern das muss ich alles manuell machen so ich könnte jetzt die kamera hier theoretisch auf ein Stativ packen und dann wirklich genau auswählen was ich haben möchte ich fotografiere meistens mit einer 8er Blende und passe dann entsprechend tiefer Schlusszeit hier nochmal an jetzt kann ich einfach mal ein Foto machen zack und dann habe ich auch hier wieder ein korrekt belichtetes Bild wie gesagt mit dem manuellen Modus zu fotografieren braucht einfach ein bisschen Geduld es braucht ein bisschen Zeit es braucht auch vor allem ein bisschen Übung aber diese Übung bekommst du nur wenn du mit dem manuellen Modus auch viel herum spielst gerade jetzt in solchen Situation wie hier in der Landschaft ist das super weil du da halt auch die Zeit wirklich hast jetzt fragst du dich vielleicht welchen Modus sollst du denn wann verwenden also im Endeffekt sage ich dir jetzt mal meine persönliche Präferenz den Programm Automatik Modus den nutze ich eigentlich nie also die Vollautomatik weil ich der Kamera nicht alle Entscheidungen überlassen möchte ich möchte selber entscheiden ich möchte selber kreativ werden und ich deswegen bin ich von der Vollautomatik eigentlich komplett weg die Halbautomatiken die nutze ich tatsächlich ab und zu also gerade den A-Modus wenn du jetzt quasi eine Blende vorgibst und die Zeit dann von der Kamera automatisch gemacht wird den nutze ich zum Beispiel sehr sehr häufig wenn ich Hochzeiten oder Events fotografiere einfach weil ich da dann genau weiß okay die Kamera belichtet für mich korrekt und ich kann mich in schnellen Situationen schnell darauf einstellen eine neue Komposition zu finden genauso könnte ich auch beim S-Modus argumentieren okay ich kann eine schnelle Verschlusszeit eingeben und die Kamera belichtet dann für mich trotzdem korrekt indem sie eine Blende einstellt wenn ich zum Beispiel Sport fotografiere auch da ist es immer so dass natürlich sehr schnell sich die Lichtsituation ändert und trotzdem kriege ich dann dort die richtigen Ergebnisse bei herum tatsächlich bin ich aber am meisten eigentlich wirklich im manuellen Modus weil ich sehr oft Landschaften fotografiere dort habe ich die Zeit mich mit der Kamera mit dem Motiv auseinander zu setzen dort habe ich die Zeit kreativ zu werden dort packe ich die Kamera meistens auf ein Stativ und da kann ich dann auch wirklich alles genauso einstellen wie ich möchte und je öfter man im manuellen Modus fotografiert umso einfacher werden auch die Einstellungen und dann kannst du sogar theoretisch auch eine Hochzeit im wann immer du kannst gehe in den manuellen Modus und probiere dich damit aus das übt einfach am meisten und das bringt die besten Ergebnisse so viel also zum Thema Kameramodi ich habe dir jetzt alle vier vorgestellt und für dich wie immer jetzt die Aufgabe am Ende eines Kapitels dass du dir eine Kamera nimmst und mit diesem Modi selber herumprobierst geh wirklich in alle Modi mal rein ich am besten liegen und nutze die auch und wie gesagt der tipp von mir fotografiere viel im manuellen Modus wann immer es die Zeit zulässt denn wie gesagt damit lernst du am meisten versuche die Programmautomatik so ein bisschen herauszulassen auch wenn es mit Sicherheit auch Situationen gibt wo man auch man der Programmautomatik fotografieren kann aber wie gesagt wenn du kreativ werden möchtest wenn du deine eigenen Belichtungsmessmethoden wie kann ich die überhaupt einstellen bei mir ist es relativ einfach wenn ich jetzt hier einmal in das Menü reingehe dann habe ich theoretisch hier die Möglichkeit direkt zu sagen Belichtungsmessmethoden bei mir gibt es vier Stück insgesamt standardmäßig spricht man immer von drei Nikon hat jetzt hier noch eine weitere mit dazu gepackt im Endeffekt gibt es einmal die Spotmessung es gibt einmal die mittenbetonte Messung und es gibt die Matrix Messung das sind so die drei standard messmethoden die eigentlich jede kamera hat und dann gibt es von kamerahersteller zu kamerahersteller vielleicht noch etwas besonderes wie zum Beispiel hier die lichterbetonte messung da gehe ich ganz am Ende noch mal drauf ein diese messmethoden messen wie der Name schon sagt die belichtung und zwar unterschiedlich bedeutet die Kamera und das hast du ja vielleicht schon mitbekommen hat ja an der seite immer eine belichtungs messanzeige und das ist so ein diagramm mit einem plus mit einer null in der mitte und einem minus und je nachdem wie dieses diagramm ausschlägt sagt dir deine kamera ob das bild zu dunkel oder zu hell belichtet ist und diese drei messmethoden haben halt unterschiedliche formen der messung und bewerten das bild unterschiedlich und diese drei methoden schauen wir uns jetzt mal im detail an zu allererst müssen wir mal klären wie eine kamera überhaupt licht misst denn es geht darum dass licht hier auf das objektiv fällt und dann auf den sensor und das misst im endeffekt die kamera es gab früher auch sogenannte lichtmesser womit man das licht messen konnte das war aber eine andere art der messung denn man hat tatsächlich das licht hier gemessen also wenn ich das jetzt hier oben zum beispiel in den spot reingehalten hätte dann würde da das licht gemessen werden hier geht es quasi um eine objekt messung denn ich fokussiere jetzt hier zum beispiel mal auf irgendwas und dann wird gemessen wie das reflektierte licht tatsächlich auf dem objektiv ankommt also da gibt so ein paar kleine unterschiede was jetzt aber für den anfang auch nicht wirklich relevant für dich ist wichtig ist aber dass du wissen solltest dass als referenzwert immer ein 18 prozentiges grau genommen wird das heißt wenn ich jetzt hier zum beispiel auf diesen weißen tisch fokussiere und dann auch tatsächlich wirklich nur das weiße vom tisch fotografiere also wenn nichts anderes auf so wenn du eine schwarze wand fotografiert und da wirklich nur die schwarze wand drauf ist dann würde die kamera von der belichtungs methode her vorschlagen dass wir relativ lange belichten müssen damit dieses schwarz zu einem 18 prozentigen grau wird ich werde jetzt mal die erste messmethode einstellen und ich fange mal mit der spot messung an und jetzt habe ich mir hier mal zur veranschaulichung zwei kartons gekauft einmal schwarzen karton und einmal weißen karton die werde ich jetzt jeweils einmal fotografieren und du wirst feststellen dass diese beiden kartons am ende tatsächlich genau die gleiche farbe haben beziehungsweise die gleiche helligkeit ich stelle das ganze jetzt hier mal auf die spot belichtung und jetzt werden wir also wirklich hier nur den Fokuspunkt benutzen also dieses rote viereck was du jetzt hier siehst was sich in der mitte bewegt und dadurch dass ich jetzt hier ein weißes blatt papier habe wird aber dadurch dass ich wirklich nur auf dieses weiße blatt papier jetzt fokussiere dieses weiße blatt papier als und nur dass wir jetzt einen schwarzen karton dahin gepackt haben aber wie du siehst ist jetzt die verschlusszeit von einer 250 sekunde auf einmal auf eine 20 sekunde zurück gegangen jetzt machen wir noch mal ein foto und wenn wir diese beiden fotos jetzt mal miteinander vergleichen und dann wirklich auch nur auf das papier in der mitte achten dann wirst du feststellen dass die ungefähr gleich hell sind die kamera probiert sowohl aus einem schwarzen karton ein 80% grau als belichtung heraus zu bekommen genauso wie auch bei dem weißen karton das muss man also immer dabei beachten wo wir das ganze jetzt abgehackt haben werden wir uns jetzt noch mal genauer mit der spot messung beschäftigen und zwar geht es darum dass bei der spot messung wirklich nur ein kleiner punkt von dem großen sensor genommen wird wo das licht gemessen wird und dieser kleine punkt ist automatisch auch dein fokuspunkt bedeutet wenn du jetzt also dein fokuspunkt irgendwo hin verschiebst auf einen bestimmten punkt zum beispiel bei einem porträt schiebst du den vielleicht aufs auge dann wird auch tatsächlich die helligkeit von dem auge gemessen und das als belichtungs messung am ende genommen wir haben also ein großes bild einen großen ausschnitt aber nur ein ganz kleiner punkt davon wird als referenz dafür genommen wie hell die belichtung am ende deines fotos werden soll das ist immer dann vorteilhaft gerade wenn ich einen sehr hohen dynamik umfang und einen sehr hohen kontrast umfang vor allem auch in meinem foto habe dann kann es von vorteil sein diese spot mess methode zu benutzen denn manche bereiche des bildes werden vielleicht komplett zu dunkel sein manche komplett zu hell und du kannst aber genau entscheiden welcher bereich von deinem bild dann tatsächlich die richtige belichtung haben soll ich möchte einlassen kann wie viel verschluss zeit ich benötige kann das natürlich auch komplett im manuellen modus machen weil die kamera mir ja auch die belichtungs anzeige anzeigt aber trotzdem entscheidet dann die kamera direkt für mich und ich muss gar nicht mehr groß etwas einstellen insgesamt hast du bei so einem fokuspunkt den du da benutzt also bei der spot messung an sich wirklich nur so 2-4% deiner gesamten bildfläche die für die messung genommen werden der nachteil bei so einer spot messung ist natürlich wenn du bewegende motive hast im bild dass du dann immer mit dem fokuspunkt auch wieder nachführen musst und dann tatsächlich die belichtung auch sehr schnell aus dem ruder laufen kann weil du auf einen punkt dich fokussierst der verändert sich dann aber weil sich das motiv bewegt und dann hast du eine völlig falsche belichtungs messung am ende in der kamera das heißt diese mess methode ist tatsächlich dafür geeignet wenn du erstens das motiv wirklich starr im bild hast also dass sich das nicht bewegt und zweitens wenn du auch genau weißt welcher punkt am ende tatsächlich relevant für die belichtungs messung ist wir stellen das ganze jetzt hier in der camera mal auf die sport messung und ich bin außerdem im a modus das heißt die kamera entscheidet wie hoch oder niedrig die verschlusszeit ist den iso wert habe ich jetzt hier mal auf 1000 gestellt damit wir einigermaßen noch in einem vernünftigen licht fotografieren die blende ist bei 8 und entscheidend ist jetzt immer wie gesagt die verschlusszeit hier da sind wir im moment bei einer 40 sekunde ich habe jetzt den spot hier gerade mal genau in die mitte gelegt auf die blume wenn ich den jetzt mal hier so ein bisschen verschiebe dann siehst du auch wie automatisch hier die belichtung immer so etwas mit wandert jetzt bin ich bei einer 60 sekunde weil die kamera automatisch quasi immer wieder neu misst wenn ich den Fokuspunkt hier verschiebe das ist dieses Viereck hier was jetzt gerade rot ist was gerade eben noch grün war immer wenn es grün ist bedeutet dass auf diesen Punkt fokussiert ist wenn ich jetzt hier weiter in Hintergrund gehe da ist es nicht fokussiert und dort ist der Hintergrund ja wesentlich dunkler als die Pflanze auf die ich gerade fokussiert habe kleiner Hinweis ja das ist eine Fake Pflanze von IKEA ich habe es jetzt sind wir auf einmal bei einer 20 Sekunde das ganze Bild wird dadurch heller man sieht es jetzt auch an dem Histogramm ja also der Hintergrund was jetzt eigentlich ein schwarzer Karton ist sieht hier schon in der Vorschau wesentlich heller aus als er eigentlich ist und wenn ich jetzt hier wieder den Spot zurücksetze auf die Pflanze dann sind wir hier zum Beispiel bei einer 50 Sekunde jetzt mache ich einfach mal ein Bild so gucken wir uns das Ganze gleich mal an ja also es sieht ausgeglichen belichtet aus und wie gesagt wenn ich jetzt den Spot hier weiter rüber schiebe dass ich quasi auf den schwarzen Karton belichte wird das ganze Bild wesentlich heller ich mache noch mal ein Bild und dann sieht das Ganze relativ überbelichtet aus daran hinsetzt denn sonst kann das Bild relativ schnell über oder unter belichtet sein insgesamt weil ich ja jetzt wirklich nur in diesem kleinen Viereck was du jetzt hier siehst dieses rote Viereck das ist das wo gemessen wird alles andere interessiert die Kamera in dem Moment nicht also die gesamte Blume der weiße die weiße Vase quasi und so das ist alles uninteressant es geht nur das rote Viereck die mittenbetonte Messung bei der mittenbetonten Messung wird jetzt der Bereich erweitert der zur Messung benutzt wird um das Bild richtig zu belichten im Endeffekt geht es darum wie der Name schon sagt dass in der Mitte das wichtige Motiv ist davon geht die Kamera aus und es ist so dass 75% der Gewichtung von der Belichtungsmessung insgesamt in der Bildmitte liegen und die restlichen 25% außen herum das heißt im Endeffekt wird alles irgendwie berücksichtigt aber die Betonung liegt eindeutig auf der Mitte das heißt dein Motiv sollte wirklich mittig sein und außen herum haben wir noch so ein kleines bisschen was auch mit reinspielt aber eben nicht wirklich viel wenn ich zum Beispiel Portraits fotografiere dann habe ich immer noch ein kleines bisschen Hintergrund mit drauf aber die Gewichtung liegt natürlich ganz klar in der mit in diese Messung mit reingenommen und dementsprechend ist das für Portrait Fotoshootings zum Beispiel eine sehr sehr gute Messmethode weil ich diese Gewichtung habe von 75% in der Mitte und von 25% außen herum und auch das können wir uns ja jetzt gleich mal wieder in der Kamera direkt anschauen indem wir ein kleines Beispiel fotografieren als nächstes gehen wir hier mal auf die Belichtungs Messmethode und das dass das Ganze jetzt hier anders gewichtet wird wir haben jetzt hier in der Mitte unsere 75% die 75% Gewichtung haben und alles außen herum hat noch 25% das bedeutet der schwarze Karton wird schon mit in die Berechnung mit eingenommen aber das Hauptmotiv ist in der Mitte das ist jetzt hier die Pflanze und so wird das Ganze auch relativ gut belichtet man sieht jetzt an dem Histogramm dass der Ausschlag etwas weiter links ist das heißt das ganze Bild ist etwas dunkler als es vielleicht normal ist aber grundsätzlich ist das Bild jetzt richtig belichtet weil wir jetzt die Pflanze wirklich gut belichtet haben da frisst nichts aus in den hellen Bild Bereichen und das ist gut auch wenn ich jetzt hier den Fokuspunkt hin und her bewege siehst du dass sich hier nichts mehr ändert weil der Fokuspunkt jetzt nicht mehr die Rolle spielt welches Feld die Belichtungsmessung hier in Kauf nimmt sondern das ist tatsächlich jetzt einfach nur noch das Objekt das Motiv in der Mitte auch hier mache ich jetzt mal wieder ein Foto und das sieht auch relativ gut aus und ich finde gerade jetzt hier in diesem Motiv ist die mitten betonte Mess Methode tatsächlich eine relativ gute die Größe in der Mitte wie groß dieser Spot ist wo gemessen wird ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich in manchen Kameras kannst du sogar die Größe noch ein bisschen beeinflussen von 8 Millimetern bis hin zu 12 oder 13 oder 14 Millimetern das ist immer so ein bisschen von Kamerahersteller zu Kamerahersteller unterschiedlich aber du kannst wie gesagt diese mitten betonte Messung vergrößern oder verkleinern und das hängt natürlich auch sehr stark dann wieder von deinem Motiv ab bei mir zum Beispiel ich lasse das einfach immer auf dem Standard Wert eingestellt weil ich das so eigentlich ganz gut finde aber für dich zur Info du kannst ja mal bei dir gucken ob du da die Größe von der mittenbetonten Messung noch entsprechend einstellen kannst die Kamera hat ja ein wesentlich kleineren Dynamikum als zum Beispiel das menschliche Auge und wenn wir jetzt draußen einen sehr hohen Kontrastumfang in unserem Foto haben dann kann das schon mal schnell zu Problemen führen aber genau dann ist diese Messmethode eigentlich relativ gut geeignet weil sie halt wie gesagt sich auf die Mitte des Bildes konzentriert wo unser Hauptmotiv liegt und selbst wenn wir dann eine starke Gegenlicht Situation haben wo wir direkt in die irgendwie einfällt dann wird die nicht so stark mit da reingemessen und dementsprechend funktioniert diese Messmethode besonders gut auch bei hohen Kontrastumfängen wenn wir wie gesagt das Motiv in die Mitte packen und dann kommen wir zur Matrix Messung und die Matrix Messung die stelle ich jetzt hier auch im Menü als erstes mal wieder ein gehen wir mal hier auf Belichtungsmethode Matrix Messung die Matrix ist die Kamera sehr intelligent was die Matrix Messung angeht und ich nutze in den meisten Fällen tatsächlich auch wirklich die Matrix Messung bei der Matrix Messung wird der gesamte Bildumfang deiner Kamera berücksichtigt aber die Kamera hat jetzt viele Vorteile bei der Matrix Messung denn da werden viele Dinge noch zusätzlich berücksichtigt zum Beispiel was ist im Fokus also der Fokuspunkt da wird besonderen Wert draufgelegt und der bekommt auch eine besondere Gewichtung alles was insgesamt im Fokus ist alles was insgesamt auf der Schärfeebene liegt bekommt auch eine gesonderte Gewichtung und auch alles was etwas näher dran ist bekommt auch eine gesonderte Gewichtung als das was weiter weg ist und insgesamt kann die Kamera dadurch durch verschiedene Algorithmen sehr sehr gut berechnen was jetzt tatsächlich die richtige Belichtung ist da gibt es wie dann am Ende die Belichtung richtig sein soll da werden auch Farben bewertet da werden Helligkeitswerte bewertet und so weiter und dadurch bekommt man tatsächlich mit der Matrix Messung auch wenn es ein Automatik Modus mehr oder weniger ist ein echt tolles Ergebnis ich weiß ich sage ja selber immer geh aus dem Automatik Modus deiner Kamera raus aber tatsächlich bei der Belichtungs Messung ist dieser Automatik Modus also die Matrix Messung wirklich ein richtig gutes Ding und ich nutze sie wie gesagt zu 99% aller Fälle weil man damit eigentlich immer gut hinkommt dann schauen wir uns jetzt mal die Matrix Mess Methode an stellen wir einmal um auf Matrix Messung und hier sehen wir jetzt dass das ganze Bild wieder genommen wird wir haben zwar den Fokus jetzt auf die Pflanze gesetzt deswegen wird die deutlich mehr in den Vordergrund gerückt also die Elemente sind wichtiger alles was im Fokus ist wichtiger der Fokuspunkt ist wichtiger aber auch das drumherum also der schwarze Hintergrund Karton ist auch wichtig zählt auch mit rein hat nicht ganz so die Gewichtung wie jetzt die Pflanze aber er zählt mit rein und deswegen wird das Bild hier an dieser Stelle etwas aufgehellt und die Kamera probiert das Beste aus allen Welten zusammen zu bekommen und deswegen sind wir jetzt bei einer 40 Sekunde und wenn man sich das Histogramm anschaut dann sieht man auch ganz eindeutig dass das Histogramm nirgendwo anschlägt sowohl rechts nicht als auch links nicht das heißt wir haben keine ausgefressenen Stellen in den hellen Bildbereichen und die Schatten saufen genauso wenig ab und von daher passt es an dieser Stelle eigentlich ganz gut diese Matrix Messung machen wir wieder ein Foto das ist das Endergebnis und ich finde das sieht doch richtig gut aus kann man auf jeden Fall mit leben wie gesagt bei Porträts nehme ich auch gerne mal die mittenbetonte Messung oder bei sehr sehr krassen Situation wo ich genau weiß wo ich den Spot setzen möchte nehme ich auch mal die Spot Messung aber ansonsten bin ich sogenannte Belichtungskorrektur wenn ich jetzt nicht im manuellen Modus bin sondern in einer Halbautomatik wie jetzt zum Beispiel im A-Modus oder im S-Modus dann kann die Belichtungsmessung noch beeinflusst werden wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle dass meine Kamera grundsätzlich etwas zu hell belichtet dann kann ich mit der Belichtungskorrektur arbeiten und damit das Ganze dann auch entsprechend korrigieren die Belichtungskorrektur findest du hier bei meiner Kamera hier oben dieser Knopf und wenn ich den jetzt einmal drücke dann kann ich entsprechend einstellen dass ich zum Beispiel das ganze Bild immer um eine Blendenstufe niedriger oder dunkler belichten möchte als es die Kamera gerade für mich gemessen hat wenn ich jetzt das Ganze hier revidiere dann sage ich der Kamera hey belichte mal eine Blendenstufe tiefer als normal das habe ich jetzt einfach mal eingestellt und schon wird das Bild entsprechend dunkler genauso gut kann ich das auch in die andere Richtung machen da kann ich auch das Bild heller belichten lassen diese Belichtungskorrektur funktioniert also wirklich auch nur dann wenn du in einer Halbautomatik oder wirklich in der kompletten Automatik deiner Kamera bist weil wenn du im manuellen Modus bist dann stellst du ja sowieso alles selber ein und dementsprechend ist das dann gar nicht mehr notwendig da mit einer Belichtungskorrektur zu arbeiten weil du ja sowieso alles selber einstellst aber wenn die Kamera was für dich berechnen soll und du selber feststellst naja es ist nicht ganz optimal was die Kamera macht dann kann ich hier mit dieser Belichtungskorrektur arbeiten und entsprechend das Bild dunkler oder heller gestalten lassen man sieht jetzt hier auch sehr schön wenn ich auf eine Minus 1 von der Belichtungskorrektur gehe wie dann auch das Diagramm auf der rechten Seite tatsächlich dann genau bei Minus 1 ausschlägt und andersherum wenn ich das jetzt heller mache dann schlägt es in den Plusbereich auf Plus 1 aus wenn jetzt also deine Belichtungsmessmethoden nicht immer zu 100% funktionieren dann kannst du mit der Belichtungskorrektur entsprechend noch gegensteuern und damit dann auch dein Ergebnis im Foto richtig richtig gut machen soviel also zur Belichtungsmessmethode beziehungsweise zur Belichtungskorrektur in deiner Kamera und ich hoffe dir ist so ein kleines Licht jetzt aufgegangen und du kannst das natürlich dann auch entsprechend später gut anwenden dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß nämlich beim Ausprobieren geh jetzt also raus und fotografiere wieder eine ganze Weile mit deiner Kamera nutze die verschiedenen Belichtungsmessmethoden und schau mal was für Ergebnisse dabei rauskommen heute bin ich mal in Berlin unterwegs in Berlin Mitte und genauer gesagt stehe ich gerade vor dem Berliner Dom und heute wollen wir uns mit dem Fokussieren auseinandersetzen da gibt es ja mehrere Möglichkeiten Autofokus manueller Fokus welche Arten des Autofokus wie kann ich mein Bild also komplett scharf bekommen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß wie ich gerade eben in dem Intro schon gesagt habe gibt es mehrere Möglichkeiten das Bild zu fokussieren beziehungsweise scharf zu stellen denn das bedeutet im Endeffekt fokussieren zum einen haben wir die Möglichkeit mit einem Autofokus zu arbeiten das bedeutet man überlässt quasi den Motoren der Kamera die Möglichkeit einen bestimmten Punkt anzuversieren und den dann entsprechend scharf zu stellen die andere Möglichkeit ist dass man das ganze manuell macht da kann man also selber an dem Fokusring des Objektivs drehen und damit das Bild im Endeffekt scharf stellen jetzt ist mal die erste Frage was macht denn eigentlich mehr Sinn in den meisten Fällen arbeite ich eigentlich mit dem Autofokus in bestimmten Situationen wo ich die Zeit habe wie zum Beispiel hier wo ich Landschaften oder Städte fotografiere wo ich Motive habe die sich nicht bewegen da ist es tatsächlich sinnvoll sich die Zeit zu nehmen und manuell zu fokussieren weil natürlich immer das menschliche Auge und ich als Mensch mehr Kontrolle darüber habe wie das Bild am Ende scharf gestellt wird andersherum wenn ich bewegende Objekte habe wenn ich Sport fotografiere wenn ich Kinder fotografiere die gerade beim Spielen sind auch wenn ich Porträts fotografiere wenn ich also meine Kamera nicht auf dem Stativ habe und ich die Kamera in der Hand habe und mich damit selber so ein bisschen bewege und sei es nur ein paar Zentimeter arbeite ich immer mit dem Autofokus weil damit die Kamera dann einfach wesentlich präziser wird du kannst deine Kamera einstellen ob du den Autofokus oder aber den manuellen Fokus verwenden möchtest ich kann das hier zum Beispiel an meinem Objektiv machen hier habe ich einen kleinen Schalter dann kann ich zwischen A und M wählen A für automatisch M für manuell manche Kameras haben auch direkt nochmal einen Schalter an dem Kamera Body dran wo man das umstellen kann aber eigentlich jedes Objektiv hat zumindest so einen Schalter und wenn du das jetzt auf A stellst also auf automatisch dann habe ich den Autofokus aktiviert und wenn ich das Ganze auf M stelle dann ist der manuelle Fokus aktiviert und ich muss dann entsprechend hier vorne an diesem Ring das Ganze entsprechend einstellen kümmern wir uns als erstes mal um den Autofokus denn natürlich gibt es beim Autofokus auch noch mehrere Möglichkeiten wie ich den einstellen kann je nach Situation und da würde ich sagen gehen wir als erstes mal ins Menü rein im Menü gehe ich jetzt hier mal auf die Fotoaufnahme da sieht natürlich jedes Menü auch ein bisschen anders aus muss man ganz klar sagen da guck einfach mal in deiner Kamera danach wo das bei dir einzustellen ist aber bei mir hier im Nikon Menü gehe ich unter Fotoaufnahme gehe hier weiter nach unten und hier haben wir die verschiedenen Autofokus Messfeldsteuerungen wenn ich jetzt hier mal raufgehe dann siehst du dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten haben auch das ist wieder von Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich günstigere Einsteigerkameras haben da weniger Möglichkeiten ja etwas teure Kameras haben da definitiv mehr wir fangen aber mal hier mit der automatischen Messfeldsteuerung an das ist quasi das was immer angewählt ist wenn du deine Kamera das erste Mal anmachst wenn du also dir gerade eine neue Kamera gekauft hast ist das immer so die automatische Einstellung die am Anfang eigentlich immer drin ist ja weil es so ein bisschen vereinfacht jede Kamera hat Autofokus Messfelder und davon ganz unterschiedlich viele das kommt auch wieder auf deine Kamera darauf an wie viele gerade die älteren Kameras damals ich erinnere mich noch ich hatte mal eine Kamera die hatte nur neun Autofokus Messfelder das bedeutet im Endeffekt einfach nur dass ich verschiedene Felder auf meinem Display habe die ich scharf stellen kann die ich anwählen kann und in der jetzigen Autofokus Messfeldsteuerung wo wir drin sind also in der automatischen Messfeldsteuerung übernimmt die Kamera für mich quasi automatisch die Auswahl welches Messfeld angesprochen werden soll also auf welchem Messfeld quasi scharf gestellt werden soll bei dem automatischen Messfeld ist das eigentlich immer so dass alles was sehr dicht dran ist automatisch fokussiert wird alles was weiter weg ist wird dann entsprechend nicht in den Fokus genommen es gibt da noch so ein paar Ausnahmen wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen fotografiere dann wird dieser Mensch auch immer sehr gut erkannt oder wenn ich zum Beispiel auch am Himmel einen Vogel fotografiere auch der wird sehr gut von dieser automatischen Messfeldsteuerung erkannt jetzt kann es aber natürlich vorkommen dass ich ein Hauptmotiv habe was gar nicht unbedingt im Vordergrund ist sondern was vielleicht im Mittelgrund oder auch im Hintergrund ist und da kommt diese automatische Messfeldsteuerung schon an ihrer Grenze ich kann jetzt hier nochmal reingehen und du siehst wenn ich jetzt hier weiter runter scrolle habe ich hier auch nochmal eine automatische Messfeldsteuerung für Personen und eine automatische Messfeldsteuerung für Tiere das ist jetzt ganz speziell hier bei der Nikon Kamera so also da wird nochmal besonders Wert darauf gelegt dass wenn du einen Menschen fotografierst dass der auch wirklich scharf gestellt wird genauso bei einem Tier generell kann man auch sagen dass alle Autofokus Messfelder die die Kamera ansprechen kann in diesem Modus komplett gleichwertig sind das heißt überall kann quasi fokussiert werden es gibt manche Kameras wo du da noch so ein bisschen vorbestimmen kannst wo die Kamera als erstes suchen soll aber grundsätzlich sind erstmal alle Messfelder gleichwertig und wir können das Ganze jetzt hier mal ausprobieren wie das Ganze funktioniert wie fokussiere ich überhaupt indem ich hier einmal auf diesen Auslöseknopf drücke aber nicht komplett so dass ich auslöse sondern nur zur Hälfte du spürst dann einen guten Widerstand und wenn ich den zur Hälfte runter drücke dann fokussiere ich und dann sieht man auch sehr schön hier auf dem Kameradisplay immer wieder wenn ich fokussiere dass jetzt hier diese grünen Vierecke angezeigt werden das sind im Endeffekt genau diese Messfelder die in dem Moment angesprochen werden und wo die Kamera jetzt in dem Moment auch scharf stellt man sieht jetzt hier auch sehr schön dass tatsächlich das automatische Messfeldverfahren hier sehr gut funktioniert und der Berliner Dom obwohl er nicht im Vordergrund ist sondern eher im Hintergrund ganz gut erkannt wird aber natürlich auch hier im Vordergrund die Treppe die wird auch sehr schön mit erkannt wenn ich jetzt mit Blende 8 fotografiere so wie meine Einstellung aktuell ist dann werde ich wahrscheinlich sogar ein relativ scharfes Bild von vorne bis nach hinten bekommen aber du siehst auch immer wieder je nachdem wie oft ich jetzt diesen Auslöser zur Hälfte runter drücke werden immer wieder andere Messfelder angesprochen und das ist genau das Problem dass diese automatische Messfeldsteuerung eben nicht wirklich präzise ist sondern ja es ist quasi immer so ein bisschen auf gut Glück ob das Motiv was ich jetzt eigentlich fotografieren möchte getroffen wird oder eben nicht und deswegen ist es für mich eigentlich nicht die Steuerung die ich am liebsten nutze wenn ich fokussieren möchte dann schauen wir uns mal im Menü die nächste Messfeldsteuerung an und zwar haben wir jetzt hier einmal großes Messfeld wieder für Personen und Tiere das ist wieder so ein Spezialfall von Nikon gucken wir uns aber mal großes Messfeld in Klammern klein und großes Messfeld in Klammern groß an die Bezeichnung ist vielleicht nicht ganz optimal ich würde es tatsächlich eher kleines Messfeld und großes Messfeld einfach so direkt nennen fangen wir mal mit dem großen Messfeld an im Endeffekt geht es jetzt einfach nur darum dass wir den Bereich etwas weiter eingrenzen wo die Kamera suchen kann du siehst jetzt hier wir haben schon ein schönes Vorschaubild wo wir jetzt hier ein rotes Viereck drin haben was aber relativ groß ist und in diesem roten Viereck was ich jetzt hier selber steuern kann indem ich jetzt hier mit dem Joystick hinten an der Kamera das ganze hin und her bewege nach oben nach unten nach rechts und nach links kann ich jetzt quasi zum Beispiel mal auf den Berliner Dom hier gehen und jetzt drücke ich den Auslöser wieder zur Hälfte runter da werden alle Messfelder in diesem Viereck angesprochen und dort wird dann entsprechend scharf gestellt ja also es ist im Endeffekt eine kleine Einschränkung ich habe nicht mehr ich spreche nicht mehr alle Messfelder an beziehungsweise es werden nicht mehr alle Messfelder angesprochen von der Kamera sondern ich beschränke diese Auswahl auf dieses Viereck was jetzt in dem Fall ein relativ großes Viereck ist wenn ich jetzt zum Beispiel weiß okay ich habe ein Hauptmotiv und das verändert sich nicht großartig es bewegt sich vielleicht nur so ein kleines bisschen dann kann ich damit schon sehr sehr gut arbeiten und hier in dem Fall zum Beispiel den Berliner Dom damit sehr schön scharf stellen das Ganze geht aber auch noch ein bisschen kleiner und dafür gehe ich jetzt nochmal in das Menü rein und werde jetzt mal das kleine Messfeld auswählen und jetzt siehst du den Unterschied jetzt ist also der Auswahlbereich wo die Messfelder ausgewählt werden noch sehr viel kleiner ja also dieses rote Viereck siehst du jetzt ist sehr viel kleiner geworden und damit kann ich noch präziser arbeiten jetzt kann ich hier wirklich auf die Kuppel zum Beispiel vom Berliner Dom gehen und darauf dann entsprechend fokussieren der große Vorteil bei diesen beiden Messfeldern ist einfach dass ich bestimmte Bereiche eines Fotos eher davon ausschließen kann dass sie fokussiert werden also ich habe jetzt hier wirklich einen kleinen Bereich wo ich fokussieren kann und alles andere kann ich davon quasi ausschließen dass die Kamera sagt das muss auf jeden Fall den Fokus rein denn alles was jetzt außerhalb dieses Vierecks ist wird von der Kamera definitiv nicht angesprochen es kommt jetzt so ein bisschen darauf an wie viele Fokus Messfelder deine Kamera insgesamt hat ob du in diesen Menüs jetzt hier großes Messfeld kleines Messfeld und so weiter angezeigt bekommst was jede Kamera hat ist die automatische Messfeldsteuerung und dann ist es halt entscheidend wie viele Messfeldpunkte deine Kamera insgesamt hat ob du jetzt noch großes Messfeld kleines Messfeld und so weiter hast gehen wir aber mal weiter denn als nächstes gibt es das sogenannte Einzelfeld und mit diesem Einzelfeld arbeite ich persönlich zum Beispiel sehr sehr gerne denn mit diesem Einzelmessfeld habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen ich spreche jetzt wirklich ein einzelnes Autofokus Messfeld in der Kamera an und darauf stelle ich scharf damit sind wir jetzt schon sehr sehr präzise wenn du zum Beispiel ein Porträt fotografierst und du möchtest beim Porträt ja eigentlich immer die Augen scharf stellen dann ist dieses Messfeld dafür schon mal richtig gut denn ich kann jetzt wirklich sehr präzise mit diesem Viereck was ich jetzt hier habe nur auf die Augen gehen und dann wirklich auf die Augen scharf stellen und dann wird wirklich auch auf die Augen scharf gestellt und ich habe dann wirklich ein perfekt scharfes Foto wo die Augen scharf sind ja also wie du siehst diese einzelnen Messfeldsteuerungen werden mit der Zeit immer präziser und immer kleiner das bedeutet ich schränke die Auswahl immer weiter ein und kann damit präziser arbeiten der Nachteil bei einer präzisen Steuerung ist natürlich auch wieder wenn ich jetzt was habe was sich schnell bewegt dann ist es relativ schwierig damit überhaupt dann noch zu arbeiten weil dann muss ich eigentlich immer die Kamera genau probieren mitzuschwenken um auf den Augen zu bleiben was ja zum Beispiel bei einer Sportfotografie relativ schwierig wird also da bewegen sich die Personen so schnell dass ich gar nicht mehr dieses eine Autofokus Messfeld wirklich bestimmen kann weil im nächsten Moment ist die Person schon ganz woanders und die Kamera kann jetzt aber nicht mehr sagen hey ich kann jetzt irgendwelche anderen Messfelder ansprechen von daher muss man immer so genau überlegen welche Messfeldmethode man wann anwendet beim Porträt wo sich die Person nicht bewegt oder jetzt auch wie in diesem Fall wir fotografieren hier ein Gebäude das bewegt sich auch nicht da kann ich sehr präzise mit dieser Autofokus Messfeldmethode arbeiten aber wenn ich bewegte Objekte habe die sich schnell bewegen auch Tiere im Zoo zum Beispiel oder auch kleine Kinder dann ist es tatsächlich besser einen größeren Bereich zu nehmen und der Kamera quasi so ein bisschen die Entscheidung mit zu überlassen welches Messfeld jetzt genau angesprochen werden soll dass ich da die Auswahl nur ein bisschen einschränke oder vielleicht sogar die komplette automatische Messfeldsteuerung nehme wie am Anfang gezeigt dann kann die Kamera wirklich komplett selber entscheiden einen letzten Punkt habe ich noch wenn ich jetzt hier nochmal das Menü reingehe und zwar gibt es noch das Nadelspitzenmessfeld das ist noch kleiner und noch präziser ja also wenn du jetzt hier mal guckst der Punkt ist jetzt hier wirklich sehr sehr klein den sieht man fast gar nicht mehr den nutze ich persönlich fast nie ja also ich bin tatsächlich immer in dieser Spotmessung drin wenn ich jetzt wirklich ein Messfeld anspreche das ist jetzt hier wirklich nochmal nochmal komprimierter als ein einzelnes Autofokus Messfeld und jetzt liegt es einfach an dir zu sagen in welcher Situation möchtest du welche Autofokus Messmethode nehmen das ist halt ganz ganz wichtig und da empfehle ich dir halt auch wirklich immer von Shooting zu Shooting zu gucken was habe ich gerade vor der Linse bewegt sich irgendwas schnell dann eher die Kamera ein bisschen mitentscheiden lassen bewegt sich gar nichts dann kann ich wirklich ganz präzise hier mit dem mit der Spotmessung arbeiten und habe damit wirklich auch sehr präzise Ergebnisse am Ende an dieser Stelle ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen dass von Kamerahersteller zu Kamerahersteller diese Bezeichnungen immer etwas unterschiedlich sind ich bin jetzt hier wie gesagt mit einem Nikon System unterwegs es kann durchaus sein dass Canon Sony und so weiter das immer ein bisschen anders nennen aber grundsätzlich ist die Funktionsweise eigentlich immer gleich wir können uns immer weiter einschränken auf einen bestimmten Punkt bis wir irgendwann bei der Spotmessung sind wo wir wirklich nur ein einzelnes Autofokus Messfeld ansteuern die Namen dieser einzelnen Messfeldmethoden die können ein bisschen variieren also lass dich davon jetzt nicht verunsichern falls das in deinem Kameramenü ein bisschen anders heißt die Funktionalität von der automatischen Messfeldsteuerung dass wir also alle Messfelder irgendwie mit einbeziehen könnten von der Kamera aus und die Kamera entscheidet bis hin zur Spotmessung wo wir selber festlegen welches Autofokus Messfeld dann wirklich ganz präzise genommen wird das ist eigentlich bei jeder Kamera gleich es kommt wie gesagt immer ein bisschen darauf an wie viele Autofokus Messfelder deine Kamera tatsächlich hat die neueren haben immer ein paar mehr bekommen immer mehr die älteren haben immer ein paar weniger und dann kommt es natürlich auch darauf an ja ist die Kamera ein bisschen teurer oder ist sie eher ein bisschen günstiger das entscheidet auch nochmal darüber wie viele Autofokus Messfelder tatsächlich am Ende dann vorhanden sind aber ich muss ganz ehrlich sagen diese vielen Autofokus Messfelder die es inzwischen gibt es gibt inzwischen Kameras die haben so viele das ist gar nicht mehr notwendig ja also selbst wenn deine Kamera jetzt nicht ganz so viele hat ist das meistens noch vollkommen ausreichend jetzt weißt du alles über die Autofokus Messfeldsteuerung und die verschiedenen Methoden wann du welche anwenden musst und so weiter jetzt gibt es hier in der Fotoaufnahme in dem Menü noch einen weiteren Punkt und der nennt sich Fokus Modus und da gehe ich jetzt einfach mal rein da gibt es nämlich insgesamt drei verschiedene Varianten die man anwenden kann einmal den Autofokus Single also den Einzelfokus das bedeutet wenn ich jetzt einmal hier fokussiert habe also einmal den Auslöser zur Hälfte runterdrücke dann bleibt dieser Fokus wenn ich jetzt hier gedrückt halte zur Hälfte bleibt dieser Fokus die ganze Zeit eingeloggt das heißt ich kann jetzt hier die Kamera bewegen da passiert gar nichts mehr ich habe jetzt hier einmal auf den Fernsehturm im Hintergrund zum Beispiel fokussiert also genau ja den Abstand jetzt habe ich fokussiert und wenn ich jetzt in die Richtung fokussiere dann ist dieser Fokuspunkt immer noch genauso gesetzt obwohl das Gebäude vielleicht viel näher dran ist ich kann jetzt nochmal ins Menü reingehen und dann gibt es auch den sogenannten kontinuierlichen Autofokus also AFC das hat einfach den Vorteil dass wenn ich jetzt hier einmal fokussiere und jetzt die Kamera weiter bewege dann fokussiert sie die ganze Zeit automatisch weiter mit das heißt wenn ich jetzt bewegte Motive habe die vielleicht auch auf mich zukommen dann werden die ja irgendwann aus der Schärfeebene rauskommen gerade wenn sie auf mich zukommen und da ist es wichtig dass wir kontinuierlich den Autofokus immer nachziehen das heißt dass die Kamera immer wieder neu guckt muss ich neu fokussieren und das passiert genau wenn ich das im Menü einmal den Fokus Modus auf kontinuierlichen Autofokus anwähle also da ist es auch ganz wichtig wieder zu unterscheiden haben wir Objekte oder Motive die wirklich stehen bleiben die wirklich sich nicht bewegen oder haben wir Motive die sich bewegen die auf die Kamera zulaufen vielleicht wo ich gucken muss dass der Fokus immer wieder neu gesetzt wird der dritte Punkt manuelle Fokussierung und das ist jetzt auch der Punkt wo wir als nächstes darauf zu sprechen kommen das kann ich einmal hier direkt in dem Menü einstellen manuelle Fokussierung ich kann es aber wie gesagt auch hier wie schon gezeigt am Objektiv machen also da muss ich gar nicht unbedingt in das Kameramenü rein da kann ich auch ganz einfach sagen ich stelle das hier am Objektiv ein dann bemerkt die Kamera okay wir sind in der manuellen Fokussierung und dann ja funktioniert der Autofokus hier auch gar nicht mehr also selbst wenn ich jetzt hier irgendwas drücke zur Hälfte da wird nichts mehr fokussiert wenn ich jetzt manuell fokussiere dann habe ich hier vorne an unserem Objektiv der vorderste Einstellring das ist hier quasi der Fokusring und mit dem kann ich jetzt das Foto entweder scharf stellen oder unscharf ja und da kann ich jetzt einfach durch den Sucher gucken oder auch vielleicht einfach über das Display gucken und je nachdem wie ich diesen Fokusring jetzt einstelle kann ich das Bild scharf machen oder nicht das Schöne ist dass viele Objektive tatsächlich auch eine Skala hier vorne mit dran haben da siehst du vielleicht so ein Unendlich-Zeichen dieses Unendlich-Zeichen wenn du darauf quasi deinen Einstellring einmal stellst bei mir ist es jetzt hier mit einem Display ja und wenn ich jetzt hier auf das Unendlich-Zeichen einmal fokussiere bedeutet das immer dass alles in weiter Ferne immer komplett scharf ist und dann kann ich wenn ich hier aber weiter nach vorne den Fokus setze also alles näher an mich ranhole dann siehst du jetzt hier zum Beispiel auf zwei Meter Entfernung ist jetzt alles scharf auf ein Meter ist alles scharf auf einem halben Meter ist alles scharf also mit dieser Skala kannst du dann sehr einfach arbeiten aber natürlich ist es immer umso besser wenn du durch den Super einmal durchschaust und wirklich auch kontrollierst ob das Bild scharf ist ich packe jetzt meine Kamera mal wieder aufs Stativ denn ich möchte dir noch ganz kurz ein bisschen die Vorgehensweise erklären wie ich da vorgehe wenn ich manuell fokussiere denn gerade bei sowas hier wo wir ein Gebäude fotografieren kann man super manuell fokussieren da haben wir viel Zeit da können wir uns die Zeit nehmen und da vertraue ich eher weniger auf den Autofokus möchte lieber mehr selbst die Kontrolle in die Hand nehmen was ich alles an der Kamera einstellen kann und dazu gehört wie gesagt auch der Fokus und dann bin ich mir wirklich sicher dass das Bild zu 100% scharf ist ich habe jetzt die Kamera soweit ausgerichtet hier wie alles sein soll ich habe die Einstellung schon getroffen mit der Blende der Verschlusszeit und dem ISO Wert und jetzt geht es darum dass ich das Bild einmal richtig scharf stelle und was ich jetzt mache ich gehe jetzt hier wirklich mal über das Plus Lupensymbol hier richtig nah an das Gebäude ran je näher ich dran bin umso besser kann ich die Schärfe nämlich kontrollieren wenn ich die gesamte Ansicht habe quasi dann bin ich sehr weit weg und je näher ich ranzoome umso besser wird es und jetzt habe ich wie gesagt hier diesen vorderen Einstellring an dem kann ich jetzt drehen und jetzt siehst du auch im Menü dass auf einmal das Bild hier wesentlich schärfer wird und du hast jetzt hier auch diese wunderschöne Anzeige unten wo wir einmal haben von der Blume bis zum Unendlich-Zeichen und je größer dieser Strich jetzt wird desto mehr wird im Bild scharf also von dem Motiv bis zum Unendlichen hin und das Schöne jetzt ist noch ich habe bei mir tatsächlich noch eingestellt das sogenannte Fokus-Peaking bei moderneren Kameras geht das tatsächlich wenn du jetzt eine ältere Kamera hast dann ist das wahrscheinlich noch nicht mit dabei Fokus-Peaking bedeutet im Endeffekt dass du jetzt hier kleine rote Linien siehst ja und diese kleinen roten Linien zeigen quasi aha an der Stelle ist das Bild jetzt scharf also da ist dann auch genug Kontrast vorhanden da sieht die Kamera an der Stelle ist das Bild scharf gestellt wenn ich jetzt hier mal weiter raus zoome also ich bin jetzt mit der Schärfe hier erstmal zufrieden wenn ich jetzt hier weiter raus zoome dann siehst du auch dass der komplette Berliner Dom jetzt diese roten Linien hier mit dabei hat das ist das Fokus-Peaking das kann ich im Menü auch an- und ausstellen ich habe es wie gesagt angestellt weil gerade wenn ich manuell fokussiere ist das eine schöne Hilfe für mich das auch nochmal visuell zu sehen was jetzt im Bild alles scharf ist jetzt mache ich einfach mal ein Foto zack und jetzt kann ich mir dieses Foto auch nochmal angucken ich kann jetzt in diesem Foto auch nochmal weiter rein zoomen und wirklich kontrollieren ist die Schärfe da in dem Fall ist sie komplett da ja gefällt mir also sehr sehr gut und wie gesagt das manuelle fokussieren immer dann wenn ich die Zeit dazu habe wenn ich in der Landschaft unterwegs bin wenn ich in Städten unterwegs bin dann kann ich das super verwenden weil ich dann ganz genau zu 100% weiß hey das Bild wird scharf das spielt auch zum Beispiel dann eine Rolle wenn ich mehrere Aufnahmen mache wenn ich zum Beispiel eine Bracketing-Funktion einmal komplett durchspiele wenn ich also mehrere Aufnahmen mache mit unterschiedlichen Belichtungen dazu gibt es ja auch ein Kapitel in diesem Videokurs da ist es besonders wichtig dass ich auch mit manuellem Fokus fotografiere denn sonst würde der Fokus sich bei jedem Bild immer vielleicht zu ein kleines bisschen verschieben weil die Kamera immer wieder neu misst und wenn sie dann mal ein bisschen anders misst und das muss nur ein Millimeter sein aber wenn sie dann ein kleines bisschen anders misst dann liegt der Fokus anders und dann kann man die Bilder nicht mehr 100% übereinander liegen deswegen fokussiere ich da einmal am Anfang stelle dann wirklich alles auf manuell beziehungsweise ich mache das auch schon im manuellen Modus und dann verschiebt sich dieser Fokus auch nicht mehr dann verschiebt sich dieser Fokuspunkt nicht mehr und ich kann mehrere Aufnahmen machen und die sind immer genau gleich scharf weil die Kamera hat nichts mehr verändert ja also wenn du einmal auch eine Situation hast wo du einen Fokus eingestellt hast der sich nicht mehr verändern soll einfach in den manuellen Fokus reingehen und dann passiert gar nichts mehr das war es mit dem Thema fokussieren mit diesem Kapitel ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe du konntest auch eine Menge neuer Sachen lernen wichtig ist dass du begreifst dass du neben der Einstellung für Blende, ISO und Verschlusszeit und so weiter auch immer die Messmethode für das Fokussieren mit einstellst und das ist wie gesagt von Fotoshooting zu Fotoshooting immer unterschiedlich wir haben darüber gesprochen bewegte Objekte da brauchst du eine andere Messmethode als stehende Objekte und das solltest du dir auf jeden Fall immer mit auf deinen Settel mit draufschreiben was du alles an der Kamera einstellen musst das mit dem Fokussieren ist auf jeden Fall auch ganz ganz wichtig und jetzt ist es an dir dass du wieder rausgehst mit der Kamera und in verschiedenen Situationen einfach mal fotografierst und dir für verschiedene Situationen auch überlegst welche Autofokus Messmethode nehme ich da oder vielleicht fokussiere ich auch lieber manuell und da geh jetzt einfach mal raus und versuch verschiedene Situationen zu kreieren wo du auch verschiedene Messmethoden nutzen musst und kannst ich habe hier mal eine ganze Palette von verschiedenen Objektiven aufgebaut ganz hinten steht auch noch meine Kamera mit der ich fotografiere und all diese Objektive haben unterschiedliche Brennweiten und haben dementsprechend auch eine unterschiedliche Funktion ganz wichtig an dieser Stelle sei noch mal zu erwähnen dass ich alles was in diesem Video gesagt wird auf Vollformat Kameras beziehe es gibt ja auch APS-C Kameras das werden wir auch in einem späteren Kapitel nochmal genauer besprechen wo da der Unterschied eigentlich liegt an sich geht es um die Sensorgröße und da spielt dann auch zum Beispiel der Kropfaktor eine wichtige Rolle ganz salopp gesagt was ist ein Objektiv im Endeffekt ist ein Objektiv das was du vorne auf die Kamera drauf schraubst es ist quasi das Auge deiner Kamera wir haben ja schon darüber gesprochen dass die Blende zum Beispiel im Objektiv drin sitzt und wie gesagt schraubt man das einfach vorne auf die Kamera drauf damit du dann entsprechend fotografieren kannst jedes Objektiv hat eine Brennweite und die stehen auch immer hier vorne drauf auf den Objektiven also zum Beispiel halte ich jetzt hier gerade ein 14 bis 24 Millimeter Objektiv in der Hand und da kannst du dann halt immer gucken da gibt es unterschiedliche Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten ich habe jetzt hier zum Beispiel ein 14 bis 24 Millimeter das ist ein sehr weitwinkliges man nennt es auch Ultraweitwinkel Objektiv dann habe ich hier daneben zum Beispiel ein 14 bis 70 Millimeter Objektiv das ist eher so ein Standard Zoom Objektiv hier habe ich ein 70 bis 200 Millimeter also du merkst schon ich habe quasi von 14 bis 200 Millimeter hier die komplette Bandbreite abgedeckt und diese Objektive die können zoomen das heißt ich kann die Brennweite verstellen und damit habe ich natürlich immer einen großen Vorteil weil ich mit einem Zoom Objektiv halt einen sehr großen Bereich abdecken kann wie mein Bildausschnitt am Ende sein soll hier hinten habe ich jetzt noch als Beispiel ein Objektiv mitgebracht das ist eine sogenannte Festbrennweite also es gibt zwei Arten einmal Festbrennweiten und einmal Zoom Objektive eine Festbrennweite hat wie gesagt eine feste Brennweite da kann man also nicht zoomen in dem Fall jetzt hier ist das ein 50 Millimeter Festbrennweiten Objektiv mit einer Offenblende von 1.8 da hatten wir ja schon mal beim Thema der Blende darüber gesprochen dass ein 50 Millimeter 1.8 ein sehr günstiges Objektiv ist was man sich mal kaufen kann an der Stelle genau das ist so eins hat glaube ich 120 Euro gekostet wenn man also anfangen möchte mit der Fotografie und trotzdem mal schön offenblendig fotografieren möchte ist so ein 50 Millimeter 1.8 genau das Richtige um damit zu starten ich habe jetzt eben schon gesagt wir haben ja einmal ein weitwinkliges Objektiv das ist ein normales Standard Objektiv und diese großen Brennweiten 70 bis 200 das sind sogenannte Telebrennweiten also ein Teleobjektiv quasi und diese Brennweiten haben ganz unterschiedliche Wirkung mit einem Weitwinkelobjektiv habe ich eine sehr starke räumliche Wirkung bedeutet ich habe Objekte die sehr nah dran sind die kann ich sehr groß abbilden und alles was weiter weg ist wird sehr sehr klein abgebildet und außerdem habe ich einen sehr großen Bildwinkel den ich damit abdecke bei 14 Millimeter sind es zum Beispiel 114 Grad die ich ungefähr Blickwinkel habe also man kann sehr sehr weit nach rechts und links quasi noch gucken und je weiter du in den Telebereich reinkommst umso enger wird dieser Bildwinkel ich habe zum Beispiel mal recherchiert im Internet wenn du auf 200 Millimeter bist dann ist der Bildwinkel nur noch 12 Grad das heißt du hast einen sehr engmaschigen Blick nach vorne und gar nicht mehr so dieses Weite wie bei einem Weitwinkel Objektiv was ist jetzt eigentlich eine Brennweite wie gesagt die Brennweite wird in Millimetern angegeben ja also ich habe ja hier schon gesagt das ist ein 14 bis 24 Millimeter Objektiv und ja diese Brennweite ist quasi ganz erlaubt gesagt der Abstand zwischen der Aufnahmeebene also dein Bildsensor zum Beispiel und der Hauptebene vom Objektiv allerdings ist das heute nicht mehr immer zutreffend weil es in den Objektiven bewegliche Linsengruppen gibt die verschoben werden wenn man zoomt und dabei aber die Länge des Objektivs nicht verändert und von daher ist dieser Satz nicht mehr ganz richtig in allen Fällen dann habe ich vorhin ja schon gesagt je größer die Brennweite wird also je größer diese Brennweitenzahl wird zum Beispiel 200 Millimeter desto eher wird der Bildwinkel und je offener also je weiter die Brennweite ist also kleine Brennweitenzahl desto weiter wird auch der Bildwinkel außerdem ist es jetzt auch noch so dass wenn du zum Beispiel mit einem Teleobjektiv fotografierst mit zunehmender Brennweite auch der Vergrößerungsfaktor zunimmt du kannst dir also sehr schön auch Objekte näher heran holen und der Effekt bei einem Teleobjektiv ist genau entgegengesetzt zu dem eines Weitwinkelobjektivs logischerweise das heißt dort wirkt dann halt alles relativ gleich groß und du komprimierst auch den Hintergrund es sieht so aus als würde obwohl was sehr weit auseinander ist sehr dicht beieinander stehen und damit kannst du einen ganz anderen Effekt erzeugen wir werden das Ganze jetzt mal testen und zwar werde ich jetzt mal mit verschiedenen Brennweiten fotografieren und dir dabei den Effekt zeigen was Brennweiten dann in dem Fall eigentlich ausmachen so ich habe mir jetzt mal den lieben und schätzenswerten Felix Röser geschnappt den habe ich hier zufälligerweise getroffen in den Dolomiten und der Felix hat sich bereit erklärt dass er mal Model steht weil ich euch jetzt nämlich mal zeigen möchte wie die Wirkung ist von den unterschiedlichen Brennweiten und dementsprechend machen wir jetzt ganz viele Fotos mit unterschiedlichen Brennweiten ich fange bei 14 mm an also extrem weit wirklich und dafür muss ich extrem nah an den Felix ran das wurde jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm am Anfang bis wir dann später bei 200 mm sind also bei einer richtigen Tele-Brennweite und ich probiere dass die Fotos immer gleich aussehen also immer den gleichen Bildausschnitt quasi haben also immer Felix Gesicht und die spielen wir gleich mal so hintereinander ab und dann könnt ihr mal sehen wie sich die Bildwirkung dann verändert ich glaube das könnte relativ spannend werden fangen wir mal bei 14 mm an ich habe jetzt auch immer die gleichen Kameraeinstellungen ich werde das jetzt immer auf Blende 5 fotografieren mit einer 320 Sekunde Verschlusszeit und ISO 200 so ist mich auch sichergestellt dass ich mit der Verschlusszeit noch bei 200 mm aus der Hand gut fotografieren kann ohne dass es unscharf wird so fangen wir jetzt einfach mal an also ich muss richtig nah ran das ist richtig unangenehm gerade für den Felix aber irgendwie scheint das doch ein bisschen zu genießen ok immer gleicher Gesichtsausdruck zack so jetzt gehe ich weiter jetzt bin ich auf 16 mm so und als nächstes gehen wir auf 24 mm jetzt werden die Schritte mal ein bisschen größer ja nicht wundern aber der Unterschied zwischen 16 und 14 mm ist sehr viel krasser als der Unterschied zwischen dann zum Beispiel 50 und 60 mm deswegen können wir jetzt die Schritte ein bisschen größer machen jetzt merkt ihr schon wie die unterschiedlichen Brennweiten anfangen den Hintergrund zu komprimieren das heißt es wirkt jetzt alles so als würde es viel mehr dichter beieinander sein während vorhin bei den 14 mm hat das unendlich weit weg ausgesehen jetzt sieht das so aus als würden wir fast schon direkt davor stehen so danke dir Felix für das Modelstehen ich weiß du gehst jetzt da gleich hoch auf den Berg wirst du auch noch ein bisschen fotografieren wir werden jetzt das Video gleich bearbeiten für euch und dann schauen wir mal was bei rumgekommen ist wie du bei unterschiedlichen Brennweiten wirkst ich bin gespannt also dann hau rein wir sehen uns vielleicht hast du dich jetzt auch schon gefragt was denn eigentlich das menschliche Auge für eine Brennweite hat beziehungsweise was für einen Bildwinkel das menschliche Auge hat einen Bildwinkel von ungefähr 53 Grad und man spricht der Einfachheit halber meistens davon dass ein 50 mm Objektiv so dem menschlichen Auge sehr nahe kommt eigentlich sind es so um die 45 44 mm ganz korrekt aber dadurch dass es immer diese standardisierten 50 mm Festbrennweiten gibt sagt man dass so ein Objektiv eigentlich relativ gut das wiedergibt was auch das menschliche Auge vom Bildwinkel sieht deswegen ist das auch häufig als normal Brennweite bekannt und wenn ich jetzt schon mal das 50 mm Festbrennweiten Objektiv in der Hand habe dann fragst du dich vielleicht auch noch als nächstes warum soll ich mir denn überhaupt eine Festbrennweite kaufe wenn ich denn mit einem Zoom Objektiv viel mehr Spielraum habe und viel mehr quasi abdecken kann ja also wenn ich jetzt hier mal das 24 bis 70 mm Objektiv zum Beispiel da kann ich ja auch ein bisschen weitwegiger fotografieren aber auch gleichzeitig mir ein paar Sachen näher ranholen also warum sollte ich mir jetzt ein 50 mm Objektiv kaufe naja so eine Festbrennweite hat auch ein paar Vorteile zum einen hast du mit einer Festbrennweite meistens eine größere Offenblende eine maximale Offenblende also bei dem Objektiv hier zum Beispiel habe ich eine Offenblende von Blende 4 und bei der Festbrennweite habe ich eine maximale Offenblende von 1.8 das heißt das Objektiv ist schon mal lichtstärker und du kannst also die Blendeweite öffnen und dafür zum Beispiel die Verschlusszeit kürzer machen man spricht ja hier auch sehr gerne von schnellen Objektiven das ist genau damit gemeint du kannst also die Blendeweite öffnen und mit einer gleichen Belichtung quasi dann auch die Verschlusszeit verkürzen und deswegen hat man eine kürzer und eine schnelle Verschlusszeit und deswegen ist das auch ein schnelles Objektiv also daher kommt dieser Begriff falls du den mal hörst heißt das eigentlich nichts anderes als dass du eine sehr weit geöffnete maximale Blendenöffnung hast außerdem kommt noch hinzu dass so eine Festbrennweite auch noch eine bessere Abbildungsleistung meistens hat dadurch dass man keine beweglichen Linsengruppen in so einem Objektiv drin hat ist die Abbildungsleistung insgesamt besser das Foto wird meistens schärfer und deswegen nutzen auch viele gerne solche Festbrennweiten solche Sumo Objektive hier im Gegenzug haben neben dem Vorteil dass man halt ein bisschen variabler ist natürlich auch dann ein paar Nachteile zum einen wie gesagt die Abbildungsleistung ist meistens ein bisschen schlechter als bei Festbrennweiten und es gibt auch insgesamt einige Bildfehler die bei solchen Sumo Objektiven häufiger auftreten als bei Festbrennweiten so eine typischen Bildfehler sind zum Beispiel chromatische Aderationen dass das Objektiv zu den Bildrändern hin etwas unschärfer wird dass man Vignettenbildung hat und dass man auch eine leichte Verzeichnung hat also dass das Bild dann so ein bisschen Kissen- bzw. tonnenförmig am Ende wirkt solche Objektive verraten die auch immer schon anhand dessen was hier drauf steht immer schon eine ganze Menge also hier steht zum Beispiel 24 bis 70 und dann so ein Querstrich 4 ja und das bedeutet im Endeffekt dass das hier eine Brennweite von 24 bis 70 Millimetern hat mit einer maximalen Offenblende von 4 ja hier oben stehen dann nochmal die Millimeterangaben der Brennweite je nachdem wenn ich jetzt hier zoome am Zoomring dann kann ich hier quasi die Millimeter einstellen ich habe es jetzt hier mal auf 50 Millimeter gestellt kann rein einen Zoom weiter auf 70 Millimeter oder auf 35 zum Beispiel und so kann ich das Ganze dann einstellen auf der Seite hier das ist jetzt immer bei jedem Objektiv ein bisschen anders hat man hier immer noch die Möglichkeit einzustellen ob man Autofokus also ob man ob die Kamera automatisch fokussieren soll oder ob man manuell fokussieren möchte und dann habe ich hier entsprechend noch neben dem eigentlichen Zoomring einen zweiten Ring wo ich den Fokus einstellen kann wenn ich manuell fokussieren möchte es gibt außerdem noch Objektive die zusätzlich im Objektiv selber drin noch eine Stabilisierung haben das ist auch ganz schön gerade wenn du im Telebereich unterwegs bist dann ist der Effekt wenn du mit der Kamera wackelst ja wesentlich doller zu sehen auf dem Foto und entsprechend gibt es dann dort auch Objektive die stabilisiert sind und das hilft dann auch nochmal relativ stark wenn du aus der Hand fotografierst bleibt natürlich jetzt noch wieder die Frage welche Brennweite sollst du bei welcher Szene benutzen das kann man wieder nicht so ganz einfach beantworten es gibt zwar so ja so Richtlinien aber wie gesagt du bist in der Fotografie und da kannst du dir alle Regeln brechen die du möchtest von daher in der Landschaftsfotografie ist man zum Beispiel gerne mit Weitwinkelobjektiven unterwegs weil man möglichst viel von der Szenerie drauf bekommen möchte auf die Bilder weil man zum Beispiel auch in der Städtefotografie sehr viel von den Hochhäusern drauf bekommen möchte und das geht halt nur mit einem Weitwinkelobjektiv und genauso erzeugt man mit einem Weitwinkelobjektiv wie gesagt einen schönen 3D-Effekt man kann also wirklich in das Bild hinfallen und dann kann man als Landschaftsfotograf zum Beispiel sehr schön was in den Vordergrund noch mit reinnehmen was dann sehr sehr groß wirkt und im Hintergrund einen Berg zum Beispiel also ich fotografiere zum Beispiel gerne Berge und im Vordergrund eine Blume als Vordergrund und diese Blume wirkt dann aber durch dieses Weitwinkelobjektiv sehr viel größer und der Berg im Hintergrund sehr viel kleiner aber dadurch ergibt es ein stimmiges Bild am Ende weil die Proportionen ja nicht mehr so sind wie in echt sondern ganz anders aussehen und das kann man mit so einem Weitwinkelobjektiv sehr schön machen so ein Effekt andersherum wenn ich Motive fotografiere die weiter weg sind die ich mir aber näher heranholen möchte dann brauche ich ein Teleobjektiv zum Beispiel in der Sportfotografie dort kann man ja nicht auf den Fußballplatz rennen und Fotos machen sondern man muss halt am Rand stehen und da sind die Sportler schon mal ein bisschen weiter weg so ein Fußballplatz hat eine Länge von 100 Metern eine Breite von 50 Metern also da braucht man schon ordentlich zoomen damit man da entsprechend drankommt und da sind 200 Millimeter manchmal schon zu wenig da braucht man vielleicht sogar mal 300 Millimeter sowas besitze ich selber gar nicht weil ich wenig Sportfotografie aber da muss man dann tatsächlich sich die Motive sehr stark heranholen und außerdem kann man damit natürlich auch wie gesagt die Bildwirkung komprimieren das heißt alles wirkt ein bisschen näher beieinander als normalerweise auch in der Porträtfotografie gibt es natürlich so Standardbrennweiten ich nenne da jetzt zum Beispiel mal 85 Millimeter mit so einem Objektiv fotografiert man in der Porträtfotografie zum Beispiel sehr sehr gerne weil es ja den Menschen sehr gut aussehen lässt wenn ich jetzt mit einer Brennweite mit einem Weitwege Objektiv also mit einer Brennweite von 14 Millimetern zum Beispiel fotografiere das haben wir ja vorhin auch schon gesehen als ich Felix fotografiert habe bei 14 Millimetern wirkt sein Gesicht sehr sehr unförmig da hat er dann auf einmal eine sehr sehr große Nase zum Beispiel gehabt und je weiter man von der Brennweite nach oben geht desto besser sieht dann am Ende so ein Porträt auch aus wenn man zu sehr in den Telebereich reingeht dann kann das auch schon wieder in die entgegengesetzte Richtung wirken also da ist so zwischen 50 und 85 Millimeter denke ich mal eine ganz gute Brennweite man kann aber natürlich auch auch mal weiter in den Telebereich noch reingehen man kann aber auch nur mit 24 Millimetern einen Menschen fotografieren je nachdem welche Stilmittel du auch selber in deiner Fotografie am Ende verfolgst soviel erstmal zum Thema Objektive und Brennweiten ich hoffe dieses Video hat dir geholfen das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen natürlich hat man am Anfang in der Fotografie meistens nicht direkt jetzt alle Objektive da meistens fängt man mit einem Objektiv an und es gibt ja auch gerade zu den Kameras immer sogenannte Kit Objektive die also mit der Kamera gemeinsam verkauft werden und meistens ist das ein Zoom Objektiv was so eine Standard Brennweite hat von sage ich mal 16 Millimeter bis vielleicht 105 Millimeter ja also da ist man dann immer sehr sehr gut bedient weil man erstmal von weitwinklig bis in den Tele Bereich alles mit dabei hat natürlich je weiter diese Range ist von den Brennweiten in einem Objektiv umso größer müssen die Linsengruppen sich auch bewegen umso geringer wird vielleicht auch die Abbildungsleistung aber gerade als Anfänger solltest du erstmal darauf gucken dass du das Fotografieren wirklich lernst da ist es noch nicht wichtig dass man jetzt zu jeder Brennweite ein eigenes Objektiv hat sondern da geht es einfach erstmal darum dass du verstehst wie die Brennweiten wirken und dafür ist so ein Kit Objektiv am Anfang genau das Richtige ich möchte dass du jetzt raus gehst mit deiner Kamera und mal mit verschiedenen Brennweiten spielst und dir anguckst was das für eine Wirkung hat geh mal richtig nah ran an ein Objekt und wähle da mal eine sehr weite Brennweite und dann probierst du es auch mal mit dem Tele aus und schaust einfach mal wie die entsprechenden Bildwirkungen sind da kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür es gibt auch ganz viele Fotografen die sind so erfahren die gehen zu einem Motiv hin und schrauben direkt die richtige Brennweite auf die Kamera drauf ohne das überhaupt vorher ausprobieren zu müssen aber das kommt mit der Zeit wenn du irgendwann die Erfahrung hast dann weißt du auch ganz genau in welcher Szene du welche Brennweite verwenden musst ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren wie gesagt es ist wichtig dass man viel ausprobiert probieren geht wie immer über Studieren Was sind denn eigentlich Aufnahmebetriebsarten was meine ich damit überhaupt die Kamera hat mehrere Möglichkeiten wie man Fotos aufnehmen kann und zwar gibt es hier hinten bei mir zumindest eine Taste auf der Kamera da sind mehrere Fotos quasi hintereinander und wenn ich da einmal drauf drücke dann komme ich hier in ein Menü rein und in diesem Menü habe ich bei meiner Kamera jetzt fünf verschiedene Optionen ich kann nämlich aussuchen möchte ich ein Einzelbild aufnehmen oder möchte ich eine Serienaufnahme starten und bei der Serienaufnahme da gibt es insgesamt drei verschiedene Optionen die gucken wir uns auch gleich alle noch ein bisschen genauer an und am Ende gibt es auch noch den Selbstauslöser fangen wir mal mit dem Einzelbild an meine Kamera steht normalerweise auch immer auf Einzelbild und ja das ist eigentlich auch so die Standardoption die man hat wenn man fotografiert bedeutet im Endeffekt einfach nur dass ich jetzt einmal fokussieren kann und selbst wenn ich jetzt länger auf den Auslöser drücke die Kamera hat genau ein einziges Mal ausgelöst bedeutet also ich kann fokussieren und mache ein einzelnes Foto Einzelbild eben jetzt gibt es aber auch Situationen wo man mit der Kamera mehrere Bilder direkt hintereinander machen möchte und da wäre es relativ kompliziert immer wieder halb auf den Auslöser zu drücken um zu fokussieren und dann wieder zu fotografieren deswegen gibt es hier auch andere Modi wie zum Beispiel die Serienaufnahme und wir fangen mal mit Serienaufnahme L an und das ist jetzt bei jeder Kamera so ein bisschen unterschiedlich wie viele Bilder pro Sekunde kann eine Kamera zum Beispiel machen das ist bei jeder Kamera anders da kannst du einfach mal bei dir im Handbuch gucken wie viele Bilder deine Kamera pro Sekunde dann tatsächlich auch schafft bei mir ist es jetzt so dass ich jetzt hier zum Beispiel auswählen kann bei Serienaufnahme L da kann ich mir nochmal auswählen wie viele Bilder möchte ich denn pro Sekunde machen ein Bild zwei, drei, vier oder fünf das kann ich mir hier entsprechend aussuchen ich gehe jetzt hier mal auf drei Bilder pro Sekunde und wenn ich jetzt wieder halb durchdrücke um zu fokussieren und jetzt gedrückt halte dann hörst du dass die Kamera durchgängig Fotos macht nämlich genau drei Bilder pro Sekunde jetzt kann ich das natürlich auch hochstellen ich gehe nochmal in das Menü hier rein und sage jetzt zum Beispiel mal fünf Bilder pro Sekunde dann musst du gleich feststellen dass das Ganze wesentlich schneller geht Achtung ich fokussiere wieder und drücke durch und da hört man schon ja diesmal sind es fünf Bilder pro Sekunde es geht also wesentlich schneller wann macht sowas überhaupt Sinn zum Beispiel macht es dann Sinn wenn du ein Motiv hast was sich sehr schnell bewegt das kann ein Sportler sein das kann ein Rennauto sein das kann ein Tier sein das kann aber auch ein Kind sein beim Spielen und vielleicht möchtest du die gesamte Bewegung fotografieren und dir dann dein bestes Bild heraussuchen oder du möchtest aber zum Beispiel wenn jemand von einer Klippe springt ins Wasser dann möchtest du möglichst viel davon aufnehmen und dir am Ende auch entweder das beste Bild raussuchen oder vielleicht sogar so eine kleine Diashow machen wo man dann so sieht wie der Springer wirklich von der Klippe runter springt und ins Wasser fällt und da kann ich halt diese gesamte Bewegung dann durchgängig mit aufnehmen und durchgängig fotografieren also da gibt es viele verschiedene Varianten natürlich wenn sich nichts im Bild bewegt dann macht es keinen Sinn so schnell hintereinander mehrere Bilder zu machen deswegen immer wenn dein Motiv sich bewegt dann macht es durchaus Sinn hier in die Serienaufnahme zu gehen jetzt gibt es hier aber haben wir ja schon gesehen mehrere Serienaufnahmen ich war jetzt hier gerade in der Serienaufnahme älteren und jetzt gibt es zum Beispiel auch noch Serienaufnahme H da gibt es jetzt bei meiner Kamera speziell hier verschiedene Varianten von der Serienaufnahme Serienaufnahme H bedeutet im Endeffekt dass ich sogar 5,5 oder 6 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann ich weiß es gerade selber gar nicht so genau aber wenn ich jetzt noch mal gucke das geht auch wieder relativ schnell das geht sogar noch ein bisschen schneller als wie gesagt bei Serienaufnahme L also bei Serienaufnahme H das Ganze noch ein bisschen schneller und dann habe ich noch Serienaufnahme H in Klammern erweitert und da geht das Ganze noch mal schneller ich glaube da kann ich sogar bis zu 9 Bilder pro Sekunde machen da sind dann aber so ein paar Funktionen ausgeschaltet also zum Beispiel gibt es die sogenannte Flimmerreduzierung nicht mehr ich kann wenn ich einen Blitz hier oben extern drauf packe den kann ich dadurch nicht mehr auslösen weil das halt einfach zu schnell geht wenn ich das jetzt mal anmache und dann wirst du es gleich mal hören Achtung hört sich schon fast an wie ein Maschinengewehr also da kann ich dann wirklich extrem schnell hintereinander weg Bilder machen es kommt auch immer so ein bisschen darauf an diese Bilder gerade wenn ich im RAW-Format fotografiere können natürlich nicht in der Geschwindigkeit auf meine Speicherkarte geschrieben werden wie ich sie jetzt hier auslöse bedeutet das Ganze wird immer in einem sogenannten Buffer vorgespeichert und dann auf die Karte geschrieben und jede Kamera hat da einen anderen Buffer-Speicher sage ich mal von der Größe her das heißt es kommt immer auch so ein bisschen auf die Kamera drauf an wie viele Bilder ich da überhaupt machen kann weil wenn du jetzt mal gleich siehst jetzt gucken wir das Ganze und hören uns das Ganze nochmal an weil irgendwann wird die Kamera nämlich langsamer so hast du gehört jetzt war es auf einmal weg das Ganze weil jetzt der Buffer voll war und ich entsprechend nicht mehr mehr speichern konnte jetzt muss die Kamera erstmal diese ganzen Bilder auf die Speicherkarte speichern das dauert jetzt ein bisschen und dementsprechend man kann jetzt also nicht durchgängig neun bis zwölf Bilder pro Sekunde machen und das über mehrere Minuten hinweg das funktioniert also nicht also da muss man sich so ein bisschen ja einig darüber sein dass man natürlich wenn man sein Motiv was sich bewegt fotografiert dass man im richtigen Moment anfängt zu fotografieren und sich dann auch bewusst darüber ist dass das halt nicht ewig geht also die Bewegung kann jetzt nicht über 30 Sekunden begleitet werden sondern da ist es dann natürlich so dass man dann auch entsprechend nur begrenzt ist so und dann habe ich noch eine eine weitere Aufnahmeart das ist nämlich der sogenannte Selbstauslöser hier kann ich jetzt natürlich auch nochmal sieht man so einen kleinen Pfeil nach unten nach unten drücken hier und dann kann ich mir noch auswählen wie lange dieser Selbstauslöser gehen soll also wie lange die Vorlaufzeit quasi ist die steht bei mir wenn ich Landschaften fotografiere zum Beispiel auf zwei Sekunden das hat den großen Vorteil dass ich dann nämlich die Kamera einmal den Auslöser hier drücke und dann die Kamera nicht mehr anfassen muss und dann hat die Kamera noch zwei Sekunden Zeit sich wieder auszutarieren auch wenn die Bewegung wirklich minimal ist aber sie hat dann noch zwei Sekunden Zeit wo ich nicht mehr dran bin und dann kann ich auch entsprechend wirklich die Kamera ohne Bewegung fotografieren lassen ich kann aber auch fünf Sekunden zehn Sekunden oder 20 Sekunden auswählen wenn ich zum Beispiel Familienbilder mache und ich möchte selber mit auf dem Foto drauf sein dann kann ich die Kamera auf ein Stativ stellen kann zehn Sekunden auswählen drücke einmal auf den Auslöser habe noch zehn Sekunden Zeit mich selber noch aufs Bild zu positionieren und dann wird das Foto gemacht und das Schöne ist auch hier unten kann ich jetzt noch auswählen wie viele Aufnahmen dann nach einer Auslösung gemacht werden sollen bis zu neuen Bilder kann ich also hier hintereinander wegmachen lassen wenn ich einmal den Selbstauslöser gedrückt habe das heißt ich muss jetzt nicht nach jeder Auslösung wieder zurück zur Kamera sondern ich kann sie auch nacheinander bis zu neuen Bilder machen lassen bevor ich dann erneut auf den Auslöser drücken muss das ist gerade bei Familienbildern auch sehr schön gerade überleg mal wenn du da so zehn bis zwanzig Leute drauf hast einer von denen hat eigentlich immer die Augen zu und wenn ich jetzt neun Bilder hintereinander einfach fotografieren lasse dann habe ich eine sehr große Chance dass auf einem Bild tatsächlich alle die Augen offen haben das so noch als kleine Info oder als kleiner Tipp noch nebenher also schau einfach mal die verschiedenen Aufnahmebetriebsarten an wie gesagt eigentlich musst du dir nur merken Einzelbild Serienaufnahme und Selbstauslöser bei der Serienaufnahme gibt es je nach Kamera nochmal unterschiedliche Optionen wie schnell man dann entsprechend Bilder hintereinander machen kann das ist von Kamera zu Kamera immer ein bisschen unterschiedlich aber diese drei Grundaufnahmearten die kannst du dir mal merken und dann auch entsprechend einsetzen also wenn du viele bewegende Motive hast dann auf jeden Fall Serienaufnahme wenn du Landschaften fotografierst oder Porträts dann ist eher die Einzelaufnahme das Richtige weil du dann halt wirklich immer gezielt ein Foto machen kannst du kannst es kontrollieren und kannst das nächste Foto machen oder aber der Selbstauslöser wenn du selber gar nicht an der Kamera stehst oder die Kamera wirklich auf dem Stativ ist und du sie nicht berühren möchtest während der Aufnahme je nachdem wie du deinen Weißabgleich in der Kamera einstellst kann dein Foto entweder sehr warm und damit einladend wirken oder aber kühl und damit ich will nicht sagen abstoßend aber eher so frostig und das kannst du wie gesagt in der Kamera einstellen wie du den Weißabgleich einstellst ist auch wieder von Kamera zu Kamera etwas unterschiedlich der einfachste Weg ist entweder dass du direkt einen Button hier irgendwo hast in der Kamera und dann das einstellen kannst oder du gehst über das Kameramenü und das können wir jetzt hier einfach mal machen ich gehe jetzt hier einfach mal in das Menü rein und werde dann unter Fotoaufnahme dann mir hier mal den Weißabgleich raussuchen hier haben wir ihn Weißabgleich und im Moment steht er bei mir auf automatisch das heißt die Kamera analysiert quasi selber das Bild und macht daraus einen automatischen Weißabgleich gerade bei Produktfotos sollte der Weißabgleich immer so eingestellt werden dass ein weißes Blatt Papier auch wirklich weiß dargestellt wird das ist immer so ein bisschen das Ziel dahinter dass man quasi wirklich eine farbgetreue Wiedergabe hat es kann aber auch sein dass du deinen Weißabgleich nutzen möchtest um etwas kreativ zu werden zum Beispiel jetzt wie hier in der Landschaftsfotografie kann man seinen Weißabgleich ruhig und gerne auch mal ein bisschen wärmer einstellen damit man den Sonnenuntergang noch ein bisschen mehr betont oder vielleicht auch ein bisschen kühler wenn du in der Nacht fotografierst um einfach diese Stimmung noch so ein bisschen mehr zu betonen die du da reinbringen möchtest aber um das zu tun musst du aus dem automatischen Weißabgleich natürlich rausgehen dann macht das nämlich die Kamera nicht mehr selber sondern dann kannst du es selber einstellen und genau das machen wir jetzt einfach mal wie gesagt hier im Menü unter Weißabgleich könnte ich jetzt zum Beispiel mal hier auf bewölkter Himmel gehen wenn du das dir jetzt mal anguckst hier heute ist es bewölkt also passt doch bewölkter Himmel mal schon ganz gut das stelle ich jetzt einfach mal ein und im nächsten Punkt kann ich jetzt hier noch so ein bisschen die Farben anpassen das heißt ich könnte ein bisschen mehr grünstichig werden oder ich könnte auch ein bisschen mehr magentalastig werden ich lasse es jetzt erstmal hier genauso in der Mitte drücke einmal auf OK und das Ganze ist jetzt entsprechend eingestellt und jetzt sieht man auch schon dass sich die Farben ein kleines bisschen geändert haben es ist ein kleines bisschen wärmer geworden dieses Bild und jetzt gehe ich nochmal ins Menü rein nochmal in den Weißabgleich und diesmal wähle ich den Weißabgleich Schatten und Schatten bewirkt dass das ganze Bild noch ein bisschen gelblicher dargestellt wird gehen wir jetzt hier einfach mal nochmal auf OK schauen uns das Ganze jetzt nochmal an und du siehst okay wir haben jetzt ein richtig gelbstichiges Bild wie gesagt in jeder Situation brauchst du einen etwas anderen Weißabgleich weil natürlich jede Umgebung eine andere Farbtemperatur hat wenn du drinnen fotografierst hast du zum Beispiel ganz anderes Umgebungslicht und auch einen anderen Weißabgleich als draußen und das wäre jetzt auch mal deine erste Aufgabe dass du mal probierst den Weißabgleich hier auf zum Beispiel Schatten zu stellen und dann machst du einfach mal draußen eine Aufnahme und gehst mit dem gleichen Weißabgleich in der Kamera eingestellt nach drinnen und machst dort auch mal eine Aufnahme und dann wirst du feststellen dass das Bild drinnen wesentlich gelbstichiger ist als draußen und das hat einfach den Grund dass wir unterschiedliche Farbtemperaturen in unterschiedlichen Umgebungen haben das kannst du jetzt als erstes einfach mal machen und mal so ein bisschen ausprobieren wie das Ganze dann funktioniert ich zeige dir jetzt mal ganz kurz selber aus meinem Studio ein kurzes Beispiel und zwar von einer Hochzeit die ich fotografiert habe da waren wir zum einen natürlich im Standesamt innen drin und dann später auch draußen und wenn du dir jetzt mal anschaust ich habe jetzt diesen Weißabgleich hier mal auf automatisch gestellt das heißt das Programm hat automatisch ausgesucht wie der Weißabgleich sein soll wir haben hier viele weiße Wände das heißt dort kann die Kamera relativ einfach einen automatischen Weißabgleich einstellen der dann auch gut und realistisch aussieht in dem Fall hat die Kamera hier einen Wert von 2950 Kelvin eingestellt du siehst es geht also relativ weit hier nach links in den bläulichen Bereich rein weil wir hier sehr viele Leuchtstoffröhren beziehungsweise Lichter Kunstlicht haben und damit ja also den Weißabgleich hier relativ stark nach links einstellen müssen später wo wir dann draußen waren wo das Brautpaar dann rausgekommen ist da sieht man jetzt hier schon da bin ich bei einem Weißabgleich von 5350 wo die Farben relativ normal aussehen und da ist also der Unterschied wenn ich also normales Tageslicht habe dann habe ich meistens einen relativ warmen Weißabgleich beziehungsweise ist der wärmer als wenn ich drinnen bin weil ich dort mit natürlichem Umgebungslicht arbeite und so kann man sich das Ganze dann einigermaßen vorstellen das trifft natürlich nicht immer auf alles zu aber in den meisten Fällen im nächsten Schritt kannst du jetzt deinen Weißabgleich mal auf Kunstlicht stellen und dann hast du nämlich den Effekt dass du wenn du draußen fotografierst einen sehr kalten Weißabgleich hast während es drin wahrscheinlich relativ normal aussieht der Grund für die unterschiedlichen Farbstiche liegt in der Farbtemperatur was ein Messwert für die Lichtstimmung ist dieser Begriff kommt ursprünglich aus der Physik und gemessen wird die Farbtemperatur in Kelvin die darin angegebene Temperatur entspricht der Farbe die ein komplett schwarzes Objekt haben müsste wenn es in einer entsprechenden Farbe leuchten müsste mit dem Weißabgleich stellst du also deine Kamera ein auf die jeweils entsprechende Lichtstimmung der Weißabgleich gibt also vor welche Messwerte einem neutralen Weiß oder einem neutralen Grau dann entsprechen ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen dass ein weißes Blatt Papier auf einem optimalen Weißabgleich auch immer wirklich weiß dargestellt wird wie gesagt damit kann man natürlich auch ein bisschen kreativ werden und ein bisschen spielen wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang fotografierst dann kannst du den Weißabgleich auch ein bisschen wärmer einstellen um diesen Effekt der untergehenden Sonne und der Lichtstimmung noch zu verstärken wir machen jetzt einfach mal ein paar Bilder hintereinander weg mit unterschiedlichen Weißabgleichseinstellungen in der Kamera damit du mal den Unterschied wirklich auch richtig siehst wir fangen mal bei einer Farbtemperatur von 2550 Kelvin an ich mache mal das erste Foto und dann gehen wir wieder ins Menü rein und stellen das Ganze weiter nach oben jetzt gehen wir mal auf 3500 machen wieder ein Foto du siehst das ganze Bild wird schon ein bisschen wärmer jetzt gehen wir mal auf 4500 wieder ein Bild und bei 4500 Kelvin siehst du schon dass der Weißabgleich relativ normal aussieht wenn wir jetzt allerdings auf 5500 gehen dann denke ich mal haben wir schon den optimalen Wert hier getroffen für die Szenerie gehen wir mal auf 5500 und das sieht eigentlich ziemlich gut aus jetzt treiben wir das Ganze mal so ein bisschen auf die Spitze wir werden jetzt mal wirklich richtig warm das Ganze machen 6500 ja jetzt wird es schon jetzt merkt man schon dass es ein kleines bisschen diesen Gelbstich bekommt gehen wir auf 7500 jetzt ist dieser Farbstich schon relativ stark wir können das wirklich auf die Spitze treiben hier mit 8500 oder auch 9500 jetzt merkst du okay das geht auf jeden Fall in eine Richtung wo es jetzt schon nicht mehr wirklich gut aussieht 10.000 ist jetzt hier das Maximum und so sieht das Ganze mit 10.000 aus wenn man jetzt mal diese beiden Bilder vergleicht also mit 10.000 und 2500 Kelvin dann merkt man denke ich mal am besten diesen Unterschied und wie gesagt kannst du damit sehr kreativ werden wenn du ins Menü reingehst gibt es natürlich unterschiedliche Voreinstellungen mit denen wir hier schon gearbeitet haben bewölkter Himmel Schatten Kunstlicht und so weiter du kannst aber wie gesagt auch deine eigene Farbtemperatur auswählen und das ist dann das wo du wirklich selber richtig kreativ werden kannst wo du wirklich auf den Grad genau einstellen kannst wie deine Farbtemperatur aussehen soll und du kannst jetzt hier auf der rechten Seite dann wie gesagt auch noch wenn du hier nochmal drauf gehst den Farbton auswählen möchtest du also eher so ein bisschen Richtung Magenta gehen oder eher ein bisschen Richtung Grün gerade wenn wir Sonnenuntergänge zum Beispiel fotografieren dann bin ich immer jemand der die Farbtemperatur eher ein bisschen zu warm einstellt und auch den Farbton ein bisschen Richtung Magenta zieht einfach weil ich damit so diese schöne Lichtstimmung dieses warme dieses gelb-rötliche vom Sonnenuntergang damit noch ein bisschen besser betonen kann wie du den Weißabgleich einstellen kannst habe ich dir ja eben schon in der Kamera gezeigt das kann natürlich von Kameramodell zu Kameramodell immer etwas unterschiedlich sein guck da einfach nochmal in die Bedienungsanleitung deiner Kamera rein aber meistens ist das entweder ein Knopf wie gesagt an der Kamera oder halt im Kameramenü an dieser Stelle melde ich mich nochmal kurz aus dem Büro denn es gibt noch einen großen Unterschied ob du im RAW-Format fotografierst oder im JPEG-Modus denn bei einer RAW-Datei kann ich auch im Nachhinein also nachdem ich fotografiert habe in der Bildbearbeitung den Weißabgleich komplett selbst einstellen ich habe jetzt hier mal zwei Bilder das ist genau das gleiche Bild einmal im JPEG und einmal im RAW-Format jetzt bin ich hier gerade auf dem RAW-Format das sieht man hier unten .nef das ist das Nikon RAW-Format und wenn ich mal das erste Bild anwähle dann siehst du dass das hier ein JPEG ist und jetzt achte mal hier auf der rechten Seite auf den Regler Temperatur einmal hier im JPEG da siehst du dass das Ganze hier den Wert 0 hat und wenn ich jetzt auf das RAW wieder gehe dann siehst du aha hier hat das Ganze einen Wert von 5500 hier kann ich also wirklich die Kelvin-Anzahl einstellen während ich im JPEG-Modus ja das eben nicht mehr kann sondern ich kann nur noch das ganze Bild entweder gelblich einfärben oder bläulich das machen wir jetzt einfach mal im JPEG-Bild drehe ich jetzt diesen Regler diesen Farbregler einfach mal weiter nach rechts mache das Ganze also wesentlich gelblicher und du siehst jetzt dass das ganze Bild einfach komplett gelblich also gelbstichig wird während wenn ich jetzt mal auf die RAW-Datei gehe und hier jetzt mal diesen Regler diese Farbtemperatur verändere dann sieht das ganz anders aus wenn ich den jetzt hier weiter nach oben schiebe vergleichen wir das Ganze mal so sieht das RAW aus so sieht das JPEG aus und da sieht man schon diesen Unterschied das bedeutet ich kann im RAW-Format also wirklich den richtigen Weißabgleich im Nachgang noch einstellen während ich im JPEG das nicht mehr kann da ist dieser Weißabgleich quasi schon eingebettet in der Datei und ich kann jetzt nur noch einen Farbstich einstellen entweder bläulich oder eben gelblich aber das ist bei weitem nicht mehr so schön wie der richtige Weißabgleich hier in der RAW-Datei von daher kann ich dir immer nur empfehlen fotografiere nach Möglichkeit immer im RAW-Modus dann kann ich das danach auch einstellen auf der anderen Seite sage ich aber auch direkt stell den Weißabgleich schon beim Fotografieren richtig ein weil dann kannst du schon in der Kamera selber beurteilen wie das Bild wirklich aussieht ja man kann natürlich auch mit dem Weißabgleich kreativ werden aber trotzdem sollte man da jetzt nicht was mit Absicht völlig Falsches einstellen damit man es dann im Nachgang noch bearbeiten kann das macht ja gar keinen Sinn merkt dir einfach an dieser Stelle der Vorteil einer RAW-Datei ist hier ganz klar dass man den Weißabgleich auch im Nachgang noch korrigieren kann und zwar ohne Qualitätsverlust das war das Video zum Thema Weißabgleich für dich jetzt ganz ganz wichtig dass du das Gelernte jetzt auch umsetzt und zwar möchte ich dass du deine Kamera nimmst und einfach mal rausgehst ein paar Fotos machst und dabei den Weißabgleich selbstständig veränderst dass du das nicht mehr auf dem automatischen Weißabgleich lässt sondern dass du wirklich mal selber in die Kamera reingehst und dir selber die Weißabgleichswerte einstellst und ein Gefühl dafür bekommst welcher Weißabgleich wann Sinn macht ob du dann kreativ werden möchtest oder ob du den technisch korrekten Weißabgleich einstellen möchtest das ist ja vollkommen dir überlassen aber man sollte ungefähr ein Gefühl dafür haben welchen Weißabgleich man wo einstellen sollte zum Beispiel jetzt hier Tageslicht ist immer so 5000 5500 irgendwas dazwischen wo der Weißabgleich meistens ganz gut passt ja und wenn es dann Richtung Abend geht dann ist es wieder ein anderer Weißabgleich dann könnte man ein bisschen wärmer das Ganze noch machen und andersherum wenn man in geschlossenen Räumen ist dann macht man den Weißabgleich eher ein bisschen kühler damit man da korrekt die Farben eingestellt hat aber wie gesagt du kannst kreativ werden es ist nicht gesagt dass du den Weißabgleich wirklich immer technisch korrekt einstellen musst sondern das ist dir als Fotograf komplett selber überlassen denn du bist der Künstler hinter der Kamera also bestimmst du auch dein Foto am Ende ich habe mir jetzt hier eine Location herausgesucht vor den drei Zinnen ich wollte hier eigene Spiegelung fotografieren leider ist das Wasser hier relativ unruhig und deswegen wird es mit der Spiegelung relativ schwierig wir kümmern uns heute wie gesagt um Belichtungsreihen Belichtungsreihen sind immer dann notwendig wenn ein Motiv zu starken Kontrast hat das heißt wenn ich also das Histogramm nicht rechts oder links anschlagen lassen möchte dann brauche ich mehrere Bilder mehrere Belichtungen die ich dann am Ende zusammenführe in der Bildbearbeitung dann habe ich nämlich wirklich auch alle Details im Foto vorhanden also immer dann wenn du mehr Dynamikumfang brauchst dann ist es sinnvoll eine Belichtungsreihe zu machen es gibt verschiedene Arten von Belichtungsreihen die kannst du in deinem Menü einstellen ich gehe jetzt einfach mal in das Menü hier rein und dann gehe ich als erstes hier nämlich mal auf die automatischen Belichtungsreihen-Typen da gibt es nämlich verschiedene die ich auswählen kann als erstes gibt es hier die Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihe dann gibt es die reine Belichtungsreihe nur die Blitzbelichtungsreihe Weißabgleichsreihe und ADL-Belichtungsreihe ich für meinen Teil brauche eigentlich immer nur die normale Belichtungsreihe da geht es einfach darum dass wir die Verschlusszeit ändern und damit unser Bild quasi in der Belichtung heller oder dunkler machen man kann das Ganze auch über die Blende lösen macht aber in dem Fall nicht wirklich Sinn weil dann haben wir eine unterschiedliche Schärfentiefe in den Fotos drin und wenn man die dann zusammenführt dann hat auf einmal das eine Bild einen unscharfen Vordergrund und das nächste Bild hat einen scharfen Vordergrund deswegen sollte man das Ganze am besten immer nur über die Verschlusszeit regeln deswegen werde ich jetzt hier direkt mal an Belichtungsreihe und dann gehe ich in den nächsten Punkt jetzt kann ich mir die Anzahl der Aufnahmen auswählen wie viele Fotos möchte ich am Ende dann haben wie viele unterschiedliche Belichtungen ich muss für meinen Teil sagen entweder 3 oder 5 meistens reichen mir eigentlich 3 Bilder hier 3 Belichtungen und dann kann ich noch die Schrittweite einstellen das ist standardmäßig hier bei einer Blendenstufe eingestellt ich kann das auch erhöhen auf 2 oder 3 Blendenstufen oder auch noch runtersetzen auf zum Beispiel 0,3er Schritte auch da bleibe ich eigentlich immer bei einem Blenden Schritt weil das für mich eigentlich so die beste Variante ist und jetzt kann ich damit quasi auf der einen Seite eine Blende unterbelichten und auf der anderen Seite eine Blende überbelichten wenn du jetzt eine sehr starke Szenerie hast wo sehr viel Kontrast drin ist dann kannst du das Ganze auch zwei Blenden unterbelichten und auf der anderen Seite zwei Blenden überbelichten stellen wir das Ganze doch jetzt hier einfach mal ein bisschen extremer ein dann sieht man das Ganze auch ein bisschen besser ich mache jetzt hier einfach mal drei Belichtungen mit Minus 2 Plus 2 und der Normalbelichtung schau uns das Ganze jetzt mal in Aktion an ich habe mir jetzt hier auch in meinem Liveview Bild direkt mal das Histogramm eingeblendet dann kannst du nämlich mal genau sehen dass das sowohl rechts als auch links anstößt und genau deswegen brauchen wir auch eine Belichtungsreihe in dem Fall denn ich möchte ja sowohl die hellen Bildbereiche noch mit Details haben als auch die dunklen Bildbereiche da möchte ich die Schatten noch retten und deswegen werden wir das Ganze jetzt hier mal als Belichtungsreihe machen du siehst jetzt auch rechts oben da steht AEBKT also die Bracketing Funktion ist aktiviert und da steht 3 von 3 das heißt wir haben insgesamt drei Bilder die wir jetzt machen und ich werde jetzt einfach mal das erste Bild machen einfach mal auf den Ausländer klicken zack das erste Bild ist im Kasten das ist jetzt unsere Nullbelichtung dann verändert sich jetzt die Verschlusszeit jetzt sind wir bei einer 320 Sekunde also zwei Blendenstufen quasi ins Minus gegangen und jetzt gehen wir zwei Blendenstufen nach oben das heißt wir machen eine plus 2 Belichtung und sind jetzt bei einer 20 Sekunde jetzt siehst du auch dass das histogramm ganz anders ist jetzt stößt es nämlich auf der linken Seite nicht mehr an jetzt machen wir mal wieder das Bild du siehst das ist sehr sehr hell und jetzt haben wir insgesamt drei Bilder gemacht gucken wir mal rein das ist also die plus 2 Belichtung die minus 2 Belichtung und die Normalbelichtung und wenn wir die drei jetzt zusammen bringen in der Bildbearbeitung haben wir am Ende ein Bild wo wirklich alle Highlights gerettet sind und auch alle Schatten ich bin jetzt zurück im Büro und wir haben unsere drei Belichtungen hier habe ich einmal die Nullbelichtung da sieht man jetzt hier sehr schön im histogramm dass wir auf der linken Seite so ein bisschen anstoßen das bedeutet in den dunklen Bildbereichen da gibt es teilweise Stellen wo wir keine Details mehr drin haben in den rechten Bildbereichen hier also in den hellen Bildbereichen da sieht es gut aus da stoßen wir nicht an und wir haben jetzt hier noch eine zu dunkle Belichtung also eine Unterbelichtung und eine Überbelichtung gemacht schauen wir uns die mal an das ist jetzt hier die Unterbelichtung da sieht man auch sehr schön wie das Histogramm jetzt verschoben ist auf die linke Seite also auf der linken Seite stößt es jetzt sehr stark an dafür haben wir sehr viel Raum hier auf der rechten Seite des Histogramms da wo die hellen Bildbereiche sind und du weißt ja schon je größer dieser Ausschlag hier in dem Histogramm ist desto mehr Bildbereiche sind davon betroffen und hier in den Lichtern und in den Weißwerten haben wir so gut wie gar nichts also das ganze Bild ist halt wesentlich zu dunkel und wir haben überhaupt keine Probleme dass wir irgendwelche Details in den hellen Bildbereichen verlieren und dann haben wir noch eine Überbelichtung schauen uns die mal an jetzt sieht man dass das Histogramm weiter nach rechts verschoben ist wir stoßen nicht mehr auf der linken Seite an das heißt wir haben alle Details in den dunklen Bildbereichen drin und hier auf der rechten Seite stoßen wir jetzt natürlich an das heißt das Bild ist insgesamt zu hell macht aber nichts denn wenn wir jetzt diese Bilder zusammen fügen dann werden wir eine Datei bekommen wo wir sowohl alle Details in den hellen Bildbereichen haben und das werde ich jetzt einfach mal machen mit drückter Shift Taste werde ich jetzt hier alle drei Bilder einmal auswählen du siehst jetzt alle drei Bilder hier sind angewählt und jetzt muss ich hier nur noch einmal einen rechtsklick drauf machen und dann sage ich zusammenfügen von Fotos HDR HDR steht für High Dynamic Range und das bedeutet im Endeffekt dass wir unseren Dynamikum Umfang hier erweitern zum Thema Dynamikum Umfang gibt es ja auch ein Kapitel in diesem Kurs gerade wenn es dann um die Licht Stimmung geht also schau dir das dann auf jeden Fall auch mal an dieses Kapitel es sei nur so viel schon mal gesagt wir können damit wie gesagt unseren Dynamikum Umfang erweitern also wir bekommen mehr Details sowohl in den Schatten als auch in den hellen Bildbereichen und jetzt fügt damit Lightroom es einfacher hat diese drei Bilder pixel genau übereinander zu legen und dann wird aus diesen drei Bildern quasi das beste aus allem gemacht und wir haben einfach mehr Informationen mehr Details in unserer Raw Datei drin die jetzt am Ende daraus erstellt wird das heißt wir können jetzt die zu hellen Bild Bereiche etwas besser abdunkeln ohne dass wir Details verlieren und gleichzeitig können wir unsere Schattenbereiche etwas besser aufhellen ohne dass wir dort Details verlieren jetzt wird hier gerade eine Vorschau ausstellt und jetzt sieht man hier schon sehr schön wie das Ganze am Ende aussieht das sieht jetzt relativ ähnlich zu unserer Null Belichtung aus das ist auch völlig okay wichtig ist jetzt wenn wir dann in die Bildbearbeitung gehen dann haben wir mehr Möglichkeiten wenn wir die Schatten nach oben ziehen weg das möchte ich selber einstellen ja und Geister Effekt Beseitigung wenn sich jetzt hier irgendwas in dem Bild bewegt hat dann kann man das hier entsprechend raus nehmen das ist aber auch okay so und dann sage ich hier einfach einmal zusammenfügen und jetzt wird eine neue RAW Datei erstellt mit all diesen Informationen die uns diese drei RAW Dateien diese Ursprungs RAW Dateien zur Verfügung stellen das wird jetzt alles in eine Datei gepackt und diese Datei ist dann natürlich sehr sehr mächtig das können wir uns jetzt auch gleich noch mal angucken wenn die Datei fertig erstellt wurde und hier ist sie auch schon du siehst jetzt hier auch am Dateinamen dass das Ganze jetzt hdr.dng heißt und erst mal sieht das Histogramm genauso aus wie auch die Nullbelichtung aber was wir jetzt machen können wir können sehr schön hier die Lichter nach oben ziehen ich kann das ganze Bild ein bisschen aufhellen zack wir können die Lichter ein bisschen nach unten ziehen so und schon haben wir gleich alle Details hier im Bild drin das sieht auch schon mal richtig gut aus wenn ich mir das vergleiche mit der Ursprungsdatei so sah es ursprünglich aus so sieht es jetzt aus jetzt haben wir hier halt insgesamt mehr Details drin ohne dass hier irgendwas ausgebrannt ist in den hellen Bildbereichen oder dass irgendwas in den Schatten absäuft das war es schon zum Thema Belichtungsreihen eigentlich ist es gar nicht so viel wichtig ist dass du das Ganze jetzt einfach mal ausprobierst fast jede Kamera hat diese Funktion Belichtungsreihe schau einfach mal nach dass du das auch bei dir einstellt und Sonne dort wo viele Kontraste sind denn in der Abendstimmung da braucht man es gar nicht mehr da kann ich mit einer Belichtung eigentlich alles machen was ich brauche aber gerade wenn du auch mal mittags unterwegs bist wenn also viele Kontraste da sind dort einfach mal probieren mit den Belichtungsreihen zu arbeiten und diese dann auch wie ich gezeigt habe in Lightroom oder auch Photoshop zu kombinieren damit man am Ende ein tolles Ergebnis hat heute geht es darum den Unterschied zwischen JPEG und RAW zu erklären was ist das überhaupt JPEG und RAW sind zwei verschiedene Dateiformate die man einstellen kann in der Kamera und da möchte ich dir heute mal den Unterschied erklären was sind die Vor- und Nachteile von jedem Dateiformat und diese Unterschiede kann ich tatsächlich am besten am Computer erklären als erstes möchte ich dir aber mal zeigen wie man das in der Kamera überhaupt einstellen kann hier gehe ich als erstes jetzt mal in das Kameramenü rein auf den Ordner Fotoaufnahme und dann scrolle ich hier nach unten auf Bildqualität und hier habe ich jetzt eine das Nikon RAW Format es gibt da von jedem Kamerahersteller ein eigenes RAW Format also bei Canon heißt es zum Beispiel CA2 bei Nikon heißt es NEF und so weiter also da darfst du dich nicht wundern wenn die unterschiedlich heißen die Dateinamen das sind alles RAW Dateien nur halt heißen die unterschiedlich und hier oben kann ich jetzt einstellen dass ich sowohl im RAW Format als auch im JPEG Format fotografieren möchte das heißt da werden immer zwei Dateien erstellt einmal eine RAW Datei und eine JPEG Datei das kann man zum Beispiel machen wenn man Hochzeiten fotografiert und dann erstmal eine kleine Vorschau haben möchte in Form einer JPEG Datei und die RAW Datei dann später zur Bearbeitung ich stelle meine Kamera hier eigentlich immer nur auf NEF also nur auf das RAW Format ein man ich stelle sie hier immer auf RAW soviel erstmal dazu dann kann ich hier unten noch die Bildgröße einstellen sowohl einmal bei der JPEG Datei kann ich hier einstellen welche Auflösung möchte ich haben ich habe da sowohl beim JPEG als auch beim RAW jeweils die größte Auflösung mit drin und dann kann ich noch weiter nach unten gehen und hier noch die RAW Einstellung vornehmen das heißt ich kann jetzt hier noch einstellen lustfrei komprimieren eingestellt dadurch wird die Dateigröße etwas kleiner aber wir behalten alle Funktionen und ganz wichtig ist hier auch noch die Farbtiefe die habe ich auf 14 Bit gestellt kann man auch auf 12 Bit stellen aber mit 14 Bit habe ich einfach mehr Auswahl in der Bildbearbeitung da kommt dann einfach noch ein bisschen mehr rum also soviel erstmal dazu wie man das Ganze einstellen kann und jetzt gehen wir mal ein bisschen darauf ein was wir mit den unterschiedlichen Dateiformaten eigentlich machen können das RAW Format das heißt übersetzt soviel wie RAW Format und es bedeutet dass es unbearbeitet und erstmal unkomprimiert ist wir haben gerade in der Kamera eingestellt dass wir verlustfrei komprimieren aber grundsätzlich ist es erstmal ein unkomprimiertes Format Nachteil von dem RAW Format ist dass die Dateigröße wesentlich größer ist als beim JPEG Format das können wir uns jetzt hier auch mal angucken ich habe mich das gleiche Bild hier einmal als JPEG und einmal als RAW drin und hier sieht man auch schon den ersten Unterschied das JPEG das kann man direkt öffnen das ist also eine Datei eine Bilddatei die die man überall öffnen kann eine RAW Datei dagegen kann man nicht überall öffnen dafür braucht man einen speziellen RAW Converter und muss die dann erstmal bearbeiten aber 5 MB hat das ist auch schon eine ganze Menge aber das Bild ist auch entsprechend groß wenn ich jetzt hier einmal die RAW Datei anklicke dann siehst du haben wir hier 58,6 Megabyte also fast doppelt so groß die Datei da ist schon wenn man dann natürlich sehr viele Fotos macht die Frage hat man genügend Speicherplatz wobei ich sagen muss in der heutigen Zeit sind Festplatten so günstig geworden dass Speicherplatz eigentlich nicht mehr so die große Rolle spielen sollte bei einem JPEG ist es natürlich auch nochmal so dass man hast du in der Kamera auch gesehen dass man da verschiedene Qualitäten einstellen kann je nachdem sind die Dateigrößen dann natürlich auch nochmal unterschiedlich insgesamt ist es so dass die RAW Datei komplett unbearbeitet ist während eine JPEG Datei die du mit der Kamera fotografierst ja ein bisschen nach das kann man in der Kamera auch noch ein bisschen einstellen wie doll das passieren soll aber grundsätzlich bearbeitet die Kamera ein JPEG ein bisschen vor und gibt es dann als JPEG wie gesagt auch aus was man sich überall angucken kann eine RAW Datei hingegen muss erst einmal durch den RAW Converter durch da können wir dann komplett selber den Kontrast festlegen und alles einstellen wie nicht einfach eine RAW Datei nehmen und die ins Internet laden das funktioniert nicht die kann man nicht angucken sie muss auf jeden Fall einmal durch einen RAW Converter durch selbst wenn wir keine Bildbearbeitung machen müssen wir das Ganze dann einmal als JPEG Datei exportieren das heißt also das JPEG ist dann schon eine geschlossene Datei die man überall anzeigen kann eine RAW Datei eben nicht es kann dadurch natürlich sein dass wir eine RAW Datei nicht bearbeitet bekommen durch die Kamera dass das ein bisschen flauer am Anfang aussieht wir müssen halt wie gesagt diese Bildbearbeitung etwas selber übernehmen es kann auch sein dass es ein bisschen weniger scharf aussieht auch weil keine Nachschärfung stattgefunden hat aber ich habe in der Bildbearbeitung am Ende wesentlich mehr Möglichkeiten ich kann halt alles selber einstellen das heißt wir haben auch noch ein paar mehr Möglichkeiten mit dem Histogramm zu arbeiten wenn ich das jetzt hier mal vergleiche ich habe jetzt hier auch wieder beide Dateien offen gehen wir jetzt hier mal wieder den Weißabgleich nehmen wir mal wieder zurück dass das ungefähr gleich aussieht hier und ich aber grundsätzlich verlieren wir hier oben im Himmel schon ein paar Details in dem Beispiel geht das noch einigermaßen aber grundsätzlich haben wir mit einer RAW Datei mehr Möglichkeiten die Details noch besser hervorzuholen während in einer JPEG Datei das nicht mehr ganz so gut funktioniert das sieht man jetzt hier auf den ersten Blick nicht so ganz genau aber wenn du da Situation hast wo wir sehr viel Dynamik mit wesentlich mehr Möglichkeiten bestückt als eine JPEG Datei eine weitere Sache die als Argument dazu kommt wobei ich das immer als schwaches Argument sehe ist die Möglichkeit dass wir den Weißabgleich einstellen können darüber haben wir auch gerade in dem Video zum Weißabgleich schon gesprochen also in einer RAW Datei kann ich den Weißabgleich im Nachgang noch komplett bearbeiten als wenn ich das vor dem fotografieren machen würde in einer JPEG Datei kann ich das nicht weil hier tatsächlich der Weißabgleich schon komplett in der Datei drin ist und dann siehst du kann ich das Ganze nur noch einfärben quasi entweder ins gelbliche oder ins bläuliche aber ich kann diesen Weißabgleich eben nicht mehr so verändern wie in einer RAW Datei jetzt stellst dir wahrscheinlich die Frage welches Format du nutzen solltest und auch hier kommt es wieder ganz darauf an was du machen möchtest denn wenn du gerne deine Fotos bearbeitest dann ist das RAW Format das richtige Format weil du hast in der Bildbearbeitung dadurch einfach mehr Möglichkeiten du schaffst dir mehr Spielraum was du in Lightroom zum Beispiel oder in Photoshop oder in jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm was du nutzen möchtest schaffst du einfach mehr gute Ergebnisse erzielen möchtest dann fotografiere lieber im JPEG Format weil dann bearbeitet die Kamera das schon so ein bisschen für dich und du kannst die Fotos direkt von der Speicherkarte auf deinen Rechner runterziehen und präsentieren also wenn du die Bildbearbeitung nicht so magst dann ist das auf jeden Fall das richtige für dich und wie du in dem Kamer Menü gesehen hast kannst du auch beides einstellen wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere dann mache ich es so dass ich alles im RAW Format fotografiere aber gleichzeitig auch im JPEG Format in so einer qualitativ kleineren Stufe weil ich dann die Möglichkeit habe erstmal dem Brautpaar zum Beispiel von dem Brautpaar Shooting die Bilder zu zeigen und sie können dann nochmal aussuchen welche ich dann im Nachgang im RAW Format dann nochmal richtig bearbeite und dann kriegen sie am die Bilder zu zeigen für eine Bildauswahl ohne dass ich jetzt jedes RAW in ein JPEG umwandeln muss sondern das habe ich von Anfang an da und kann innerhalb von ein paar Minuten das hochziehen ins Internet laden und dann können die Leute sich das anschauen das hat also Vor- und Nachteile ich hoffe ich konnte dir das Ganze so ein bisschen näher bringen was die RAW Datei ist was eine JPEG Datei ist also wenn du am Ende dein Bild präsentieren möchtest dann kommt im Internet sowieso eigentlich immer eine JPEG Datei raus egal ob du im RAW oder im JPEG fotografierst am Ende ist es eigentlich immer eine JPEG Datei aber wie gesagt mit der RAW Datei hast du am Anfang noch etwas mehr Möglichkeiten in der Bildbearbeitung ich hoffe du hast das einigermaßen verstanden was ich dir heute möchte ich mal mit hier darüber sprechen wie man seine Kamera richtig hält das klingt jetzt erstmal sehr banal aber ich sehe immer wieder Leute die auch vor allem mit großen Objektiven mit schweren Kameras rumrennen und dann aber irgendwie so fotografieren wollen und das ist natürlich extrem ungünstig weil man dadurch einen sehr instabilen Halt hat und die Fotos schnell verwackeln weil natürlich die Kamera auch in der Hand dann wackelt ich habe mir jetzt mit Absicht hier mal mein 70 bis 200 Millimeter Objektiv drauf geschraubt das ist also schon richtig schwer und mit der Kamera zusammen wiegt das dann noch ein bisschen was also ich würde jetzt mal schätzen dass ich hier so anderthalb bis zwei Kilo in der Hand habe und wenn man dann irgendwie so fotografiert so auf Augenhöhe und am besten das große Display verwenden wollen und nicht durch den Sucher gucken das ist dann immer sehr ungünstig weil man dann halt natürlich schnell anfängt hier irgendwie zu wackeln weil die Muskeln viel mehr in den Arm beansprucht werden wenn man das hier so vorne hält als jeden fall erst mal stell dich etwas breitbeiniger hin sodass du ungefähr schulterweite die beine auseinander hast und damit schon mal vom ganzen körper her ein bisschen stabiler stehst das zweite wichtige ist dass ich eigentlich meine kamera immer nicht mit beiden händen am kamera body festhalte sondern meine rechte hand die ist dafür da die kamera hier festzuhalten an dem kameragriff hier hiermit löse ich auch aus und die linke hand die geht ans objektiv ran also die unterstützt quasi die kamera beziehungsweise das objektiv hier unten und damit gehe ich auch so weit wie möglich hier nach vorne ich habe jetzt hier noch so eine sonnenblende dran da kann ich auch super drunter fassen und je weiter ich diese hand mit nach vorne nehme desto stabiler wird das Ganze weil ich stabil halten das nächste was ich dann mache ist dass ich wirklich meine ellenbogen nehme und die in mein oberkörper nicht rein ramme aber zumindest wirklich richtig schön abstützen und wenn ich jetzt so fotografiere dann habe ich auf jeden fall schon mal einen sehr viel besseren halt zusätzlich drücke ich jetzt die kamera ich gucke also wirklich durch den sucher durch ich versuche nicht über das display zu fotografieren sondern gucke wirklich durch den sucher durch und drücke damit die kamera hier auch noch mal so gegen meine stirn gegen und damit habe ich jetzt im endeffekt mehrere punkte wo ich stabilisiere sowohl meine beiden ellenbogen als auch hier oben an meiner stirn stabilisiere ich das ganze und jetzt schmiegt sich die kamera richtig schön an meinen körper an jetzt ist nur noch das problem dass im bauchbereich immer so ein bisschen was wenn ich auch gerade schwer atme dadurch dass meine ellenbogen hier aber dran sind ist es natürlich wieder so ein bisschen ungünstig was ich jetzt mache luft anhalten aber nicht so dass ich einatme und die luft anhalte weil das problem ist immer dann das ist extrem anstrengend die luft so anzuhalten wenn ich so dann habe ich einen wesentlich stabileren halt und du hast nicht diese anstrengung im körper dass du die luft anhalten muss sondern das ist alles raus aus dem körper an luft und dann bist du auch ruhig ich glaube dass irgendwelche scharfschützen das auch so machen also die halt nicht die luft an und schießen dann sondern die atmen wirklich aus und drücken dann ab weil dann und wenn ich mich jetzt hier mit meinem oberkörper gegenlehne und gerade auch hier mit der hüfte dann kann ich jetzt noch besser mich stabilisieren trotzdem die beiden ellbogen natürlich in den körper und wenn ich jetzt den ganzen körper hier noch gegenlehne habe ich noch mal einen zusätzlichen punkt wo ich noch machst die ich gerade eben schon gesagt habe dann hast du wirklich einen optimalen stand noch optimaler ist es wenn du hier sogar die kamera irgendwo so ein bisschen ablegen kannst gerade bei so stein immer ein bisschen aufpassen nicht die kamera kaputt machen also wirklich sanft drauf legen aber wenn ich jetzt die kamera hier quasi ablegen kann dann ist es natürlich umso besser weil dann ist wirklich komplett höhe fotografieren möchtest sondern schön weit runter gehen möchtest mit der perspektive dann musst du dich natürlich irgendwie hinhocken das problem ist jetzt wieder bei der hocke gerade wenn ich so hocke dann bin ich wieder mit dem körper extrem instabil weil ich dann wieder extreme belastung in den bein habe da kommt dann das gesamte körper gewicht drauf und selbst wenn ich jetzt hier meine Ellenbogen so auf die knie hier packe dann merke ich einfach dass mein ganzer körper wieder extrem instabil ist deswegen immer der tipp an der stelle jeweilig ist mit einem knie runter auf den boden mit dem anderen ellenbogen kannst du dich hier wie auf dem knie abstützen mit dem zweiten ellenbogen gehst du wieder in den oberkörper rein und dann habe ich schon wieder einen wesentlich besseren stand als wenn ich mit beiden füßen auf dem boden stehen würde weil wie gesagt dadurch kriegst du einen extrem instabilen stand und das sollst du auf jeden fall verhindern du bist ja dich wieder fokussieren optimal ist es aber wenn du noch ein stück weiter runter gehen kannst wenn die möglichkeit da ist dass du dich hin legst weil wenn du liegst dann hast du den meisten kontakt zum boden das heißt dein körper bewegt sich auch am wenigsten du kannst die kamera vielleicht sogar ablegen also wenn ich mich jetzt hier so nach vorne lege auf den bauch liege ich komplett auf den boden packen auch wieder so schulterbreit auseinander kann hier entsprechend dann auch die kamera wieder halten mit der rechten und der linken hand und habe dann wirklich einen sehr stabilen stand optimal wäre wenn ich die kamera ablegen könnte dann passiert wirklich gar nichts mehr aber so bin ich wirklich extrem stabil unterwegs auch mit einer schweren kamera auch mit einem schweren objektiv dazu wenn es irgendwie gilt wenn du es dabei hast nutze natürlich ein stativ oder ein 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 stativ da machst du deine kamera auch noch mal natürlich extrem stabil mit aber wenn du ohne unterwegs bist sind das auf jeden fall die tipps die ich geben kann um einen optimalen stand zu haben damit du dann auch wirklich optimal scharfe Fotos schießt viel Spaß beim ausprobieren ich stehe hier gerade vor dem Bode Museum in Berlin und ich habe mir überlegt dass es doch schön wäre das Bode Museum mal zu verschiedenen Tageszeiten zu fotografieren dann kann ich dir genau zeigen was diese verschiedenen Tageszeiten für eine Wirkung auf das Bild haben wir haben komplett unterschiedliches Licht und das sieht man auch auf den Fotos die blaue Stunde findet immer morgens statt und zwar vor der Sonne aufgeht und abends nachdem die Sonne unter gegangen ist der Himmel färbt sich immer richtig schön blau es ist noch nicht komplett dunkel beziehungsweise es ist nicht mehr komplett dunkel aber man hat eine super Situation weil sich nämlich das Kunstlicht mit dem Umgebungslicht so mischt dass man eine perfekte Belichtung machen kann ohne dass irgendwas ausgebrannt ist oder die Schatten absaufen da gibt es ungefähr mal so fünf Minuten wo man in der Städte Fotografie den perfekten Zeitpunkt erwischt wo man wirklich mit diesem Mischlicht eine richtig gute Belichtung am Ende hinbekommt man muss natürlich morgens immer relativ früh aufstehen aber man hat dafür echt gutes Licht und außerdem sind die meisten anderen noch am schlafen das heißt man hat solche Motive hier komplett für sich alleine je nach Location wo man auch mal länger oder kürzer als eine Stunde sein blaue Stunde ist in dem Fall ein bisschen trügerisch weil manchmal dauert so eine blaue Stunde auch nur zehn Minuten manchmal bis zu zwei Stunden je nachdem wo du dich befindest im Winter ist die blaue Stunde eigentlich hier gerade in Deutschland immer ein bisschen kürzer und im Sommer dafür ein bisschen länger gerade für einen Shot wie hier am Bodemuseum kann ich dir nur den Tipp geben wirklich morgens raus zu gehen nicht nur weil da noch mehr Leute schlafen und du diese Location für dich alleine hast auch gerade wenn es darum geht dass du Wasser im Vordergrund hast wie hier die Spree dann bekommt man hier einen viel besseren Spiegel Shot hin weil morgens fahren auch noch keine Boote das bedeutet das Wasser ist meistens ein bisschen ruhiger und man bekommt dadurch eine bessere Spiegelung hin ich habe so die ganz persönliche Erfahrung gemacht dass dieser Zeitpunkt wo man Mischlicht wirklich am besten fotografieren kann also sowohl die Lichter am Bodemuseum als auch das Umgebungslicht dass das ungefähr immer der Zeitpunkt ist wenn ich bei Blender 8 bin mit 4 Sekunden Verschluss Zeit und ISO 100 dann ist für mich immer so genau der richtige Zeitpunkt wo dann tatsächlich alles passt wo man keine ausgebraten Stellen hat und auch keine Stellen wo man im Schatten keine Details mehr drin hat und dadurch weiß ich immer so ungefähr wann der richtige Zeitpunkt ist und kann das dann in der Bildbearbeitung mit ein bisschen Hilfe noch perfekt heraus arbeiten Die Dauer der Golden Stunde ist genau wie die Blaue Stunde nicht wirklich definiert das hängt immer ist ebenfalls abhängig von der Jahreszeit und genauso gut auch von dem geografischen Ort und den Wetterbedingungen zum Zeitpunkt wo wir das Foto machen Die besten Lichtverhältnisse hat man tatsächlich in der Golden Stunde bei einem wolkenarmen Himmel so wie jetzt hier in diesem Beispiel aber genauso gut kann das auch von Vorteil sein wenn wir Wolken am Himmel haben weil die dann schön angeleuchtet werden und das auch einen schönen dramatischen Effekt ergibt aber wir gehen mal so ein bisschen durch ich habe jetzt hier also wirklich mal über einen längeren Zeitraum fotografiert und du siehst jetzt diesen Übergang von der blauen Stunde in die goldene Stunde rein und jetzt sind hier von hinten wieder ein paar Wolken reingekommen und gerade hier oben sieht man schon sehr gut dass die so langsam anfangen angestrahlt zu und die Sonne kommt so langsam über den Horizont hinweg und leuchtet von unten diese Wolken an und dadurch entsteht jetzt ein richtig dramatischer Himmel jetzt sind wir wieder ein paar Minuten später ja gerade im Hintergrund hier wird es jetzt schon richtig hell also man sieht jetzt hier dass die Sonne gut hervorkommt und diese ganze Szenerie wird insgesamt heller und goldener das Licht ist jetzt nicht mehr bläulich sondern es wird so langsam golden wie die goldene Stunde das auch sagt gehen wir noch eins weiter nach vorne hier habe ich jetzt mit der Lichtung ein bisschen gespielt ich wollte jetzt den Himmel hier mal etwas mehr einfangen und da alle Details drin haben deswegen ist der Vordergrund jetzt wieder etwas dunkler und je weiter wir fortschreiten umso dramatischer wird dieser Himmel hier und du siehst jetzt auch dass die Sonne hier hinten richtig schön durchkommt und die Wolken immer intensiver angestrahlt werden wenn ich jetzt hier noch ein Stück weiter nach vorne gehe dann sieht man jetzt auch jetzt sind wir wirklich voll in der goldenen Stunde drin das Licht wird in der golden Stunde besonders weich wahrgenommen und das heißt dass die Kanten der Schatten sehr weich sind und unscharf sind und und gerade im Herbst wenn das Laub der Bäume die Natur ohnehin in warme Farben taucht dann wird der Effekt der goldenen Stunde noch mal zusätzlich verstärkt also gerade im Herbst kannst du wirklich extrem gut die goldene Stunde fotografieren vor allem auch in der Landschaftsfotografie oder auch in der Städtefotografie wie in diesem Fall bietet dieser Zeitraum einen weiteren sehr großen Vorteil gegenüber der Mittagszeit denn alle Objekte in der Landschaft werfen durch diese tiefstehende Sonne auch noch mal extrem lange Schatten mit dem man dann auch noch mal super spielen kann und das ergibt in der Aufnahme dann auch noch mal eine zusätzliche Tiefenwirkung für die man sorgen kann und mit der man auch spielen kann und auch wenn du Porträts fotografierst dann kann dieses weiche warme Licht zum Beispiel ein super Streif Licht von der Seite sein mit dem du dann arbeiten kannst um die Personen noch etwas mehr in den Vordergrund zu rücken genauso sind auch Gegenlicht Aufnahmen das heißt wenn du wirklich direkt in die Sonne fotografierst und im Vordergrund zum Beispiel ein Porträt hast auch dort eignet sich dieses warme goldene sanfte Licht sehr sehr gut um eine schöne Stimmung in deinen Fotos zu erzeugen also ich kann dir nur empfehlen wirklich gerade die goldene Stunde immer wieder zum Fotografieren zu nutzen im Gegensatz zu einer Aufnahme zur Mittagszeit ist das wirklich richtig gold wert schauen wir mitten in der prallen Mittags Sonne wobei man sagen muss gerade an diesem Tag wo wir dieses Foto aufgenommen haben da waren auch viele Wolken am Himmel was das Licht auch noch mal etwas diffuser gemacht hat wenn jetzt keine Wolke am Himmel gewesen wäre würden diese Schattenkanten auch noch wesentlich härter sein und dazu kommt dass wir hier im Erbst fotografiert haben was natürlich auch die Bäume und die ganze Umgebung noch mal etwas goldener wirken lässt also an sich ist das Foto hier richtig schön ja hier sieht man das Ganze noch mal etwas unbearbeiteter und dort sieht man auch relativ deutlich wie harsch das Licht hier eigentlich ist also wenn man das unbearbeitet sieht dann ist es noch wesentlich krasser dieser Effekt jetzt möchte ich dir auch noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen weichem und hartem Licht zeigen ich habe hier mal ein paar Fotos gemacht damals wo wir im Schatten standen und zwar direkt in Berlin und ja das sind jetzt hier einfach nur ein paar Schnappschüsse gewesen aber du siehst weil das Model hier im Schatten steht haben wir keine harten Schatten Kanten im Gesicht das bedeutet die das Licht ist insgesamt sehr ausgewogen auf dem Gesicht und sieht etwas härtere Schatten unter den Augen bekommen was meistens nicht so vorteilhaft aussieht können wir mal gucken hier sieht man es noch etwas doller ja also diese Schatten hier unter den Augen die sehen meistens relativ unvorteilhaft aus und deswegen versucht man immer mit möglichst weichem Licht in der Portrait Fotografie zu fotografieren auch hier hat man diese Schatten Kanten wieder drin deswegen haben wir das Model dann am Ende natürlich wieder in den Schatten gestellt und jetzt sieht man hier auch dass man eine wesentlich bessere Licht Wirkung insgesamt hat man hat hier so leichtes Licht und Schattenspiel aber es wirkt durch dieses weiche Licht sehr diffus und dadurch hat man hier wirklich ein schönes Licht auf dem Gesicht aber natürlich gibt es auch Situationen wo man gerne im harten Licht fotografiert wo man harte Schatten nutzen möchte vielleicht nicht unbedingt in der Portrait Fotografie aber in der Städte Fotografie macht das durchaus auch manchmal Sinn mit harten Schatten zu spielen gerade längliche Schatten und die dann zu nutzen um damit eine schöne Bildwirkung zu erzielen also ich möchte damit nicht sagen dass immer nur weiches Licht gut ist und hartes Licht schlecht sondern auch dort gibt es viele Beispiele wo man mit hartem Licht schöne Fotos machen kann aber gerade hier in so einer Portrait Fotografie da ist es gut wenn das Licht eher ausgewogen dann auf die Person fällt wenn wir über Licht sprechen dann müssen wir zwangsweise auch über den sogenannten Dynamikum umfang deiner Kamera sprechen was ist der Dynamikum umfang ich probiere es mal ein bisschen zu erklären in einem Foto gibt es immer eine Bereich dazwischen nennt man dann Helligkeits oder auch Kontrast Umfang in bestimmten Situationen wenn du jetzt in der Mittags Sonne unterwegs bist kann der Kontrast Umfang bis zu 20 Blendenstufen betragen und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem was moderne Kameras leisten können dann sind das so 14 bis 15 Blendenstufen maximal dann siehst du schon dass der Dynamikum dieser Kamera nicht ausreicht um in der Mittags Sonne komplett alles von dunkel nach hell dann richtig darzustellen wir werden also immer wieder Probleme damit haben dass eine Kamera vom Dynamikumfang nicht so umfangreich ist wie zum Beispiel das menschliche Auge das liegt einfach auch daran dass das menschliche Auge sich immer dynamisch dem Kontrast Umfang anpasst und deswegen hat das menschliche Auge gefühlt einen höheren Kontrast Umfang denn mit dieser dynamischen Anpassung kann das menschliche Auge bis zu 50 Blendenstufen einsehen das Problem dabei ist nur dass es quasi immer Stück für Stück stattfindet und nicht alles auf einmal wie bei einem Foto diesen Effekt kennst du vielleicht wenn du in praller Sonne stehst und dann in einen dunklen Raum reinkommst da muss sich das menschliche Auge auch erst mal kurz daran gewöhnen dass wir jetzt eine dunklere Umgebung haben dass wir weniger Umgebungslicht haben dementsprechend braucht auch das menschliche Auge immer einen kurzen Moment bis du dann auch in der Dunkelheit wieder gut sehen kannst dem menschlichen Auge gegenüber steht dann der Bild Sensor der Kamera und der kann sich nicht dynamisch anpassen sondern der muss in dem Moment dann einfach funktionieren in diesem Moment des Fotos und von hell oder dunkel sondern man spricht immer von der Bandbreite das heißt wie groß ist diese Bandbreite von hell nach dunkel das ist dann also dieser Dynamikumfang und diesen Dynamikumfang den kann man nicht einfach so vergrößern es gibt natürlich spezielle Methoden und da haben wir ja auch ein Kapitel in diesem Kurs wo es darum geht die sogenannte Bracketing Funktion zu benutzen das heißt wir machen kann ich mit Hilfe von mehreren Fotos diesen Dynamikumfang erweitern in einer Aufnahme an sich kann ich das allerdings nicht also da braucht man dann tatsächlich diesen Workaround drumherum wie gesagt bei den modernen Kameras wird der Dynamikumfang immer größer allerdings ist er immer noch nicht in dem Spektrum was er abbilden müsste damit man wirklich das was das menschliche Auge sieht auch abbilden kann ich denke mal da werden wir auch in naher Zukunft nicht unbedingt hinkommen weil wie gesagt das menschliche Auge den großen Vorteil hat dass es sich dynamisch anpasst das kann ein Bildsensor wie gesagt nicht aber ich hoffe ich konnte dir mal so ein bisschen näher bringen was der Dynamikumfang in der Kamera bedeutet und natürlich wenn man das Ganze überträgt in welcher Licht Situation wir fotografieren dann spielt das schon eine sehr sehr große Rolle denn wenn ich in der Mittagssonne fotografiere wo der Kontrastumfang extrem hoch ist werde ich niemals alle Bereiche des Bildes korrekt abbilden können und deswegen ist es ja auch gerade in der Landschaftsfotografie in der Städtefotografie so besonders schön wenn wir bei einer Abendsonne fotografieren dann wird das Licht diffuser und insgesamt brauchen wir nicht mehr ganz so viel Dynamikum um alles gut und richtig zu belichten und dementsprechend macht das natürlich auch neben dem schönen Licht was sowieso vorherrscht weil es schön weich ist weil es schön warm ist auch noch den großen Unterschied dass wir eben mit dem Dynamikumfang der Kamera hier wirklich auch komplett arbeiten können ohne dass wir mehrere Belichtung brauchen das war es zum Thema Licht ich hoffe ich konnte dir damit eine Menge neue Informationen bieten Licht ist wirklich eine ganz ganz wichtige Variable in der Fotografie und das richtige Licht zu haben auf das richtige Licht zu warten das ist die Kunst dabei dabei wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren heute möchte ich dir mal ein bisschen was über Komposition erzählen und ich bin jetzt hier gerade dabei eine Landschaft zu fotografieren das kommt natürlich mal so bisschen darauf an was man machen möchte möchte man ein Portrait fotografieren möchte man eine Landschaft fotografieren wir werden das ganze auch noch mal mit Portraits machen aber jetzt erstmal hier in der Landschaft ich verfolge in der Landschaft Fotografie mal ein bestimmtes Konzept und das ist eigentlich relativ weitwinklig zu fotografieren und dabei sowohl einen guten Vordergrund zu haben als auch einen Hintergrund und das dann in Balance zu bringen wir haben ja schon gelernt dass ein Weitwinkel Objektiv relativ viel verzerrt und die vorderen Elemente sehr groß darstellen lässt die hinteren Elemente sehr sehr klein und das mache ich mir jetzt hier gerade in dem Moment auch zu Nutze wir stehen jetzt hier nämlich gerade in den Dolomiten und genauer gesagt am Würzjoch und wir haben im Hintergrund richtig tolle Berge und hier im und im Hintergrund wie gesagt der Berg und dadurch habe ich einen extrem coolen Bildaufbau weil ich nämlich den Betrachter so ein bisschen durch das Bild lenke das heißt ich habe hier einen Vordergrund wo der Betrachter als erstes drauf guckt und dieser Vordergrund führt den Betrachter so ein bisschen in den Hintergrund rein auf das eigentliche Hauptmotiv nämlich den Berg dieser Berg wird jetzt auch noch schön von eine Abendsonne angestrahlt und dementsprechend haben wir hier insgesamt ein richtig tolles Ergebnis am Ende bevor ich anfange zu fotografieren ist für mich immer die erste Frage die ich stelle mache ich ein Querformat oder ein Hochformat Bild es gibt Szenerien wie zum Beispiel hier da eignet sich beides wobei ich persönlich sagen muss ich habe jetzt beides ausprobiert dass mir das Hochformat besser gefällt kann mache dann habe ich einfach einen schöneren Bildaufbau weil das Ganze von unten nach oben quasi den Betrachter leitet und da die Berge auch diese Bergspitzen nach oben haben kommt man quasi einmal von diesen Wurzeln die dann auf den Berg zeigen so von unten nach oben und geht oben aus dem Bild quasi wieder heraus das sind so sogenannte führende Linien die man da auch nutzen kann und im Zusammenhang mit einer starken Komposition was Vordergrund und Hintergrund angeht macht es einen sehr schönen Bildaufbau am Ende ich blende dir jetzt sowohl das Hochformat als auch das Querformat ein und dann kannst du selber entscheiden was du besser findest wie gesagt ich finde dass diese Wurzeln in einem Hochformat wesentlich besser zur Geltung kommen also das ist Frage Nummer eins die geklärt ist jetzt muss ich mich darum kümmern okay welche Brennweite nutze ich in dem Fall Landschaften bin ich eigentlich immer sehr weitwinklig ich bin jetzt hier auch wirklich bei 14 Millimetern das heißt wirklich das weiteste was ich machen kann weil dann habe ich den Effekt dass diese Baumwurzeln im Vordergrund sehr sehr groß wirken und der Berg im Hintergrund sehr klein dadurch dass der Berg aber 500.000 mal größer ist als diese Wurzeln hier im Vordergrund sieht das auf dem Foto am Ende wirklich ausbalanciert aus das heißt ich habe hier einen schönen Vordergrund und einen Hintergrund die von den Größen Verhältnissen her eigentlich richtig cool aussehen obwohl es in echt natürlich überhaupt nicht so ist aber das ist ja das kreative an der Fotografie dass man eben genau sowas machen kann und ich sage immer so Regeln sind dafür da um gebrochen zu werden zum Beispiel gibt es diese besagte Regel dritte Regel goldener Schnitt das ist jetzt zum Beispiel das was Ugas mein Kameramann auch gerade angewandt hat ich stehe nicht genau in der Mitte vom Bild wenn ihr jetzt dieses Video seht sondern ich stehe seitlich ja ich stehe also genau auf der dritte Linie wenn man hier so Teile teilen sodass man am Ende neun Felder hat und der goldene Schnitt besagt dass man sich immer auf der dritte Linie quasi bewegt und nicht direkt in der Mitte und damit hat man auch immer einen etwas spannenderen Bildaufbau weil man auf der einen Seite mehr Platz hat als auf der anderen das kann man genauso gut auch horizontal aufteilen und wenn du jetzt hier mal mein Bild auf der zweidrittel Linie oben anfängt also wenn man von oben guckt auf der ersten horizontalen dritte Linie da fängt der Berg an wir haben also ein drittel quasi Hintergrund und zwei drittel vordergrund also da habe ich jetzt auch nicht 50 50 gemacht sondern die Kamera eher ein bisschen nach unten geneigt so dass wir ein bisschen mehr von dem Vordergrund drauf haben also auch diese Regel wurde tatsächlich jetzt hier angewandt dann gibt es noch andere Regeln man kann zum Beispiel auch mit Spiegelungen arbeiten ich blende hier mal eine Spiegelung ein und gerade bei solchen Spiegelungen zum Beispiel ist die Regel wieder genau andersrum da möchte man Symmetrie haben das heißt da teilt man das Bild wirklich genau in der Mitte auf aber wie gesagt da gibt es hunderte Regeln und das wichtigste dass erhält immer dass man nicht immer auf alle Regeln achtet sondern dass man auch mal eine Regel bricht dann kann auch mal ein richtig tolles Foto bei herum kommen wie du siehst gibt es sehr sehr viele Regeln in Anführungsstrichen oder Tipps die man nutzen kann um ein Bild schön zu gestalten für mich wie gesagt die wichtigsten die ich gerade aufgezählt habe also die bekannteste Regel ist halte ich immer für besonders schön in der Landschaftsfotografie und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen querformat hochformat das ist eigentlich immer so die erste Entscheidung die du treffen solltest also schau dir diese Regeln jetzt mal ein bisschen genauer an probiere sie mal zu brechen das ist ganz ganz wichtig dabei dass du dich da nicht drauf festzuhust immer an bestimmte Regeln zu denken sondern schnell einen guten Bildaufbau zu bekommen also wende sie ruhig am Anfang an geh mit der Kamera raus fotografiere Porträts fotografiere Landschaften fotografiere Sport und so weiter und am Ende wirst du merken dass du in deinem Bildaufbau auch tatsächlich dann immer besser wirst ich bin zufrieden mit meinem Bild hier ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und nach Hause fahren und das Bild bearbeiten und für dich heißt es jetzt wieder mit der Kamera raus gehen und an den eigenen Kompositionen arbeiten viel Spaß Langzeitbelichtung sind im Endeffekt immer dann notwendig wenn du sich bewegende Objekte zum Beispiel verschwimmen lassen möchtest oder auch hier einen sehr schönen Effekt auf das Wasser legen möchtest denn wenn ich lange belichte dann wird das Wasser zu einer Art Eisschicht auf dem Foto wann spreche ich von einer Langzeitbelichtung im Endeffekt ist das nicht genau definiert ich sage immer so ab einer Sekunde Belichtungszeit ist das eine Langzeitbelichtung und je länger du das machst umso krasser wird dann im Endeffekt dieser Effekt ich werde dir jetzt mal ganz kurz am Anfang den Unterschied zeigen zwischen einer Langzeitbelichtung und einem normalen Foto und dann wirst du sehen was ich eigentlich meine ich werde jetzt einfach mal anfangen mit einem normalen Foto und dann in eine Langzeitbelichtung übergehen und dann wirst du mal diesen Unterschied selber sehen fangen wir jetzt hier einfach mal an normalerweise das ist jetzt eine Tagesaufnahme bin ich ausgeglichen ist machen wir einfach mal ein Foto und das ist jetzt hier sage ich mal der normale Effekt auch im Wasser du siehst ja relativ viele Details noch im Wasser kleine Wellen und wenn ich jetzt diesen Effekt erzielen möchte einer Langzeitbelichtung dann habe ich mehrere Möglichkeiten das heißt ich muss jetzt ja die Verschlusszeit quasi verlängern und gerade im Tagesbereich ist das natürlich ja relativ kompliziert denn womit kann ich jetzt noch gegensteuern ich könnte jetzt theoretisch die Blende noch weiter zumachen mit der ISO zahl bin ich schon komplett unten und da kann ich nicht weiter runter gehen das heißt ich könnte jetzt sagen wir machen jetzt mal die Blende auf Blende 16 zum Beispiel und dann kann ich hier die Verschlusszeit noch ein bisschen verkürzen aber im Endeffekt komme ich auf 30 Sekunde mehr schaffe ich nicht machen wir hier auch noch mal schnell ein Foto aber da ist der Unterschied noch nicht wirklich gegeben wo man sagen könnte das ist jetzt eine Langzeitbelichtung bedeutet ich brauche zusätzliche Hilfsmittel und diese zusätzliche Hilfsmittel sind Filter ich habe jetzt hier mir mal verschiedene Filter mitgenommen die nennen sich ND Filter ND steht für Neutral Density bedeutet also so viel wie Graufilter deswegen Grau weil Grau eine neutrale Farbe ist also kein Farbstich besitzt und dieser Filter macht das Bild einfach erstmal dunkler das heißt es kommt weniger Licht durch die Kamera auf den Kamerasensor durch und dementsprechend können wir damit unsere Verschlusszeit verlängern dafür sind diese ND Filter gedacht die gibt es in verschiedenen Stärken je nachdem was ich gerade brauche ich habe jetzt hier drin mal zwei Stärken drin einmal ein 6 Stop Filter und einmal ein 3 Stop Filter ich denke mal 6 Stops sind hier ausreichend 6 Stops bedeutet im Endeffekt dass dieser Filter 6 Blendenstufen abdunkelt und wir wissen ja bereits was Blendenstufen sind es gibt noch die dritte Schritte dazwischen aber wenn ich 6 Blendenstufen abdunkeln kann denke ich mal haben wir hier schon ein sehr schönes Ergebnis und den schraube ich jetzt hier vorne auf die Kamera mal drauf so jetzt setzen mal den ganzen Filter Halter hier mal vorne drauf perfekt und in diesen Filter Halter kann ich jetzt hier den entsprechenden Filter reinsetzen ein kleiner Hinweis noch den ich dir geben möchte diese ND Filter gerade die Steckfilter haben hier außenrum immer so eine kleine Beschichtung noch wo einfach dafür gesorgt wird wenn du die drauf steckst dass kein Licht mehr von hinten oder von der Seite irgendwie reinkommt das ist also ganz wichtig dass du die wirklich so komplett reinsteckst dass die wirklich zentriert auf dem Aufsatz stecken denn sonst ist das hier quasi unnötig und dann kommt Licht von hinten rein und versaut dir am Ende das Foto also darauf auf jeden Fall achten und dann siehst du schon wie viel dunkler es wird auf einmal ist es komplett dunkel und jetzt kann ich insgesamt sechs Blendenstufen quasi wieder aufhellen mit der Verschlusszeit also machen wir das einfach mal 1 2 3 jetzt habe ich jetzt könnte ich theoretisch noch den ISO Wert auf low stellen also ich kann unter den nativen ISO Wert noch gehen und zwar drei Blendschritte sieht man jetzt hier auf low 1.0 und damit könnte ich jetzt nochmal einen Blendschritt weiter aufhellen in der Verschlusszeit jetzt sind wir insgesamt bei 4 Sekunden Verschlusszeit und das ist schon mal eine ganz gute Methode um jetzt hier insgesamt das Ganze von heißt ich könnte jetzt noch meinen 3 Stop Filter drauf setzen und das Ganze damit noch mal verlängern ich kann also mehrere Filter miteinander kombinieren ich probiere es jetzt aber erst mal so aus mit 4 Sekunden quasi machen mal ein Bild ja und man merkt schon das dauert jetzt ein bisschen bis die Kamera auslöst und jetzt haben wir hier insgesamt 4 Sekunden belichtet und man sieht schon dass das Wasser so ein bisschen eisförmig aussieht es ist noch nicht komplett so wie ich es mir vorstelle aber es geht so langsam in die richtige Richtung jetzt könnte ich noch den zweiten Filter drauf packen um das Ganze zu kombinieren das machen wir das ist jetzt eine richtige Langzeit Belichtung wichtig ist jetzt dass ich nicht mehr selber auf den Auslöser drücke sondern dass ich zum Beispiel hier den Selbstauslöser mal einstellen auf zwei Sekunden reicht vollkommen aus aber bei einer Langzeit Belichtung ist es immer sehr wichtig dass du deine Kamera wirklich auf ein Stativ zum Beispiel stellst oder irgendwo wo sie sich gar nicht bewegt und auch den Auslöser nicht mehr selber drücken oder halt mit dem Selbstauslöser arbeiten sodass wirklich keine Bewegung mehr in der Kamera drin ist sonst wird das Bild am Ende nicht wirklich scharf probieren wir es einfach mal lösen wir aus und jetzt warten wir schöne 30 Sekunden bis das Bild fertig ist das ist auch ganz wichtig wir stehen jetzt hier auf dem Steg nach möglichkeit nicht wirklich bewegen also stehen das ist jetzt ein bisschen Wartezeit hier aber das Ergebnis ist dafür am Ende umso schöner weil wir jetzt gleich wirklich eine ganz gerade Fläche haben werden in diesem Wasser wo das Foto damit eine ganz andere Qualität bekommt und da haben wir es auch schon und das sieht auch jetzt schon richtig gut aus also da muss ich sagen jetzt sieht das Wasser sehr schön aus der Vorteil ist bei es ist ja oftmals so dass man diese ganzen kleinen Riffelungen und Details und so weiter dass die oftmals sehr schnell ablenken können und wir machen das Foto damit ein bisschen minimalistischer und das gefällt mir an dieser Stelle richtig gut klar ich müsste jetzt noch ein bisschen in die Bildbearbeitung reingehen und das Foto vielleicht noch ein bisschen nach bearbeiten gerade von den Helligkeitswerten aber grundsätzlich gefällt mir das an dieser Stelle schon richtig gut wenn wir das jetzt mal vergleichen das ist jetzt die Langzeitberichtung und das war es hier ohne da sieht man schon relativ stark noch im Wasser die Maschinen Riffelungen einfach und jetzt haben wir das einfach komplett raus genommen es gibt natürlich noch bessere Beispiele wenn man zum Beispiel ein Wasserfall fotografiert da kann ich dir auch nochmal das Videomaterial einblenden zum Thema Verschlusszeit was wir damals aufgenommen haben auch dort haben wir ein Wasserfall fotografiert und wenn so ein richtig laufender Wasserfall fotografiert wird dann reicht meistens schon so eine halbe Sekunde aus um den richtig schön darstellen zu lassen hier bei solch einem Wasser brauchen längere Verschlusszeiten deswegen haben wir auch das hier gewählt für eine Langzeitbelichtung weil wir hier einfach mit mehreren Sekunden also mit einer halben Minute schon arbeiten müssen um das wirklich richtig glatt zu ziehen es kommt immer darauf an wie stark sich ein Element im Foto dann wirklich bewegt an dieser Stelle noch mal kurz zusammengefasst was du für eine Langzeitbelichtung alles brauchst im Endeffekt brauchst du irgendwas womit du deine Kamera stabilisieren kannst also am einfachsten ein Stativ du kannst deine Kamera irgendwo hinstellen meistens hast du dann aber nicht die perfekte Auflagefläche dann kann die Kamera doch ein bisschen wackeln also ein Stativ ist eigentlich sinnvoll für eine Langzeitbelichtung wenn du am Tag eine Langzeitbelichtung machen möchtest kommst du eigentlich um sogenannte ND Filter oder Graufilter nicht herum diese Graufilter gibt es wie gesagt in verschiedenen Stärken gerade wenn du jetzt wie wir in der Mittagssonne fotografieren dann braucht man schon relativ viel du siehst wir haben jetzt insgesamt um neun Blendenstufen abgedunkelt damit wir hier 30 Sekunden lichten können dafür haben wir auch die Blende sehr weit zugemacht eigentlich schon fast zu weit für meinen Geschmack und der ISO-Wert ist auch wirklich ganz tief also man kann da ruhig auch mit einem 10 Stop Filter arbeiten es gibt sogar 13 Stop Filter muss man immer gucken ist von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich und natürlich ist es auch so dass das jetzt hier eine Konstruktion ist für ein Weitwinkel Objektiv es gibt auch sogenannte Schraubfilter also man kann auch direkt in das Schraubgewinde von einem Objektiv ND Filter reinschrauben die sind dann halt rund logischerweise die sind dann natürlich auch ein bisschen kostengünstiger als sowas hier beim sehr weitwinkeligen Objektiv wie ich jetzt gerade drauf habe ist das immer Varianten ich nutze hier Filter von der Firma Nisi weil ich von denen auch gesponsert werde ich bin in deren Auftrag als Ambassador unterwegs und da gibt es natürlich auch einen Rabattcode den kann ich die auch nochmal einblenden falls du für dich selber also Filter bestellen möchtest das sind also die grundlegenden Sachen wenn du einen Fernauslöser hast nutze auch den ich habe jetzt hier den Selbst auch wenn es jetzt hier relativ laut ist weil wir stehen hier mitten auf einer Verkehrsinsel in Berlin direkt vor der Siegessäule und ich möchte dir mal zeigen was man mit einer Langzeitverlichtung sonst noch so für Effekte erzielen kann wir haben jetzt hier schon fast blaue Stunde und ich habe jetzt hier mal alles so eingestellt dass ich ohne Filter fotografiere Blende 22 also so am weit geschlossen wie möglich den iso wert habe ich so weit runter gedreht wie auch nur möglich und jetzt bin ich bei ungefähr zehn sekunden verschluss zeit das wird je nachdem wenn es jetzt dunkler wird kann ich 10 sekunden jetzt kommen hier gerade von beiden seiten die autos ist schön laut ich hoffe man versteht mich noch und wir werden einfach mal gucken was wir bei zehn sekunden belichtung rausbekommen das könnte ein richtig cooler effekt werden man sieht die ganzen autos gar nicht mehr sondern wirklich nur die Lichtstreifen und es ergibt einen schönen Effekt den man mit so einer langzeit belichtung machen kann belichte gleich nochmal links kommen noch ein paar autos rechts sind sie schon durch und ich finde diese fotos richtig klasse ich würde sagen ich warte jetzt mal noch so ein paar minuten dass es noch ein bisschen dunkler wird dann kann ich die blende wieder ein bisschen weiter auf machen ich fotografiere am liebsten mit blende 8 bis 11 weil dort das objektiv am schärfsten ist und trotzdem möchte eine lange verschlusszeit haben also zehn sekunden sollte es mindestens sein da sieht man schon sehr schön dass man bei zehn sekunden lange genug belichten kann damit man wirklich richtig schöne lichtzieher von den autos bekommt wichtig ist halt immer dass das umgebungslicht schon relativ dunkel ist damit diese lichter überhaupt erst zum vorschein kommen und ansonsten könnte man natürlich auch wenn Seller ist mit ND filter fotografieren wobei ich sagen muss dann kommen diese lichter wie gesagt gar nicht so sehr zum vorschein also eigentlich ist die art der fotografie wirklich in der blauen stunde am besten wenn man jetzt noch ein kleines bisschen wartet dann geht vielleicht auch die laterne hier im vordergrund gleich noch an haben wir auch nochmal ein schönen Effekt drin ich mache ein Foto jetzt kommen noch ein paar Hotus lang sehr schön und da hat man richtig schönen Effekt wichtig wie gesagt wieder auch hier Kamera unbedingt auf dem Stativ stellen damit wir wirklich keine Bewegungsunschärfe von der Kamera an sich drin haben sondern wirklich nur von den Motiven das heißt hier in dem Fall vom Auto und wenn ich jetzt hier mal reingucke da sieht man natürlich schon mit Blende 22 ist das alles nicht mehr ganz scharf deswegen werde ich jetzt hier mal die Blende ein bisschen weiter öffnen ohne dass hier irgendwas ausbrett ja also ich bin jetzt mal ich blende 11 blende 13 mache ungefähr dann schlägt das histogramm zumindest noch nicht an jetzt warten wir gleich wieder auf den richtigen moment dass die autos auch wirklich in bewegung sind weil wenn sie stehen dann kann ich so lange belichten wie ich möchte dann werden sich trotzdem nicht bewegen das heißt man muss jetzt hier auch immer so ein bisschen abpassen wie sind denn die ampel phasen rechts und links und ich habe das große glück dass beide ampel hier mal gleichzeitig auf grün schalten bedeutet dass wir dann wirklich auf der rechten und auf der linken seite die fahrenden autos haben so jetzt geht es wieder los jetzt kann man mal wieder gucken auf der seite brauchen sie noch kurz jetzt sollte es aber gleich wieder soweit sein genau jetzt kommen sie von der anderen seite von hinten zack und von vorne kommen sie auch ich lichte wieder zehn sekunden und wir bekommen ein schönes ergebnis schau mal gleich noch ein bild noch fahren die autos hier lang ausnutzen die ampel phasen perfekt hammer ich bin zufrieden ich bin sehr zufrieden mit diesem bild weil wir jetzt tatsächlich auch schon bei blende 13 sind ich könnte jetzt in der nächsten ampel phase schon auf blende 11 runter gehen also die blende wieder ein bisschen weiter öffnen und danach haben wir wirklich auch eine gute schärfe in dem bild drin weil das war gerade eben bei blende 22 so ein bisschen semi aber jetzt mit blende 13 sieht das schon wesentlich besser aus so ich bin zufrieden wir haben eine super langzeitbelichtung hierhin bekommen wie gesagt werd mal ein bisschen kreativ alles was sich bewegt in deinem bild kannst du mit einer langzeitbelichtung wirklich zu einem schönen effekt machen den man halt nicht mit dem bloßen auge erkennen kann das könnte wasser sein das können wolken sein das können lang die sich bewegen und du lang genug belicht das kannst du auch damit touristen aus deinem bild entfernen weil wenn sie sich bewegen wo länger belicht ist dann sieht man sie am ende auch nicht mehr und da kannst du wirklich sehr kreativ werden mit dieser langzeitbelichtung und ich möchte dass du das auf jeden Fall jetzt mal ausprobierst Gehe also raus mit der kamera nimm dir ein stativ mit dass die kamera sich nicht bewegt und dann fang einfach mal an mit langzeitbelichtung herum zu experimentieren ich bin mir sicher du kriegst coole ergebnis hin viel spaß heute mal ein video zum thema wie kann ich den hintergrund eines fotos richtig schön und scharf machen denn ich habe jetzt hier mal so ein paar blumen gefunden und die möchte ich jetzt mal fotografieren und ich zeige dir jetzt mal gleich das ergebnis zack so mal foto gemacht jetzt ist der hintergrund sehr sehr scharf das heißt das motiv also die blume hebt sich gar nicht wirklich vom hintergrund ab und ich möchte diese blume gerne so ein bisschen isolieren von dem restlichen bild und deswegen möchte ich den hintergrund unscharf machen dafür gibt es insgesamt drei methoden die ich anwenden wäre jetzt die blende weiter öffnen das haben wir ja damals schon gelernt mit einer weiter geöffneten blende hast du weniger tiefenschärfe und das bedeutet dass die schärfeebene kleiner wird und wenn ich jetzt den fokus punkt auf die blume setzen würde dann wird der hintergrund dadurch unschärfer machen wir das einfach mal ich hatte gerade eben blende 11 jetzt gehe mal jetzt machen wir das gleiche nochmal wieder fotografiert und jetzt sieht man schon den krassen unterschied also wenn ich jetzt die beiden Fotos miteinander vergleiche blende 11 und 2 8 dann sieht man schon dass der Hintergrund wesentlich unschärfer geworden ist man kann aber natürlich noch mehr machen neben der Blende die ich öffnen kann kann ich auch den Abstand zu dem Motiv verringern oder vergrößern und je näher ich mit der Kamera an dem Motiv dran bin was ich fotografieren möchte was im Hauptfokus sein soll desto mehr ist die Relation der Abstand also hier zwischen dem Hauptmotiv und der Kamera und dem Hintergrund die wird immer größer und auch das beeinflusst wie unscharf der Hintergrund wird ich probiere jetzt mal so nah wie möglich ranzugehen jedes Objektiv bis die Kamera auslöst und jetzt sieht man auch schon wenn ich jetzt einmal da rangehe und jetzt mache ich das einmal von weiter weg der Unterschied wenn ich nah dran bin ist der Hintergrund unscharf wenn ich weit weg bin dann ist der Hintergrund wieder wesentlich schärfer das liegt einfach an der Relation zwischen dem Abstand von Kamera und Hauptmotiv und dem Hintergrund wenn der Abstand sehr klein ist und der Abstand nach hinten sehr groß dann wird der Hintergrund entsprechend unschärfer und je weiter ich dann jetzt hier weg gehe von dem Motiv desto mehr Abstand ist hier logischerweise dazwischen und dann ist die Relation zwischen dem Abstand und dem Abstand hinter dem Motiv deutlich geringer ja das ist also Möglichkeit Nummer 2 und Möglichkeit Nummer 3 ist dann eine andere Brennweite ich bin hier nämlich im Moment bei 14 Millimetern gewesen wenn ich jetzt mal 70 Millimeter nehme also das Blickfeld wesentlich enger mache und mir das Objekt näher ran hole ist das auch noch eine Methode wie ich mehr Unschärfe in den Hintergrund bekommen kann dafür muss ich jetzt aber einmal Objektiv wechseln so jetzt habe ich hier das 24 bis 70 Millimeter Objektiv drauf und jetzt gehe wirklich so nah wie der Autofokus ist noch zulässt und mache wieder ein Foto und jetzt guckt ihr mal den Hintergrund an jetzt haben wir hier mit einer offenen Blende fotografiert wir waren so nah wie möglich an dem Hauptmotiv dran und wir haben gleichzeitig noch eine hohe Brennweite benutzt und jetzt schaut ihr mal an wie unscharf der Hintergrund geworden ist und wie schön wir diese Blume hier von kombinieren dann wird der Hintergrund richtig unscharf wenn du nur eins davon machst dann kriegt man auch schon ein gutes Ergebnis hin aber wenn man alles drei miteinander kombiniert dann ist es umso besser und das funktioniert natürlich genauso zum Beispiel in der Portteri Fotografie wenn ich da die Person freistellen möchte vor dem Hintergrund dann nehme ich eine etwas weitere Brennweite 85 Millimeter 100 Millimeter 200 Millimeter ich probiere möglichst offenblendig zu fotografieren und ich probiere auch so nah wie möglich an der Person dran zu sein und ich probiere die Person auch nicht direkt an eine Wand zu stellen sondern dass die Person nach hinten raus möglichst viel Platz hat das ist der entscheidende Faktor dass man dann auch wirklich einen richtig unscharfen Hintergrund bekommt wenn ihr direkt an der Wand steht wie der Hintergrund unscharf werden funktioniert gar nicht weil die schärfeebene viel zu nah dran ist an der Wand sondern wenn ich jetzt 100 Meter nach hinten Platz habe dann wird alles richtig unscharf also diese drei Methoden miteinander kombinieren und dann bekommt man richtig schöne Fotos hin und jeder der nichts mit der Fotografie zu tun hat und solche Bilder sieht wo der Hintergrund so unscharf ist der assoziiert damit gleich der kann ja richtig gut fotografieren dabei sind es nur ganz simple Tricks aber das reicht schon aus um die Leute zu beeindrucken deswegen mache ich jetzt noch ein paar Bilder hier von den Blumen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Lektion wieder jetzt bist du wieder dran hol deine Kamera raus mach das Ganze einmal nach probiere wie das Ganze bei dir funktioniert offen ländlich fotografieren nah an das Motiv heran und gleichzeitig auch noch eine Tele Brennweite werden los geht's heute geht es mal um das Thema wie kriege ich meine Fotos immer scharf da gibt es verschiedene Tipps und Tricks die ich dir heute mal zeigen möchte damit du deine Fotos wirklich auch immer scharf hast und nicht dich am Ende ärgerst wenn du es dir am großen PC anschaust später und dann feststellst so richtig die Knackschärfe die fehlt also viel Spaß ein Tipp ist nutze ein Stativ und nutze ein Fernauslöser mir ist bewusst dass man ein Stativ nicht immer überall nutzen kann wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst dann kannst du da nicht mit dem Stativ rumrennen weil du halt sehr schnell fotografieren musst viele verschiedene Szenen einfangen musst und ein Stativ ist eher dafür da dass man in Ruhe fotografieren kann in Ruhe seine Komposition aufbauen kann und dann auch die Kamera eine Weile auf dem Stativ stehen lässt aber zum Beispiel in der Landschaftsfotografie wo ich jetzt hier gerade unterwegs bin da ist das super mit dem Stativ zu arbeiten denn ich kann wirklich millimetergenau erstens meine Komposition ausrichten und zweitens habe ich jetzt auch nicht das Problem dass ich aus der Stativstelle was auch sehr stabil ist dann bewegt sich hier auch nichts mehr und dann haben wir auch keine Bewegungs Unschärfe und das Bild wird am Ende schärfer und das schöne ist jetzt gerade in der Landschaftsfotografie möchte ich auch mal mit längeren Verschlusszeiten arbeiten zum Beispiel beim Sonnenuntergang oder in der blauen Stunde und dann kann ich auch mit längeren Verschlusszeiten ganz einfach hier fotografieren der Fernauslöser ist dann noch dazu da den kann ich dann auch noch in die Kamera einstöpseln dann muss ich nicht mal mehr auf den Auslöser hier oben klicken denn selbst wenn ich einfach hier einmal auf die Kamera drauf drücke kann es sein dass eine leichte Bewegung in die Kamera reinkommt und das wäre natürlich kontraproduktiv wenn du kein Fernauslöser hast dann kannst du auch mit dem Selbst Auslöser in der Kamera arbeiten den kannst du dann auf zwei oder fünf Sekunden einstellen und dann kann die Kamera diese Bewegung abfedern und steht dann wirklich wieder komplett still wenn du das Bild dann tatsächlich machst aber nicht nur Landschaftsfotografen nutzen Stative selbst Sportfotografen oder manchmal auch Pressefotografen sind mit sogenannten Einbeinstativen unterwegs die haben natürlich nicht ganz so viel Halt wie jetzt hier so ein Dreibeinstativ aber es unterstützt trotzdem auch die Kamera und gerade wenn du mit schweren Objektiven unterwegs bist gibt das nochmal einen zusätzlichen Halt damit die Verwacklung in der Kamera dann nicht ganz so groß ist wichtig beim Stativ ist immer dass es möglichst stabil ist das kommt natürlich auch immer darauf an was für eine Kamera du hier oben drauf hast wenn die Kamera relativ klein und leicht ist reicht auch ein kleines und leicht Stativ wenn die Kamera sehr schwer ist dann sollte das Stativ auch entsprechend angepasst sein das heißt dann muss es auch wirklich ein bisschen schwerer sein ein bisschen größer und so dass es dann auch wirklich gut das Gewicht der Kamera tragen kann ich habe bei meinem Stativ damals auch darauf geachtet dass wenn ich selber stehe dass das Stativ da nicht zu klein oder zu groß ist sondern dass ich selber nach Möglichkeit wenn es voll ausgefahren ist gut auf Augenhöhe durch den Sucher der Kamera gucken kann wenn du aber mit einem leichten und vielleicht auch etwas günstigeres Stativ unterwegs bist was nicht ganz so stabil ist dann gibt es auch immer Vorrichtungen die man hier unten dran hängen kann dann kann man hier einen kleinen Haken dran machen und dann könntest du zum Beispiel deinen Kamerarucksack dran hängen dann hat das ganze Stativ auch wieder mehr Gewicht und ist dadurch natürlich auch stabiler also da kann man auch mit verschiedenen Tricks arbeiten und auch mit sehr günstig Material gute Ergebnisse erzielen und auch bei den Fernauslösern muss es nichts teures sein natürlich gibt es Fernauslöser die kosten 80 Euro Kabelvariante entschieden weil es für mich erstens das günstigste war und zweitens ist Kabel meistens am zuverlässigsten von daher wie gesagt keine 5 Euro kostet das Ding und lohnt sich eigentlich immer irgendwie in der Kameratasche mit dabei zu haben die modern Kameras können inzwischen auch über eine App über Smartphone ausgelöst werden das funktioniert dann über Bluetooth oder WLAN also da kannst du einfach mal gucken ob deine Kamera zum Beispiel WLAN fähig ist und dann eine entsprechende App vorhanden ist Tipp Nummer zwei und der klingt jetzt sehr banal aber es ist tatsächlich wichtig zu erwähnen nämlich halte deine Kamera richtig wenn du jetzt kein Stativ hast dann ist es wichtig wie du deine Kamera hältst zum einen geht es da erstmal darum einen richtig guten Standpunkt zu finden also ich stelle mich jetzt mal ein bisschen weiter weg damit die Kamera mich komplett drauf hat ich stelle mich meistens etwas breitbeiniger hin ja ein bisschen macho mäßig aber so hat man einfach einen besseren Stand also so ein bisschen mehr als schulterbreit ungefähr hinstellen dann hast du schon mal einen sehr stabilen Stand und dann habe ich meistens mit meiner rechten Hand halte ich gut das ganze fotografieren ohne dass ich sehr viel wacke wenn du jetzt jemand bist der sehr zittrig ist dann noch so als kleiner tipp da sagt man immer so luft anhalten und da mal ein tipp von scharf schützen habe ich fotografieren dann hat man meistens am wenigsten verwacken du kannst dir auch den elbogen den rechten elbogen so ein bisschen noch in den körper mit rein bringen den linken elbogen auch so ein bisschen gegen und wie gesagt wenn du dann mit der unterstützung arbeitest und gleichzeitig noch ausatmest und jetzt fotografierst dann hast du einen sehr stabilen Stand wenn es möglich ist kannst du die kamera natürlich auch irgendwo ablegen vielleicht mit einer kleinen unter konstruktion noch manche haben so eine art reißkissen was man noch unter die kamera legen kann und dann hast du hier auch noch ein bisschen stabilität ich könnte jetzt zum beispiel mal gucken wenn ich jetzt hier mir das ganze mal auf einen feldstein zum beispiel lege oder was auch immer dann habe ich hier auch einen ganz guten halt muss verschlusszeiten schon so einiges gelernt es gibt ja zum beispiel diese regel dass man mit seiner brennweite also eins durch brennweite quasi arbeiten sollte um die verschlusszeit zu ermitteln die man maximal haben kann oder minimal haben kann um ein scharfes foto aus der hand zu schießen wenn ich jetzt zum beispiel bei 20 millimetern bin dann würde diese regel sagen dass ich mit einer 20 sekunde fotografieren kann aus meiner erfahrung heraus ist es aber eher so dass man doch ein bisschen kürzer belichten sollte damit das foto wirklich am ende richtig scharf wird ich kann es jetzt einfach probieren hier 20 millimeter wenn ich jetzt auf eine 20 verschlusszeit gehe und jetzt fotografiere und zoome ich jetzt mal rein das ist leicht verbackelt also diese regel würde ich eher sagen dass du das noch verdoppelst wenn du jetzt sagst 20 millimeter würde ich wahrscheinlich mit einer 40 sekunde mindestens fotografieren wollen ansonsten kommt es wie gesagt sehr darauf an mit welcher brennweite du fotografierst und es kommt natürlich auch auf das motiv an was du fotografierst wenn du ein motiv hast was sich sehr schnell bewegt und da gehe ich jetzt zum beispiel immer von einem sportler aus von einem rennwagen oder auch wenn Tiere fotografierst dann bewegen die sich sehr schnell und entsprechend kurz muss die verschlusszeit sein damit diese bewegung auch wirklich eingefroren wird bei einem sportler also wenn ich jetzt zum beispiel am fußballfeld stehen würde und fotografieren würde würde ich eigentlich mindestens eine tausendste sekunde verschlusszeit nehmen damit ich einigermaßen davon ausgehen kann dass das motiv wirklich immer korrekt scharf ist das kann natürlich auch noch höher werden dementsprechend muss man natürlich gucken dass man die iso zahl etwas höher geht aber da sollte man schon darauf achten dass man da entsprechend kurze verschlusszeiten wählt der nächste tipp ist die auswahl des richtigen fokus modus zum einen kann ich manuell fokussieren das macht immer dann sinn wenn ich auch auf dem stativ fotografiere wenn ich eine ruhige szenerie habe wie zum beispiel jetzt hier wieder landschaften da bewegt sich nichts im bild und da kann ich wirklich manuell fokussieren da habe ich selber die volle kontrolle und kann am bildschirm auch wirklich zu 100 prozent rein zoomen und gucken ob das bild wirklich scharf wird zum anderen gibt es dann aber auch den autofokus und da gibt es ja dann auch noch verschiedene methoden ich kann den single autofokus benutzen das heißt ich fokussiere quasi einmal mit drücken das würde zum beispiel im sport wieder sinn machen wenn ein fußballer auf mich zu gerannt kommt kann ich mit dem kontinuierlichen autofokus mehrere bilder schnell hintereinander machen und der fokus zieht dabei immer mit und so musst du halt von szenerie zu szenerie mal gucken was für eine art von fokus du brauchst möchtest du selber die kontrolle darüber haben dann den manuellen fokus das was du dir am ende überlegen musst und je nachdem welche szenen du fotografierst der nächste tipp ist eher was für moderne kameras denn moderne kameras haben das sogenannte ebs drin also in body stabilisation das heißt sie haben eine stabilisierungs funktion mit eingebaut und wenn du jetzt sehr zittrige hände hast dann versuch die kamera das entsprechend auszugleichen das gibt es auch in manchen objektiven kannst du mal schauen manche objektive haben hier noch mal einen schalter dran wo man diese stabilisierung ein und ausschalten kann und es gibt tests wo tatsächlich mal es geschafft wurde zwei sekunden lang aus der hand zu belichten ich persönlich habe das noch nicht geschafft auch nicht mit kameras stabilisierung aber es scheint leute zu geben die das geschafft haben wie auch immer also ich glaube es ist ein gutes hilfsmittel aber so krass kann ich mir nicht vorstellen dass man dann tatsächlich aus der hand zwei sekunden belichten kann und dann noch ein knack scharfes foto bei rum kommt ihr könnt es aber selber gerne mal ausprobieren und ihr könnt mir auch gerne meine e-mail schreiben falls ihr das selber geschafft habt aus der hand zwei sekunden das Foto möchte ich dann bitte per e-mail haben ganz wichtig an dieser stelle noch zu sagen diese stabilisierung solltest du auf jeden fall ausschalten wenn du mit einem stativ arbeitest denn die kamera probiert immer das bild irgendwie zu stabilisieren wenn du auf einem stativ bist mit der kamera dann ist die ja schon stabilisiert quasi und dann würde das eher kontraproduktiv wirken deswegen sobald du die kamer auf ein stativ packst schalte diese stabilisierungs funktion aus damit du dann noch knackscharfe bilder bekommst auf dem stativ und der letzte tipp den ich geben kann ist nutze die richtige blende klingt auch wieder relativ banal ist aber doch relativ einleuchtend denn je nach motiv brauchst du eine gewisse schärfentiefe und die kannst du mit der blende natürlich einstellen wenn du die blende weit schließt zwei zentimeter weiter nach vorne nach hinten verlegen und trotzdem ist dann auch zwei zentimeter weiter hinten und vorne noch alles scharf man muss nur dabei bedenken dass wenn man die blende zu weit schließt irgendwann die sogenannte beugungs unschärfe dazukommt dann wird das ganze bild nämlich einfach wieder ein bisschen unschärfer ein bisschen matschiger und das möchte man unbedingt vermeiden jedes Objektiv hat einen gewissen sweet spot also eine blende wo es am schärfsten ist insgesamt bei den meisten objektiven liegt dieser sweet spot zwischen blende 5 6 und blende 8 manche auch bei blende 11 aber das ist so der bereich wo du deine blende einstellen solltest wenn du wirklich die optimale schärfe haben möchtest klar es gibt auch viele situationen wo du mit offen blendiger blende fotografieren musst von daher ist das natürlich nicht immer allgemeingültig aber nur so viel sei gesagt diese objektive haben wie gesagt einen sweet spot und den sollte man auch bei jedem objektiv kennen das waren die tipps für schärfere fotos ich hoffe da war noch was dabei was du noch nicht kanntest und du kannst es ja in Zukunft einfach mal probieren anzuwenden wenn du da jetzt noch einen Tipp ein scharfes bild erzeugen kannst man kann auch viele tipps miteinander kombinieren damit man am ende ein scharfes bild bekommt also du musst nicht immer nur einen Tipp davon anwenden sondern kannst natürlich auch mehrere anwenden ich wünsche dir jetzt ganz viel spaß beim ausprobieren wie gesagt geh raus probiere es aus mit deiner kamera das ist das wichtigste dass du das nach jeder Lektion immer wieder machst ich weiß ich wiederhol mich da aber probieren geht über studieren sage ich immer so schön und ich habe mir das fotografiewissen auch angeeignet indem ich mir mal irgendwo angehört habe und dann ganz viel ausprobiert habe also viel spaß mit deiner kamera und viel spaß mit deinen scharfen Fotos ich lernt fehler sollte jeder von euch machen und es ist wichtig fehler zu machen weil aus fehlern lernt man tatsächlich am besten vielleicht fotografierst du ja auch schon ein bisschen und vielleicht ist es dir auch schon mal passiert dass du einfach vergessen hast den Akku aufzuladen und dann willst du mit der Kamera los und schaffst es gerade noch so drei Bilder zu machen und dann ist der Akku einfach leer tja hat wahrscheinlich irgendwie schon jeder mal gemacht vielleicht ist dir auch schon mal passiert dass die speicherkarte voll war und einfach kein Platz mehr drauf war und du hast vergessen deine Bilder vorher zu sichern das sind alles vermeidbare Fehler und das lernt man einfach mit der Zeit ich glaube wenn du diesen Fehler einmal gemacht hast wirst du dich so sehr darüber ärgern dass du gemacht an fehlern die einfach mal aufzeigen und dir dann auch am ende eine kleine liste mit an die hand geben so eine kleine checkliste einfach die du immer wieder benutzen kannst wenn du los gehst vielleicht auch am abend vorher schon alles checken bevor du fotografieren möchtest ob alles fertig ist für dein fotoshooting damit eben genau das dann nicht passiert und ich würde gerne mal anfangen mit so ein paar generellen Vorbereitungen ich habe es ja gerade eben schon erwähnt die erste generelle Vorbereitung für mich ist immer Akkus laden und zwar wenn du mehrere Akkus hast dann auch wirklich die Mehrzahl lade alle Akkus auf damit sie wirklich alle komplett voll sind damit du dir überhaupt keine Gedanken machen musst ob irgendwann der Strom nicht mehr ausreicht tatsächlich ist es so wenn du viel mit der Kamera unterwegs bist und auch den Live View hinten auf dem Bildschirm benutzt dann braucht so eine Kamera natürlich immer ein bisschen mehr Energie als ohne und von daher würde ich dir wirklich empfehlen auch immer einen Ersatz Akku mit dabei zu haben die auch komplett aufgeladen ist die zweite Sache die du auf jeden Fall machen solltest und auch da habe ich das gerade eben schon mal wieder frei machen beziehungsweise die Bilder erstmal auf die Festplatte übertragen damit die gesichert sind und dann auch wirklich die Speicherkarten wieder leer machen formatieren damit sie beim nächsten Fotoshooting wieder die volle Kapazität haben und nimm dir auch dort wenigstens zwei oder sogar drei Speicherkarten mit damit du zwischendurch die Speicherkarten auch mal wechseln kannst wenn sie entweder voll sind oder aber du auch nicht alles auf eine Speicherkarte speichern musst falls dann mal tatsächlich eine kaputt gehen sollte dann ist vielleicht nur ein Drittel des Fotoshootings weg und nicht gleich alles das mache ich zum Beispiel ganz gerne bei Hochzeiten da wechsle ich zwischendurch immer mal wieder die Speicherkarte aus weil wenn tatsächlich eine kaputt geht und jetzt stell dir mal vor ich fotografiere den ganzen Tag auf eine Speicherkarte und dann geht die kaputt dann ist der gesamte Tag weg und deswegen versuche ich zwischendurch immer mal wieder die Speicherkarte zu wechseln und so das Risiko zu minimieren das heißt wenn eine Speicherkarte kaputt geht dann ist vielleicht ein Fünftel oder Sechstel des Tages weg aber eben nicht alles das ist auf jeden dich zum einen von den Objektiven du kannst mit einem Mikrofasertuch zum Beispiel hier vorne deine Linse mal reinigen dass da wirklich kein Staub drauf ist dass da keine Schlieren drauf sind und so weiter auch generell die ganze Kamera ordentlich immer reinigen gerade wenn du damit bei Witt und Wetter draußen warst also ich bin immer ein großer Freund davon dass das Equipment sauber ist und und so weiter da ist immer schön wenn man muss nicht nach jedem Shooting sein aber wenn man vielleicht einmal im Monat schafft sein Stativ mal auseinander zu nehmen und mal wirklich alles richtig putzt damit da auch wirklich nichts in den Gewinden drin ist an Sand und so weiter was das Stativ auf Dauer kaputt machen würde das gesamte Equipment nach einem Shooting beziehungsweise vor einem nächsten Shooting dann auch einmal zu reinigen damit man da wirklich die besten Voraussetzungen hat denn nichts ist schlimmer als wenn du nach einem Shooting feststellst oh man da war eine richtige Schliere auf dem Objektiv drauf und das sieht man jetzt auch auf dem Bild und das später raus zu bekommen ist relativ schwer das ist doch viel einfacher vorher einmal mit einem Tuch über das Objektiv drüber zu gehen und das mit vollen Akkus mit leeren Speicherkarten und gereinigtem Equipment und jetzt schauen wir uns mal die Kameraeinstellung an die ich treffe bevor ich zu einem Shooting fahre beziehungsweise die ich auch gleich nach einem Shooting wieder einstelle weil während des Shootings kann ich alles verstellen wie ich gerade brauche aber ich versuche die Kameraeinstellung direkt danach eigentlich wieder so einzustellen damit ich beim nächsten Mal wenn ich beim nächsten Shooting ärgere oh man das sind ja noch die Einstellungen vom letzten Mal und die hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht deswegen stelle ich meine Kamera eigentlich immer so ein dass sie in den meisten Fällen direkt so einsatzbereit ist und nur wenn ich etwas ganz spezielles damit mache dann kann ich das während des Shootings einmal umstellen und das zeige ich dir aber meistens fotografiere ich doch im manuellen Modus das kann ich dann theoretisch auch nochmal umstellen wenn ich es anders brauche aber ich bin großer Freund davon wirklich kreativ mit der Kamera umzugehen und das bedeutet im manuellen Modus habe ich die meisten Möglichkeiten kreativ zu werden dann gehe ich als nächstes in das Menü hier rein und stelle die Aufnahme Betriebsart auf Einzelbild tatsächlich brauche ich keine Serienaufnahme normalerweise und fotografiere eigentlich immer ein Foto und wenn ich das mal umstellen sollte dann kann ich das immer noch tun aber die meiste Zeit zu 98% sage ich mal bin ich im Einzelbild Modus drin und hier an dieser Stelle ein kleiner Hinweis das was ich jetzt hier einstelle bedeutet nicht unbedingt dass es alles genauso bei dir standardmäßig eingestellt sein muss wenn du mehr bewegte Motive fotografierst dann stell das den iso knopf und stell den iso wert auf den nativen iso wert wieder zurück bei vielen kameras ist das iso 100 bei meiner kamera ist es zum beispiel iso 64 das kommt immer drauf an welche kamera du gerade in der hand hast aber ich stelle auf den kleinsten iso wert wie möglich ein weil ich damit die beste bildqualität habe den dynamik umfang die Farbwiedergabe ist am detailreichsten und so weiter und so fort und wenn ich mehr iso brauche dann kann ich das dann während des fotoshootings dann nochmal erhöhen aber grundsätzlich möchte ich persönlich immer mit dem geringsten iso wert wie möglich fotografieren um eben die optimale bildqualität zu haben kommen wir als nächstes zum weiß abgleich den auch der weiß abgleich den kann ich ja auch theoretisch wenn ich im weissabgleich richtig haben und in den meisten fällen ist es tatsächlich so dass ein automatischer weissabgleich den die kamera festlegt schon ganz gut das widerspiegelt was man dann am ende haben möchte beziehungsweise wie es auch in echt aussieht es gibt auch hier immer situationen wo ich den weissabgleich manuell ein bisschen nach stelle wenn ich sonnenuntergänge fotografiere dann mache ich das meistens manuell und weissabgleich immer erstmal die erste wahl und das kann ich dann von dort aus dann auch weiter verstellen aber grundsätzlich wenn ich die kamera aus der hand lege steht sie immer erst mal wieder auf automatischem weissabgleich kommen wir als nächstes zur blendeneinstellung und das ist jetzt auch wieder sehr individuell da möchte ich dir überhaupt nicht vorgeben wie du das einstellst wenn du jemand bist der gerne sehr offenblendig fotografiert dann ist das vielleicht eine komplett andere einstellung als bei mir ich bin landschaftsfotograf ich fotografiere das meiste mit einer etwas geschlosseneren blende so zwischen blende 8 und blende 11 ungefähr ich fotografiere aber auch zwischendurch hochzeiten und da ist das was ganz anderes wieder weil hochzeiten fotografiere ich zum Beispiel auch sehr gerne relativ offen blendig aber wenn ich in der landschaft unterwegs bin dann bin ich immer so bei blende 8 ist eigentlich so meine standard blende und deswegen stelle ich persönlich meine blende auch am ende des shootings immer wieder auf blende 8 aber wie gesagt das ist eine ganz persönliche einstellung und da musst du einfach für dich gucken was für einen stil du verfolgst stellst am besten einfach auf die blende die du am meisten benutzt dann stelle ich tatsächlich den autofokus immer wieder ein in der landschaft bin ich ja oftmals auch im manuellen modus aber grundsätzlich stelle ich immer erst mal auf autofokus denn ist es mir tatsächlich schon ein paar mal vorgekommen dass ich in der landschaft unterwegs war ich habe den fokus auf manuell gestellt und habe fotografiert und alles war gut und dann bin ich beim nächsten mal als ich die kamera wieder in die hand genommen habe eine hochzeit fotografieren gewesen und ich habe es tatsächlich mal geschafft die ersten zehn oder zwanzig bilder aus versehen im manuellen modus zu fotografieren und ich habe es nicht bemerkt die kamera hat in dem moment nicht scharf gestellt aber es war einigermaßen scharf so vom abstand her hat es genau gepasst so dass es einigermaßen scharf durch Sucher aussah aber als ich die bilder auf den automatischen fokus wieder stelle bedeutet dass die kamera für mich automatisch scharf stellt und wenn ich merke ich möchte eher in den manuellen fokus rein dann stelle ich das einfach nochmal um aber grundsätzlich stelle die kamera immer erst mal auf automatischen fokus wenn wir schon beim fokus sind dann als nächstes auch direkt die messfeldsteuerung auch darüber haben wir gesprochen die steht bei mir eigentlich immer schon gesagt weil ich ja eigentlich immer einen bestimmten punkt im bild haben möchte auf den ich dann fokussiere und so ist es bei mir halt dass ich im spot modus fotografiere auch bei hochzeiten zum beispiel dann kann ich immer schön auf ein auge fokussieren und die augen sind ja das was bei einer person scharf sein soll in der landschaft fokussiere ich sowieso eigentlich eher manuell aber wenn ich mit dem autofokus unterwegs bin dann eigentlich immer mit der spot messung das kann aber natürlich bei dir auch wieder ganz anders sein wenn du zum Beispiel viele bewegte Motive fotografierst ist die spot messung nicht unbedingt das richtige sondern da kannst du dann schauen ob du dann eher größere Messfelder benutzt dann stelle ich den Bildstabilisator immer wieder ein denn ich fotografiere viel aus der hand heraus und wenn ich dann auf einem Stativ fotografiere in der Landschaft dann muss ich den natürlich wieder ausstellen weil der Bildstabilisator auf einem Stativ nicht sonderlich gut arbeitet der probiert trotzdem immer irgendwas zu korrigieren und meistens wird das Bild dadurch unschärfer das heißt wenn ich auf ein Stativ fotografiere den Bildstabilisator ausmachen aber grundsätzlich wenn ich mit der Kamera in der Hand unterwegs bin und wirklich aus der Hand fotografiere ist der Bildstabilisator natürlich super gut deswegen ist der standardmäßig an und wenn ich dann auf ein Stativ gehe dann mache ich ihn entsprechend wieder aus aber grundsätzlich ist er immer erstmal an dann gehen wir weiter in die Belichtungsmessung und dort fotografiere ich eigentlich auch zu 99% immer mit der Matrix Messung auch das habe ich schon erklärt in dem mit der Matrix Messung ist da tatsächlich wirklich das 9 Plus Ultra für mich zumindest falls du dort andere Erfahrungen sammelst und mit einer anderen Belichtungsmessung fotografierst dann kannst du das natürlich auch standardmäßig auf die wieder zurückstellen bei mir ist es wie gesagt die Matrix Messung und wenn ich dann mal einen Fall habe wo ich das anders haben möchte dann kann ich das während des Shootings dann noch mal irgendwann zwischendurch mal im JPEG fotografieren und nicht im RAW und dann muss man natürlich am Ende auch wieder darauf achten dass man zurück auf Bildqualität RAW umschaltet oder du möchtest vielleicht auch im RAW und JPEG fotografieren all das ist ja möglich aber grundsätzlich denk immer daran wenn du das irgendwann mal umstellst dass du es am Ende des Shootings wieder zurückstellst auf RAW hatte ich auch schon ist mir auch schon vorgekommen dass ich zwischendurch mal ein Shooting mit JPEG gemacht habe aus verschiedensten Gründen ich habe es nicht umgestellt und dann bin ich am nächsten Tag in die Landschaft gefahren wollte Landschaft fotografieren und ich bin wirklich ich hatte wirklich schöne Fotos und bin dann zurück ins Büro gefahren wollte die Fotos bearbeiten und habe festgestellt ich habe jedes einzelne Foto im JPEG Modus fotografiert das war jetzt nicht super schlimm aber natürlich mit RAW hat man einfach deutlich mehr Möglichkeiten in der Bildbearbeitung und die hatte ich dann in dem Moment nicht und das hat mich super geärgert weil ich da einfach noch mehr hätte rausholen können deswegen die Bildqualität stell einfach immer wieder zurück auf RAW und falls du mal nur JPEG fotografieren möchtest kannst du das natürlich entsprechend umstellen und ganz wichtig auch noch die Bildgröße das ist ein bisschen zusammenhängt damit auch immer auf maximale Auflösung ich habe zum Beispiel auch ganz oft den Fall wenn ich Hochzeiten fotografiere dann reicht mir eigentlich auch die Hälfte der Auflösung das ist hier eine Kamera die hat über 45 Megapixel bei einer Hochzeit reichen mir auch 24 Megapixel aus und dann stelle ich die meistens auf eine geringere Auflösung weil das ja wie gesagt einfach dann ein bisschen von der Dateigröße auch kleiner wird und wir sparen uns ein bisschen Speicherplatz aber nach so einer Hochzeit stelle ich das immer wieder auf die maximale Auflösung zurück gerade in der Landschaft Fotografie möchte ich mit der großen Auflösung arbeiten da möchte ich die Bilder groß drucken vielleicht irgendwann mal und da ist eine große Auflösung natürlich dann auch förderlich deswegen kontrolliere nicht nur die Bildqualität sondern auch die Bildgröße ganz wichtig an dieser Stelle das sind also so meine Standardeinstellungen die ich an der Kamera treffe und ich kann dir nur empfehlen auch da wie gesagt die Checkliste immer zu benutzen die habe ich dir wie gesagt dazu gepackt und schau einfach dass die Kamera nach dem Shooting am besten immer schon direkt wieder auf den Standard zurückgestellt wird falls du irgendwas verstellt hast ich schwöre dir irgendwann wenn du es mal nicht tun wirst wirst du dich ärgern und ich glaube dass so eine Checkliste im Ich hoffe dass deine Kamera Einstellungen immer richtig sind viel Spaß beim Fotografieren Um dir den Unterschied zwischen einem APS-C Sensor und einem Vollformat Sensor zu zeigen habe ich mir hier mal eine kleine Photoshop Datei angelegt und ich hoffe dass man es damit gut verstehen kann Zuerst einmal es gibt zwei unterschiedliche Sensor Typen es gibt einmal ein Vollformat Sensor der hat eine Größe von 24 mal 36 Millimeter und so ein Sensor der sitzt immer in der Kamera und auf diesen Sensor fällt dann quasi Licht also Lumen und damit wird der Sensor quasi belichtet und ein Foto entsteht ein APS-C Sensor das ist einfach nur ein anderer Name der ist kleiner der ist dagegen nur 14,9 mal 22,3 Millimeter groß also ein deutliches Stück kleiner und beide Sensortypen haben einige Vor- und einige Nachteile das erste was man verstehen muss ist ja erstmal dass ein Objektiv grundsätzlich erstmal rund ist und ein Sensor rechteckig ich habe dir jetzt hier mal eine Bilddatei erstellt und das ist erstmal simuliert das was ein Objektiv sieht nämlich einen runden Bildausschnitt der Sensor dagegen ist ja dann rechteckig das bedeutet wenn ich jetzt hier mal drüber lege was eigentlich dann der Sensor quasi sieht das ist das hier dieses Rechteck und da sieht man schon dass hier oben an den Seiten unten relativ viel Bild verloren geht das bedeutet es fällt also mehr Licht durch das Objektiv als am Ende auf dem Sensor landet jetzt könnte man sagen es ein bisschen verschwendetes Licht aber Sensoren werden nun mal rechteckig gebaut Objektive sind nun mal rund und das bedeutet dass hier also quasi Licht verschwendet wird was man am Ende nicht mehr sieht und das ist jetzt hier eine maßstabsgetreue Abbildung eines Vollformatsensors das heißt das Objektiv was ich hier benutzt habe ist auch ein Vollformat Objektiv auch dort gibt es nochmal Unterschiede ja also dieser Vollformatsensor den Bildausschnitt hier wäre das ist also ein Sensor der 24 x 36 Millimeter groß ist insgesamt haben wir dadurch also einen kleineren Bildausschnitt wenn man das Ganze jetzt mit einem APS-C Sensor und einem APS-C Objektiv vergleicht dann kann ich dir mal kurz einblenden erstmal das Objektiv sehen würde das ist einmal das hier also wesentlich kleiner und der Sensor dazu ist auch noch kleiner der würde nur das sehen Voraussetzung ist dafür immer dass die Kamera sich nicht bewegt beziehungsweise wenn wir die Kamera tauschen zwischen einem Vollformat und einem APS-C Sensor dass die von genau der gleichen Situation aus fotografieren und das gleiche Objektiv verwendet wird bedeutet dass wir einen anderen Bildausschnitt haben der Bildausschnitt bei einem APS-C Sensor ist also wesentlich kleiner aber grundsätzlich verändert sich das Bild nicht es ist also so als würden wir einfach etwas wegschneiden an den Rändern der Faktor um wie viel dieser Sensor kleiner ist oder um wie viel der Ausschnitt kleiner ist ist von Kamerahersteller zu Kamerahersteller ein bisschen unterschiedlich meistens liegt der Crop-Faktor so nennt man das Ganze bei ungefähr 1,5 oder 1,6 ganz wichtig an dieser Stelle Crop bedeutet nicht Zoom sondern es ist ein Bildausschnitt wie ich gesagt habe man schneidet was von den Rändern weg man zoomt nicht weiter in das Bild hinein denn das vermuten immer viele Anfänger am Anfang dass man mit einem APS-C Sensor einfach weiter in das Bild quasi rein zoomt das ist aber falsch an der Stelle weil der Bildausschnitt dann ganz anders wäre ja also es ist quasi eher so dass man hier nur sieht dass der Bildausschnitt enger wird das also mal der erste Vergleich zwischen einem APS-C Sensor und einem Vollformat Sensor an sich größer ist ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiel Bilder gemacht und diesmal habe ich wirklich mit einem Vollformat Sensor fotografiert und dann später auch mit einem APS-C Sensor das ist jetzt hier ein Foto was ich mit einem Vollformat Sensor gemacht habe und jetzt können wir mal auch so ein bisschen auf die Unterschiede achten sowohl von den Helligkeitswerten als auch von dem Bildausschnitt als auch von der tiefen Unschärfe oder von der tiefen Schärfe die man hier hat alle Bilder sind genau mit der gleichen Einstellung aufgenommen das heißt hier ISO 400 Blende 5 und einer 50 Sekunde Verschlusszeit und wir waren bei 70 Millimeter das ist jetzt wie gesagt das Bild mit einem Vollformat Sensor und jetzt habe ich die Kamera nicht bewegt bzw. die Kamera stand auf einem Stativ und wir haben genau mit der gleichen Brennweite fotografiert und das wäre jetzt das Bild hier mit einem APS-C Sensor das bedeutet man sieht es hier auch eindeutig der Hintergrund ist genau gleich geblieben es ist einfach nur so dass wir jetzt den Bild Ausschnitt kleiner haben das ist quasi so als wenn ich das Bild des Vollformat Sensors einfach nur beschneiden würde wenn ich da rechts links unten und oben was weg schneiden würde dann hätte man hier genau das gleiche Ergebnis wenn ich jetzt aber den gleichen Bild Ausschnitt mit einem APS-C Sensor erhalten möchte wie mit einem Vollformat dann muss ich quasi mit der Kamera weiter zurück gehen und das habe ich jetzt hier auch mal in diesem Bild getan dort bin ich also insgesamt weiter zurück gegangen und habe jetzt fast den gleichen Bild Wenn man geht es vor allem um die Tiefenschärfe die Tiefenschärfe an sich ist erstmal gleich sowohl vom APS-C als auch von dem Vollformat Sensor aber trotzdem ist der Hintergrund bei dem Vollformat Sensor Foto Unschärfer es liegt aber nicht an der Tiefenschärfe sondern es liegt einfach an dem Abstand zum Motiv denn ich bin ja in dem Foto jetzt hier was ich mit dem APS-C Sensor fotografiert habe weiter zurück entfernt also von dieser Pflanze war ich weiter entfernt als mit dem Vollformat Sensor und weil diese Entfernung unterschiedlich ist wirkt der Hintergrund jetzt unschärfer bei dem Vollformat Sensor als bei dem APS-C Sensor Foto das heißt grundsätzlich müsste ich jetzt um die gleiche Bildwirkung zu bekommen bei dem gleichen Bild Ausschnitt die Blende weiter öffnen damit der Hintergrund wieder unschärfer wird das ist also der Vergleich wenn du jetzt aber mal die Helligkeits Werte anguckst in den beiden Bildern die sind also genau gleich bei den gleichen Kamera Einstellungen bedeutet dort verschiebt sich im Endeffekt nichts also das ist im Endeffekt genau dasselbe wir können also mit den gleichen Kamera Einstellungen genau die gleiche Belichtung erzielen bei unterschiedlichen Sensoren das ist also genau dasselbe und jetzt fragst Sensorformat fangen wir mal mit dem Vollformat an der Sensor an sich ist größer das heißt es werden mehr Luben eingesammelt und dadurch hat man am Ende weniger ISO Rauschen das ist also ein großer Vorteil wenn du besonderen Wert darauf legst wenig Bildrauschen im Bild zu haben gerade wenn du Nacht Fotografie zum Beispiel betreibst dann ist es schon deutlich besser wenn man die Milchstraße fotografiert mit einem Vollformatsensor weil man dort weniger ISO Rauschen hat und auch wenn du mit Ultra Weitwinkel Objektiven fotografieren möchtest und da besonders viel auf dein Foto bekommen möchtest von der Szenerie ist natürlich ein Vollformatsensor besser weil wir gelernt haben dass der Bildausschnitt wesentlich größer ist das heißt wenn ich die gleiche Szenerie mit einem APS-C Sensor und einem Vollformatsensor auf 14mm fotografiere dann bekomme ich natürlich bei einem Vollformatsensor mehr aufs Bild drauf das heißt wenn du also wirklich Landschaften fotografierst und sehr viel auf dein Bild bekommen möchtest dann ist auch hier ein Vollformatsensor besser andersherum beim APS-C Sensor ist es natürlich so genau in die andere Richtung gedacht wenn du etwas nah an dich heranholen möchtest wenn du also im Tele Bereich unterwegs bist dann kann ein APS-C Sensor deutlich mehr Sinn machen weil natürlich der Bild Ausschnitt dadurch enger wird und in Verbindung mit einem Tele Objektiv ist das Ganze natürlich dann auch noch mal wesentlich besser außerdem sind die Objektive von der Bauart einfach ein bisschen kleiner auch ein bisschen leichter und auch günstiger und deswegen ist es einfach generell so dass man natürlich ein bisschen Geld sparen kann wenn man mit einem APS-C Sensor fotografiert von daher solltest du dir halt wirklich Gedanken drum machen was für dich am Ende mehr Sinn macht also Vollformat oder APS-C Sensor beides hat Vor- und Nachteile das Vollformat hat natürlich viele Vorteile aber es ist auch wesentlich teurer und da muss man sich einfach überlegen möchte man das Geld dafür ausgeben so viel also zu dem Thema Vollformat oder APS-C Sensor an dieser Stelle sei gesagt mach dir einfach mal Gedanken drum ich denke mal die Vor- und Nachteile hast du jetzt ganz gut anschaulich gestellt bekommen und jetzt liegt es an dir zu überlegen lohnt es sich mit dem mehr Geld quasi das Ganze dann auch zu bezahlen so viel also zum Thema Sensoren ich und ich hoffe dass ich dir damit auch so ein bisschen die Entscheidung erleichtern konnte was für eine Kamera du mit welchem Sensor denn jetzt in Zukunft haben möchtest ein Fehler den ich ganz häufig sehe ist man nutzt die falschen Einstellungen klingt erstmal relativ banal aber tatsächlich ist es wirklich so dass viele gerade Anfänger in der Fotografie die falschen Einstellungen in der Kamera nutzen und es fängt schon damit an dass die meisten doch etwas faul sind und dann doch lieber den Automatikmodus benutzen weil dann übernimmt ja die Kamera die Einstellung für dich und du selber musst nicht viel machen und man hofft dass gute Bilder bei rumkommen ich benutzt dann nutzt doch die Halbautomatik wir haben in den Videos darüber gesprochen wir können in den A oder in den S Modus gehen und damit die Kamera teilweise mit entscheiden lassen welche Einstellung die besten sind aber wirklich in den Vollautomatik Modus zu gehen da hat man so wenig Kontrolle und man kann so wenig seine Kreativität ausüben dass dann am Ende tatsächlich wirklich manchmal wirklich falsche Entscheidungen auch von der Kamera getroffen werden die dich am Ende vielleicht ein gutes Foto kosten ich würde dir gerade für den Anfang empfehlen wenn es nicht darauf ankommt und wenn du Zeit beim fotografieren hast nutze so häufig wie möglich den manuellen Modus denn der manuelle Modus ist der Modus wo du am meisten lernst weil du alles selber einstellen musst und jeder Fehler natürlich von der wichtigste Aspekt dass du immer wieder dir selber darüber Gedanken machen musst wie du Blende ISO und Verschlusszeit einstellst und damit lernst du tatsächlich am meisten ein ganz wichtiger Punkt der mir auch noch hier einfällt ist dass du auf jeden Fall im RAW Modus fotografieren solltest es gibt natürlich auch hier wieder Ausnahmen wo JPEG vielleicht die bessere Wahl ist aber in den meisten Fällen solltest du im RAW Modus fotografieren weil du einfach später in der Bild Bearbeitung viel mehr aus deinen Dateien noch herausholen kannst und deswegen an dieser Stelle sei gesagt nutze den RAW Modus du hast am Ende mehr Möglichkeiten auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Speicherplatz braucht aber Speicherplatz ist heute eigentlich nicht mehr teuer und von daher ist es nicht wirklich eine großartige Ausrede und auch wenn du dann vielleicht mal den Weißabgleich nicht hundertprozentig richtig eingestellt hast kannst du das mit dem RAW Modus auch später noch verändern und verbessern eine Sache die mir auch noch zu dem Thema falsche Einstellung einfällt ist die Tatsache dass du deine Fotos auf keinen Fall überbelichten solltest tatsächlich ist es so dass man überbelichtete Pixel nicht retten kann wenn du einmal einen weißen Pixel hast der keine Details mehr hat dann bleibt der auch weiß beziehungsweise du kriegst keine Details mehr rein du kannst ihn vielleicht noch auf so ein hellgrau abdunkeln aber es sieht am Ende einfach nicht gut aus tatsächlich rate ich dir dazu eher immer etwas zu doll unter zu belichten und das kann man dann am Ende der Bildbearbeitung tatsächlich besser wieder herausholen und die Schatten besser aufhellen als die Lichter abdunkeln viele Kamerasensoren sind da einfach effektiver natürlich entsteht auch immer ein gewisses Rauschen aber trotzdem kann man viel besser zu dunkle Bildbereiche aufhellen als zu helle Bildbereiche abdunkeln deswegen wenn du einen sehr großen Dynamikumfang in deiner Szene brauchst dann ist es besser eher etwas zu dunkel zu belichten als zu hell eine Sache sei an dieser Stelle aber noch mal gesagt der RAW Modus wird dich nicht davon abhalten die falschen Einstellungen an der Kamera zu treffen und damit meine ich jetzt ISO Blende und Verschlusszeit denn das kannst du nicht im Nachhinein noch verändern du kannst zwar den Weißabgleich verändern aber nicht die Blende nicht die Verschlusszeit und auch nicht den ISO Wert das musst du auf jeden Fall vorher richtig einstellen ein weiterer Fehler den viele Anfänger aber auch Profis tatsächlich machen sie konzentrieren sich zu sehr auf das Equipment für viele ist das immer eine absolute Grundsatz Diskussion auch im Internet bei Facebook in irgendwelchen Fotografie Foren welches Equipment ist das Beste welche Kamera muss ich mir kaufen um bessere Fotos zu machen welches Stativ wird mich in meinen Fotos verbessern Leute ganz ehrlich diese Frage ist völlig überbewertet und völlig überflüssig meiner Meinung nach denn nicht die Kamera macht das Foto sondern du der der hinter der Kamera ist der der auf den Auslöser drückt der der die Einstellung an der Kamera macht du du machst das Foto und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Koch ein Koch kann in jedem Kochtopf gutes Essen machen er weiß wie es funktioniert und er kann auch mit einem 20 Jahre alten Kochtopf gut kochen natürlich ist es so dass wenn er einen tollen Kochtopf hat der vielleicht bessere Features hat der vielleicht aus besserem Material gemacht ist und so weiter ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Küche aus aber du weißt was ich meine dann wird das eine große Hilfe sein das Essen vielleicht ein bisschen schneller und so weiter gut hinzubekommen das Ergebnis wird sich aber nicht großartig unterscheiden die Hilfe die das Equipment gibt um schneller und besser zu dem Ergebnis zu kommen ist natürlich gegeben aber glaub mir du kannst auch mit einer 20 Jahre alten Kamera mit ganz wenig Auflösung kannst du immer noch tolle Bilder erzielen man muss sich halt nur ein bisschen zu helfen wissen aber diese Grundsatz Diskussion die immer wieder im Internet auftaucht und Leute die sich zu sehr darauf versteifen sich Equipment zu kaufen und die ganze Zeit im Internet hängen und sich irgendwelche Review Videos anschauen von den neuesten Kameras Leute ich kann euch nur sagen geht raus und fotografiert das ist das entscheidende das ist das wichtige du machst das Foto und nicht deine Kamera und jetzt wirst du dich vielleicht fragen ja aber Stefan du rennst da hier auch mit einer Nikon Z7 rum und so weiter was möchtest du mir jetzt eigentlich erzählen und natürlich sollst du und kannst du auch irgendwann updaten ich würde dir nur nicht empfehlen dich am Anfang direkt darauf zu versteifen sich dir das beste Equipment zu kaufen wie gesagt das Equipment hilft dir dabei schnellere bessere Ergebnisse zu bekommen das ist unbestritten die Frage ist aber nur möchtest du am Anfang wo du vielleicht noch gar nicht weißt ob die Fotografie wirklich was ist für dein Leben lang möchtest du da so viel Geld investieren obwohl du dir vielleicht noch gar nicht sicher bist vielleicht verdienst du mit der Fotografie Geld vielleicht aber auch nicht das ist auch ein ausschlaggebender Punkt dafür ob du besseres Equipment unbedingt haben musst oder nicht weil wenn ich mit der Fotografie Geld verdienen möchte oder muss dann ist es natürlich essentiell dass auch bestimmte Workflows perfekt funktionieren schneller funktionieren dafür ist ein gutes Equipment natürlich super weil es wahrscheinlich auch besser funktioniert das Equipment hilft mir dabei wirklich diese Ergebnisse schneller zu erzielen aber grundsätzlich wie gesagt wenn du die Zeit hast und wenn du das Hobby mäßig machst dann brauchst du nicht das beste Equipment dann ist es wichtig dass du hinter der Kamera der Kreative bist ein weiterer Fehler ist schlechte Komposition das sehe ich ganz häufig natürlich am Anfang und es ist auch völlig normal dass man nicht sofort Bescheid weiß wie man eine gute Komposition hinbekommt und deswegen hier an dieser Stelle auch noch mal ein paar Tipps und Tricks es gibt ja auch ein extra Video dazu aber hier noch mal auf die Schnelle fokussiere dich auf ein Hauptmotiv fang nicht an super viele Motive in deinem Bild zu suchen und die alle irgendwie zu probieren auf ein Bild zu bekommen sondern konzentriere dich wirklich auf ein Hauptmotiv zoome da vielleicht auch ein bisschen näher ran stelle es in den Bild Mittelpunkt und hebe es heraus das ist schon mal der erste große Tipp den ich dir geben kann auch wenn du ein Porträt fotografierst versuche nicht den Menschen irgendwo zu positionieren und vielleicht noch drei vier andere Dinge da irgendwie mit in das Bild zu bringen sondern gerade für den Anfang ist es erstmal super wenn du dich wirklich auf den Menschen fokussierst einen guten Bild Ausschnitt bekommst wo der Mensch im Vordergrund steht und so wenig wie möglich Ablenkung im Hintergrund ist ich weiß dass das jetzt auch nicht immer zutrifft aber es sind gute Tipps für Anfänger um erstmal in die Fotografie reinzukommen um erstmal ein paar schöne Bilder zu machen mit solchen Kompositionen Versuche dann auch einen Vordergrund einzubauen das kann in der Landschaftsfotografie zum Beispiel sein dass man da was in den Vordergrund nimmt das kann aber auch bei einem Portrait sein dass man was in den Vordergrund packt was vielleicht dann komplett unscharf ist wo man dann aber sehr gut so eine Art Blocker noch mit im Bild hat und damit arbeiten kann um 3D Effekte zu erzeugen denn solche Effekte gerade wenn man offenblendiger fotografiert und auch was unscharf im Vordergrund hat erzeugt natürlich das räumliche Gefühl was man haben kann und was man haben sollte in einem guten Foto Versuche Führungslinien zu nutzen für deinen Vorteil denn Führungslinien führen den Betrachter in das Bild hinein auf das Hauptmotiv und genau da soll ja der Blick dann auch am Ende hinkommen Versuche mit Licht und Schatten zu arbeiten ein Bild Betrachter guckt als erstes immer auf die hellen Bild Bereiche und danach auf die dunklen Bild Bereiche deswegen arbeiten viele auch so ein kleines bisschen mit einer Vignette zum Beispiel in Bild Bearbeitung das heißt die Ränder werden noch mal ein kleines bisschen abgedunkelt und dadurch lenkt man den Betrachter mehr in die Bild Mitte all das sind kleine Tipps und Tricks die du für deine Komposition nutzen kannst ein weiterer Fehler den viele machen ist im schlechten Licht fotografieren du kennst es vielleicht und wir haben auch darüber schon in dem entsprechenden Kapitel gesprochen zur Mittagszeit hat man sehr harsches Licht und gerade wenn man Porträts fotografiert dann ist harsches Licht immer sehr schlecht weil man harte Schattenkanten hier gerade unter den Augen zum Beispiel bekommt auch da habe ich dir schon Beispiele für gezeigt versuche dir weiches Licht raus zu suchen was vorteilhaft für die Person aussieht das kann zum Beispiel in der goldenen Stunde sein das kann auch nach der goldenen ist oder du gehst aber in den Schatten wo du auch sehr ausgewogenes Licht hast wo man gute Strukturen auf der Haut zieht das Ganze geht natürlich auch bei einem bewölkten Tag viele sind ja immer der Ansicht dass Fotografieren am besten bei praller Sonne funktioniert wenn wir blauen Himmel haben ohne eine Wolke am Himmel dann denken immer viele Anfänger das ist jetzt das perfekte Licht Sonne zur Mittagszeit ist das nicht vorteilhaft eigentlich sind bewölkte Tage für sowas wesentlich besser weil dann wird das Licht diffus und man hat dadurch einfach weicheres Licht mit dem man arbeiten kann meistens ist das das bessere Licht der nächste Fehler den ich immer wieder sehe bei Fotografen ist zu viel Bildbearbeitung tatsächlich kann man es in der Bildbearbeitung ordentlich übertreiben und da möchte Klarheit extrem eingesetzt wurde und ich mache das jetzt hier einfach mal ich übertreibe mal richtig doll und jetzt schau dir mal an was aus dem Bild passiert so sieht es ohne Klarheit aus so sieht es mit Klarheit aus es kann in manchen Bildern gut aussehen viel Klarheit reinzubringen aber in den meisten Bildern wirkt das einfach komplett übertrieben und man bekommt hier leichte Halo Effekte das bedeutet dass die gerne diesen Dunst in Fernregler hier sehr stark nutzen und du siehst schon selbst bei 40% hier sieht das Bild schon völlig übertrieben aus und das sieht man immer wieder dass die Leute das wirklich stark übertreiben dadurch entsteht auch sehr viel Sättigung und zu viel Sättigung zu krasse knallige Farben im Bild sind halt immer auch ziemlich unschön wenn wir schon beim Thema Sättigung sind ich bin auch wie nie in der Bildbearbeitung diesen Sättigungsregler wenn überhaupt dann nehme ich manchmal ein kleines bisschen Dynamik mit rein was ist der Unterschied zwischen Sättigung und Dynamik im Endeffekt bei der Dynamik wird nur das noch mehr gesättigt was noch nicht so stark gesättigt ist also wenn wir schon stark gesättigten Himmel haben dann wird er durch die Dynamik nicht weiter gesättigt sondern eher zum Beispiel diese Häuser hier die noch relativ wenig Farbsättigung haben aber halt nicht alles und bei der Sättigung bei diesem Sättigungsregler da wird halt alles nochmal gesättigt und das ist der große Unterschied hier dabei aber selbst wenn ich die Dynamik nutze dann wirklich nur ein bisschen so plus 5 plus 10 maximal aber mehr auf keinen Fall ich stelle das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen weiter zurück damit wir mal wieder zu einem normalen Bild kommen wenn ich ein weiterer Fehler den ganz viele Bildbearbeiter am Anfang machen oder Fotografen am Anfang machen die Bildbearbeitung lernen wollen sie drehen ganz doll die Tiefen auf plus 100 und die Lichter auf minus 100 dadurch kriegt man so ein bisschen mehr Dynamikum noch im Bild aber sieht halt unrealistisch aus ich dann auch schon eine ganze Menge an Informationen gewonnen aber es sieht noch ein bisschen realistischer aus das kann man eigentlich auf alle Regler hier übertragen nutzt sie nicht zu doll sowohl die Klarheit nicht den Dunst in Fernreglern nicht den Sättigungsreglern nicht als auch hier Tiefen und Lichter und macht das Bild auch nicht zu dramatisch wenn es nicht dramatisch war dann ist es auch nicht nach auch nicht aus und das sieht man auch ganz oft dass man hier wirklich probiert mit einem Verlaufsfilter das Ganze gerade in Himmel so weit abzudunkeln dass das hier gut zusammenpasst aber es sieht am Ende halt auch nicht wirklich realistisch aus muss man ganz klar sagen also das wäre für mich hier auch ganz klar zu viel des guten und ein letzter Punkt den ich ansprechen möchte ist zu viel Schärfe denn man kann hier auch sehr gut sein Bild natürlich nach schärfen aber wenn man es zu doll macht und das mache ich jetzt hier mal ich schärfe mal wirklich extrem nach erstens mal kommt dann hier auch ein starkes Rauschen mit ins Bild dazu und ein überschärftes Bild sieht dann halt auch nicht mehr gut aus man sieht es auch hier gerade im Hintergrund auch an den Rändern wieder Artefakte gerade wenn ich jetzt hier diesen Radius noch ein bisschen doller mache dann wird die Schärfe insgesamt noch ein bisschen rauer und ich kann dir nur auch dort wieder empfehlen nimm den Betrag ein bisschen runter ich schärfe meistens so zwischen 80 und 90 ungefähr das ist so ein guter Wert und den Radius stelle ich von 1 sogar immer ein bisschen weiter runter auf Windows drücke wenn ich die jetzt noch ein bisschen nach oben schiebe dann wird wirklich nur dort geschärft wo du jetzt in dieser Übersicht hier siehst was weiß ist das heißt an den Rändern und alles andere wird von diesem Schärfe Effekt komplett ausgelassen das heißt der gesamte Himmel zum Beispiel wird rausgelassen und auch hier das Wasser und damit habe ich jetzt eine gute Schärfe im Bild ohne dass ich es übertrieben habe also grundsätzlich heißt es eigentlich immer übertreib nicht zu viel in der Bild Bearbeitung sondern versuche gute Anpassungen zu machen die aber auch nicht wirklich auffällig sind das waren also die Fehler die viele Anfänger aber vielleicht auch fortgeschrittene Fotografen machen und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen dass manches davon vielleicht völlig selbsterklärend war manches aber auch Fehler sind die man machen kann die man aber auch nicht machen muss ja also es gibt ja immer diese Ausnahmen in der Fotografie dass man auch mal Regeln brechen kann und so weiter also das sind wirklich jetzt Sachen gewesen die dir für den Anfang helfen sollen aber das bedeutet nicht dass sie komplett aus der Fotografie ausgeschlossen sind das ist mir an dieser Stelle auch noch mal ganz wichtig zu betonen aber gerade für den Einstieg vielleicht in die Fotografie beherzige doch mal den einen oder anderen Tipp und vermeide den einen oder anderen Fehler den ich hier aufgezeigt habe und dann kriegst du relativ schnell gute Ergebnisse und dann bilde dich aber auch dahingehend wieder weiter und probiere auch dich mal aus in verschiedenen Sachen wie zum Beispiel mal zu fotografieren in der Mittagssonne und mal zu gucken was man da auch an guten Bildern erreichen kann auch wenn die Mittagssonne wenn hartes Licht vorhanden ist das war es mit diesem Videokurs ich muss ja sagen es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge weil mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht diese Reise der Fotografie mit dir gemeinsam zu gehen und dich heranzuführen an die Fotografie und ich hoffe dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat die Fotografie begeistern konnte und ich hoffe dass du in Zukunft deine Kamera öfter in die Hand nimmst in den manuellen Modus gehst und einfach fotografieren gehst das ist mein Ziel gewesen mit diesem Kurs und ich hoffe ich habe es erreicht du kannst mir gerne mal eine E-Mail schreiben mit Feedback wie fandest du den Kurs was war gut was könnte ich noch verbessern und ich hoffe natürlich dass wir uns auch in anderen Videokursen oder vielleicht auch mal bei einem Live Workshop bei einer Fotoreise dann persönlich kennenlernen denn mich interessiert es unglaublich wer so meine Videokurse konsumiert und wer durch mich auch so ein bisschen vielleicht an die Fotografie herangeführt wurde ich hoffe also dass wir uns da irgendwo wiedersehen vielleicht auch in einem anderen Videokurs es gibt noch Videokurse zum Thema Bildbearbeitung wenn du Lightroom lernen möchtest es gibt zwei Videokurse sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und ich hoffe dass wir uns vielleicht auch dort wiedersehen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön nochmal dass du diesen Videokurs gekauft hast es hat mir wie gesagt unglaublich viel Spaß gemacht und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und jetzt wünsche ich an dieser Stelle auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis die PDF Dateien sind wie gesagt auch in dem Download mit dabei die kannst du dir auch ausdrucken falls du die in Papierform haben möchtest und pack sie dir einfach in den Fotorucksack oder umweltschont vielleicht auf dem Tablet ganz viel Spaß jetzt beim fotografieren und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao